Einer der Polizisten bezeichnete ihn als Helden, doch das traf es nicht. Idiot kam der Wahrheit wohl näher, auch wenn Moth, als er die erste ruhige Minute hatte und zum Nachdenken kam, nicht genau bestimmen konnte, wann es mit seiner Idiotie angefangen hatte. Mit Sicherheit lange, bevor er in den brennenden Wohnwagen lief, um zusammen mit dem Polizisten Susan Terry aus den Flammen zu ziehen. Vielleicht datierte er den Beginn auf den Besuch bei Jeremy Hogan, aber auch das war zu kurz gegriffen. Vielleicht, überlegte er weiter, fing meine grenzenlose Naivität damit an, dass ich Andy Candy damit reingezogen habe. Aber auch diese Hypothese verwarf er sofort. In Gedanken ging er die Ereignisse der letzten Wochen noch einmal durch und kam zu dem Schluss, dass es losging, als er die Leiche seines Onkels entdeckte und wieder zur Flasche griff. Sofort schüttelte er den Kopf. Als er die Jahre davor Revue passieren ließ, gelangte er zum letzten Jahr an der Highschool zurück, in dem er mit Andy Candy Schluss gemacht hatte. Das war die Wurzel des Übels, auch wenn er Onkel Ed vor sich sah, der mit seiner Datierung zweifellos viele Jahre früher gelegen und den Keim der Misere bei seinen Eltern gesehen hätte, weil sie ihn zugleich vernachlässigt und mit ihren Erwartungen überfordert hatten. Eine junge Rettungssanitäterin verband ihm mit einem freundlichen Lächeln und geschickten Händen die Arme und riet ihm eindringlich, einen Arzt aufzusuchen. Er habe zwar mehr Glück als Verstand gehabt, doch mit Brandverletzungen sei nun mal nicht zu spaßen. Er bezweifelte, dass er ihren Rat befolgen würde, doch Andy Candy, die neben ihm stand, sagte energisch, »Ich werde dafür sorgen.« »Kann sein, dass ein paar Narben zurückbleiben,« stellte die Sanitäterin fest. »In dem Punkt lag sie zweifellos richtig,« dachte Moth, auch wenn er eher an Narben dachte, die nicht auf der Haut in Erscheinung treten. Narben wie bei Ed. Wenige Meter von ihm entfernt holte eine Sirene auf. Das war der Krankenwagen, in dem sie Donnie abtransportierten, der den Tatort erst verließ, als es ihm sein Sergeant befahl. Brandverletzungen, die verheilen würden, und Rauchvergiftung. Bevor er ins Krankenhaus gefahren wurde, hatte Moth ihn beobachtet, wie er mit einer Sauerstoffmaske über Mund und Nase auf der Trittstufe der Ambulanz saß und über beide Ohren grinste, als sich sämtliche Staatspolizisten vor Ort, wie auch die örtlichen Cops, die Feuerwehrleute und die Sanitäter, die Zeit nahmen, ihm anerkennend auf die Schulter zu klopfen und ihm zu bescheinigen, er hätte sich verdammt gut geschlagen. Es gibt nichts Schöneres, dachte Moth, als am Leben zu sein, wenn man nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit tot sein müsste. Susan Terry befand sich schon auf dem Weg in die Notaufnahme und in den OP, wo man ihr den zerschmetterten Arm operieren würde. Moth atmete tief ein und lehnte sich an die Seite des Streifenwagens. Er schloss die Augen und wünschte sich, es wäre schon Nacht und er könnte sich schlafen legen, obwohl es gerade erst Mittag war und die Sonne schien. Als er sie wieder öffnete, sah er, wie drei Männer auf ihn zukamen. Einer von ihnen trug den weißkrempigen Helm eines Brandmeisters. Im Zweiten erkannte er den Sergeant vom örtlichen Revier wieder. Der dritte Mann mit dem Hut der Staatspolizei hatte über seinem Namensschildchen eine kleine Plakette am Hemd mit der Aufschrift »Morddezernat«. »Mr. Warner«, eröffnete der Staatspolizist das Gespräch. »Sind Sie schon in der Lage, uns ein paar Fragen zu beantworten?« »Selbstverständlich«, antwortete Moth. »Sie wissen, dass wir da drinnen eine Leiche gefunden haben?« Der Mann deutete mit dem Finger auf die verkohlten Überreste des Wohnmobils. »Nein«, sagte Moth. »Wer?« »Wahrscheinlich Mr. Monroe, der Eigentümer. Aber Gewissheit werden uns erste Gerichtsmediziner und die Forensik geben, was dauern kann, wenn überhaupt. Die Leiche ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nach Aussage unseres jungen Kollegen ging der Gewehrschuss, den er hörte, im Zimmer an der Rückseite los, in dem es brannte, bevor die ganzen Propangasflaschen und Benzinkanister in die Luft flogen. Das erste Mal, dass ich ein explodiertes, selbstgebasteltes Drogenlabor zu Gesicht bekomme. Üble Schweinerei, das Ganze. Jedenfalls könnte es sich bei dem Schuss um eine selbstzugefügte Verletzung handeln. »Wie können Sie das feststellen?« »Im Tag des Burschen haben wir eine Art Abschiedsbrief gefunden. Vermutlich wird die Autopsie bestätigen, dass der tödliche Schuss mit einer Schrotkugel Kaliber 12 abgegeben wurde.« Moth nickte. »Es ist vorbei. Zu schön, um wahr zu sein. Zu einfach.« »Ein Drogenlabor?«, fragte er. Der Mann vom Morddezernat überhörte die Frage. »Was hat sie hergeführt?«, fragte er, bevor er sich an Andy Candy wandte. »Was führt sie beide her?« Fragen. Antworten. Skepsis. Eidesstattliche Erklärungen, Lügen und Halbwahrheiten. Der bürokratische Teil einer Mordermittlung, der an Aufwand der langwierigen forensischen Analyse kaum nachsteht. Das allgegenwärtige gelbe Absperrband der Polizei beschränkte sich nicht auf den eigentlichen Ort eines kriminellen Geschehens, sondern umspannte einen komplizierten Prozess, bei dem Zeugenaussagen, Indizienbeweise und die wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse miteinander abgeglichen und, wenn möglich, zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammengefügt wurden. Ein Prozess, bei dem nicht nur ermittelt wurde, wo und wie etwas geschah, sondern auch warum. Doch in den meisten Fällen wies dieses Gesamtbild Leerstellen, schrille Farbkontraste und Konturen auf, die nicht in Deckung zu bringen waren. Nicht selten war ein Tatort ein einziges Trombleuil, bei dem sich das Auge täuschen lässt und man den Schein für greifbare Fakten hält. »Hallo, Steven.« Pause. »Hey da, Steve.« Zögern. Verschmitztes Grinsen. »Hey, alter Junge, Stiverino. Wie geht's denn so?« »Nicht schlecht, kann wirklich nicht klagen, danke der Nachfrage.« Student Nummer 5 starrte im Bad seines umfassend renovierten Hauses in der Angela Street of Key West in den Spiegel. Das Haus lag direkt gegenüber dem Friedhof und mit etwa drei Metern über dem Meeresspiegel auf relativ hohem Grund und Boden, was den Bewohnern der Gegend das Gefühl gab, besser als der größte Teil der Stadt vor Hurricanes geschützt zu sein. Es handelte sich bei seinem Domizil um ein sogenanntes Zigarrenmacherhaus. Bei seiner Errichtung in den 1920er Jahren hatten hier Kubaner gewohnt, die vor einem der häufigen Aufstände von der Insel geflohen waren, sich 90 Meilen von der Heimat entfernt niedergelassen und die Kunst des Tabakrollens für die Daddy-War-Bugs im Bundesstaat zur Perfektion gebracht hatten. Diese Häuser waren einstöckig und schmal, aus dem einheimischen Pinienholz gezimmert, das der feuchten Witterung ebenso wie den Termiten trotzte und war im Lauf der Jahrzehnte zu begehrten Immobilien geworden, die sich nur die Betuchten als Feriencottages leisten konnten. Dafür blätterten die Käufer siebenstellige Beträge hin. Student Nummer 5 hatte seines jedoch in weiser Vorausschau vor vielen Jahren erworben und sein Geld anschließend in eine neue Blechbedachung, zentrale Klimaanlage und eine moderne Einbauküche mit Arbeitsplatten aus Granit gesteckt, sodass er, falls er es einmal auf den Markt geben wollte, sein Geld verdoppeln oder verdreifachen würde. Er hegte allerdings keine Verkaufsabsichten. Er schlug den Kragen seines Sporthemds hoch und setzte eine teure Ray-Ban-Sonnenbrille auf. Er trug abgewetzte Shorts und ausgefranste alte Joggingschuhe, die schon bessere Tage gesehen hatten. Draußen war es heiß und schwül, und er wusste, dass er schon nach einem Häuserblock Schweiß gebadet sein würde. »Na, Stevie Boy, fühlst du dich jetzt sicher?« »Wo du's erwähnst, ja, allerdings.« »Ja, ich fühle mich verdammt sicher.« »Ich fand das mit dem hinterwäldlerischen Drogenlab ziemlich genial.« »Ich auch.« »Und diese Leiche?« Ihm kamen die Worte von Winston Wolffers Popfiction in den Sinn. »Keiner, den man vermisst.« Student Nummer 5 hatte allen Grund zur Zuversicht, denn im Wohnmobil hatte er eine beträchtliche Anzahl widersprüchlicher Spuren hinterlassen und somit bei den Ermittlungen für einige Verwirrung gesorgt. Bis die Kripo das alles auf die Reihe gebracht hatte, wenn ihr das überhaupt je gelang, würde sie feststellen, dass sie es mit einem Phantom zu tun hatte, einem Mann, der gar nicht existierte. Vor allem aber führte nicht die geringste Spur von dem fiktiven Blair Monroe aus Charlmont, Massachusetts, zu dem längst in den Ruhestand getretenen ehemaligen Drogenhandelsunternehmer Stephen Lewis auf Key West, Florida. Insgeheim hatte er gehofft, dass bei den Explosionen in seinem rustikalen Domizil der Neffe die Freundin und die Staatsanwältin zusammen mit dem Obdachlosen draufgehen würden. Er hatte die Nachrichten viel zu überprüft, wo sich die neuesten Meldungen zu dem spektakulären Brand immer noch überschlugen und zur Kenntnis genommen, dass es mindestens einen Toten, das wusste er schon, und mehrere Verletzte gab. Daher beschlichen ihn gewisse Zweifel. So dumm aber auch. Was für ein Pech. Verletzt, aber nicht tot. Das ist die Krux mit Explosionen. Sie entfalten die nötige Zerstörungskraft, aber auf Kosten der Nähe zur Zielperson und der Treffsicherheit einer Kugel. Egal. Er hatte einen Schlussstrich gezogen. Dass es bereits der zweite war, zu dem er sich genötigt sah, war nur noch ein Ärgernis. Er war von der Bildfläche verschwunden und fühlte sich wie ein Neugeborenes, das staunend das Licht der Welt erblickte. Also wenn sie tatsächlich überlebt haben. Innerlich musste er schmunzeln. Schauen wir mal. Er sah auf die Armbanduhr. Er würde etwa eine Viertelstunde brauchen, um mit seinem rostigen alten Fahrrad ohne Gangschaltung, sein liebstes Verkehrsmittel auf Key West, in gemächlichem Tempo zur abendlichen Monstrositätenschau auf dem Mallory Square zu fahren. Die grandiosen Sonnenuntergänge im Westen dienten allabendlich Verrenkungskünstlern, Feuerschluckern, Gitarrespielern und anderen Selbstdarstellern dazu, den Touristen beim Landgang von einem Luxusdampfer mit ihren schrägen Nummern Geld aus der Tasche zu ziehen. Und sei es nur, indem sie mit einem Leguan auf der einen Schulter und einer Boa Constrictor um die andere gewickelt für Fotos posierten. Wie die meisten Einheimischen machte er gewöhnlich einen großen Bogen um dieses nächtliche Ritual. Eine Hommage an den Kitsch und die Zügellosigkeit, ein Sinnbild für den Geist von Key West, zu viele Menschen auf zu engem Raum, Verkehrsstau in den Seitenstraßen, eine schöne Demonstration ausgelassener Lebensfreude. Doch an diesem Abend war er entschlossen, sich unters Volk zu mischen. Student Nummer 5 konnte sich keinen besseren Ort vorstellen, um einer Person, die er nur gespielt hatte und die ihm in vielerlei Hinsicht zugutegekommen war, Lebewohl zu sagen. Ähnlich wie der riesige rot-gelb glühende Feuerball im Ozean versank, nahm Blair Munro Abschied aus seinem Leben. Er würde sich einen Drink genehmigen, ein Prost auf den Namen und weiterziehen. Unendlich viele Optionen. Er hatte die Wahl. Neue Horizonte taten sich auf. Starke Schmerzen. Dann unter Medikamenten wie in Watte gehüllt. Kaltes, grelles Deckenlicht. Rückwärts zählen. Schlafen. Erwachen. Erneute Schmerzen. Stetiges Tropfen aus der Infusionsflasche. Nachlassen der Schmerzen, als drehte jemand eine Stereoanlage leiser. Wiederschlaf. Beim nächsten Erwachen die Erinnerung an einen Albtraum. Als sich bei Susan Terry die postoperativen Nebelschleier lichteten, war sie froh, noch am Leben zu sein. Fürs Erste jedenfalls. Eine Schwester kam in ihr Krankenzimmer und öffnete die Jalousien. Was für einen Tag haben wir? fragte Susan. Donnerstagmorgen. Sie wurden am Dienstag eingeliefert. Oh mein Gott. Haben Sie Schmerzen? Nein. Geht schon. Dem Augenschein nach nicht. Da sind jede Menge Leute, die mit Ihnen sprechen wollen, sagte die Schwester. Angefangen mit der Staatspolizei. Dann ihr Chef in Miami. Und dann dieses junge Paar. Die beiden waren schon mindestens fünf, sechs Mal da, aber sie waren nie ansprechbar. Susan lehnte sich im Bett zurück. Es roch ein wenig nach Desinfektionsmittel. Sie hob den Blick zu der Flasche, die sich über den Schlauch in die Vene ihres Arms leerte. Der andere steckte in einem weißen Verband. Was geben Sie mir? fragte Susan. Demarol. Susan zuckte zusammen. Oh, ein wahrer Segen, sagte sie. Dann nahm sie alle Kraft zusammen und presste zwischen den Lippen heraus. Aber ich darf das nicht kriegen. Ich habe ein Suchtproblem. Die Schwester machte große Augen. Ich hole den Oberarzt, sagte sie. Besprechen Sie das mit ihm. In diesem Moment wünschte sich Susan nichts sehnlicher als diesen Tropf. Sie wollte sich in dem Nebel der Morphine suhlen, sich davon einlullen lassen und alles vergessen. Und sie wollte sich alle, die mit ihr reden wollen, vom Hals halten. Wenn möglich für immer. Andererseits wusste sie, dass es sie umbringen würde. Wahrscheinlich zuverlässiger als eine Bombe aus Propangasflaschen und Benzinkanistern in einem Do-it-yourself-Labor. Susan biss die Zähne zusammen. Dann holen Sie bitte den diensthabenden Arzt, sagte sie. Kaum kehrte ihr die Schwester den Rücken, riss sich Susan die Nadel aus dem Arm. Mehr konnte sie vorerst nicht tun. Natürlich glaubte man ihnen nicht ganz. Genauer gesagt glaubte man ihnen so gut wie gar nicht. Ihre Geschichten waren voller Widersprüche. Manche Aussagen warfen neue Fragen auf, statt Klarheit zu schaffen. Ein paar glatte Lügen säten Misstrauen und Zweifel und als ihre Befragungen abgeschlossen waren, mussten ihre Erklärungen so löchrig wie ein Schweizer Käse erscheinen. Doch die Staatspolizei von Massachusetts hatte nichts Konkretes in der Hand, um sie länger festzuhalten. Die Ermittler wussten, dass hinter dem spektakulären Vorfall andere Verbrechen steckten, konnten den drei Zeugen jedoch keinen Gesetzesverstoß anlasten. Besonders gnadenlos hatten sie sich Andy Candy vorgeknöpft. Sie hielten sie für das schwächste Glied in der Kette. Und sie war die Jüngste, als einzige unverletzt, auch wenn sich zeigte, dass Moths Verbrennungen schnell verheilten und sich letztlich als harmlos erwiesen. Zudem bestand bei ihr offenbar praktisch keine Verbindung zu dem Mann, der mit dem Wohnmobil in die Luft geflogen war. Infolgedessen wurde sie besonders hart in die Mange genommen, mit dem üblichen tiefen Griff in die Trickkiste der Polizei. Vom Satz am Bekannten, wir meinen es nur gut mit Ihnen, bis zur unverhohlenen Anschuldigung, wir wissen, dass Sie uns belügen, oder wir wollen endlich die Wahrheit hören. Und schließlich, Sie wissen schon, dass es eine schwere Straftat ist, bei einem Mordfall Beweise zu unterschlagen. Wollen Sie wirklich in den Knast wandern, um Ihren Freund und eine suspendierte Staatsanwältin zu decken? Zu Ihrem eigenen Staunen bewahrte Andy Candy eine irritierende Ruhe, die die hartgesottenen Ermittler auf die Palme brachte, und sie hielt sich stur an ihre unausgegorene Geschichte. Der Mann in dem Wohnmobil hatte möglicherweise etwas mit dem Tod von Timothys Onkel zu tun, den Ermittlungen nach ein Suizid. Weitere Nachforschungen warfen Fragen auf, und wir waren in der Hoffnung, hier auf einige davon Antworten zu bekommen. Doch bevor wir unsere Fragen stellen konnten, flog das verdammte Ding in die Luft. Vermutlich hat der Mann von drinnen den Polizisten gesehen und gedacht, er sollte wegen der Drogen verhaftet werden und für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Also hat er sich mit dem ganzen Ding in Brand gesteckt, um den Bullen zu sagen, ihr könnt mich mal. Ich schätze, so ähnlich muss es gewesen sein. Ich wünschte, ich könnte Ihnen besser weiterhelfen. Ganz bestimmt. Als die Frau am Ticketschalter Susan Terrys rechten Arm in Gips und Schlinge sah, wies sie ihnen Plätze in der ersten Klasse zu. Auf dem Rückflug nach Miami schwiegen sie die meiste Zeit. Susan warf sich in regelmäßigen Abständen rezeptfreies Tylenol ein, das die postoperativen Schmerzen nur geringfügig linderte. Sie war stolz darauf, sich den Rückfall ins Junkie-Dasein auf Rezept zu verkneifen, auch wenn sie liebend gerne Tylenol mit Chordein genommen hätte. Wahrscheinlich würde ihr der pochende Schmerz in ihrem zusammengefliegten Arm im Kampf gegen die Sucht von Hilfe sein. Jedes Mal, wenn sie auf das Narkotikum verzichtete, machte es ihr bewusst, dass sie clean war. Unterm Strich eine gute Sache. So gut sie konnte, ignorierte sie den Schmerz, der ihr bis in die Schulter schoss, und den Schweiß, der ihr auf die Stirn trat. Als sie rastlos die Stellung wechselte, warf sie einen verstohlenen Blick zu Moth und Andy Candy auf der anderen Seite des Gangs hinüber. In der Kabine war das Licht gedimmt, und außer dem dumpfen Dröhnen der Motoren war es still. Der Mann neben ihr war eingenickt. So schwer ihr jede Bewegung fiel, beugte sie sich zu den beiden hinüber. Glaubt einer von euch, dass der Mann, den es erwischt hat, derjenige ist, den ihr sucht? fragte sie, ohne um den heißen Brei herumzureden. Die Formulierung, derjenige, der mich an meinen Chef verpfiffen und mir mein Leben kaputt gemacht hat, sparte sie sich. Sie hätte zu gern geglaubt, dass er es war. Sie wollte, dass es endlich vorbei war. Sie wollte am nächsten Abend in die Redeemer One gehen und den anderen sagen, es ist vorbei, und dann noch einmal richtig durchstarten. Doch sie war selbst nicht ganz so überzeugt, dass das möglich wäre. Sie hatte die Jagd auf diesen anonymen Killer mit ihrer Karriere verknüpft und sich von seiner Ergreifung die Rückkehr auf ihren Posten in der Staatsanwaltschaft und in ihr gewohntes Leben als hartgesottene Verfechterin von Recht und Ordnung erhofft. Doch nicht anders als für die Ermittler in Massachusetts schien ihr alles zu verschwommen, zu widersprüchlich und zweifelhaft. Sie wusste einfach nicht, wo sie den Hebel ansetzen sollte, um Klarheit zu bekommen. Alles, was sie je über Ermittlungen gelernt hatte, sagte ihr, dass es wie bei jedem Fall ein Detail geben musste, das nach zehn-, zwanzigmaligem Hin- und Herwenden den Schlüssel zur Lösung liefern würde. Andy Candy antwortete nicht sofort, sondern warf an Moth vorbei einen Blick durchs Fenster in den schwarzen Himmel. Die Leere täuschte. Moth sah zuerst Andy, dann Susan an. Ich wünschte mir, er wäre es, sagte er. Es würde alles leichter machen. Es schwieg einen Moment, bevor er hinzufügte, so viel Glück hatte ich bisher aber noch nie. Glück? hakte Susan nach. Ja. Man muss schon großes Glück haben, um auf komplexe Fragen einfache Antworten zu bekommen. Andy Candy lächelte. Moth, wie er leibt und lebt, dachte sie. Und was machen wir jetzt? Warten, bis sie mit den DNA-Tests fertig sind? Vorausgesetzt, es sind noch welche möglich. Werden wir wohl nie erfahren. Die Vorstellung machte ihm Angst, vermutlich, weil Ungewissheit Gift für ihn war, die ihn zum Trinken verleiten konnte. Und für dich, Sportsfreund? Scorch on the Rocks und jede Menge Zweifel, Barkeeper. Wir brauchen Gewissheit, sagte er laut. Leichter gesagt als getan. Er wandte sich von den anderen ab und folgte Andy Candys Blick in den schwarzen Himmel hinter der Scheibe. Wir fliegen mit 500 Meilen die Stunde. Wenn ich nur den Arm da rausstrecken und die Lösung einfangen könnte. Andy sah ihm an, wie er mit sich kämpfte. Sie berührte seine Hand. In diesem Moment wollte sie nicht, dass es schon vorbei war. Eigentlich schon. Vorbei bedeutete Sicherheit. Aber auch das Ende für sie und Moth. Unsere Wege werden sich trennen, so läuft das nun mal. jedenfalls bei uns. Von Anfang an. Damals ging es zum ersten Mal in die Brüche. Das zweite Mal steht kurz bevor. Susan lehnte sich zurück. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Seit sie ihre letzten Schmerztabletten genommen hatte, waren anderthalb Stunden vergangen. Dabei war die Wirkung bescheiden. Sie machte der Flugbegleiterin Zeichen und bat um eine Flasche Wasser. Sie versuchte, den Deckel aufzudrehen, benutzte am Ende die Zähne und nahm die nächsten zwei Pillen. Sie vermutete, dass am Morgen ihre Entlassung anstünde und gegen diesen Schmerz gab es keine Pillen über die Ladentheke. Als ihr die Bude um die Ohren flog, hatte sie ihre Dienstpistole verloren und die Tatorttechniker, die nach dem Feuerwehreinsatz das durch Neste verkohlte Zeug durchsuchten und anschließend analysierten, würden sie nicht so schnell freigeben, falls noch etwas davon übrig war. Sie hatte Moth-357er in der Handtasche. Erneut hatte sie von ihrer Dienstmarke Gebrauch gemacht, um die Waffe durch die Gepäckkontrolle zu schleusen, und sie würde ihm den Revolver nach der Landung wiedergeben. Sie selbst konnte sich jederzeit eine neue Waffe besorgen, in Florida ein Kinderspiel. Und so ging sie nach der Ankunft und bevor jeder für sich nach Hause fuhr, mit Andy Candy zum Austausch in die Damentoilette. Sie waren sich beide nicht sicher, ob Moth die Waffe benötigen würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Andy Candy kam zu dem Schluss, dass es vorerst das Beste wäre, wenn sie den Magnum behielt, wenigstens bis Moth wieder regelmäßig zur Redeemer One ging. Das Gewicht der Waffe erschien ihr fast so furchterregend wie das, was sie anrichten konnte. Wahrscheinlich erforderte es einiges an Kraft, um sie zu heben, auf einen Menschen zu richten und abzudrücken, egal was die Waffenlobby einem weismachen wollte. Sie schob den Revolver tief in ihre Schultertasche, befahl sich, ihn einfach zu vergessen und als das nicht möglich war, wenigstens den Mund darüber zu halten. Als sie zusammen wieder aus der Toilette kamen, stand Moth vor dem Ticketschalter und starrte auf die Warteschlange. Er stand mit gerötetem Gesicht wie angewurzelt da, als hätte er zu seinen Füßen eine Tarantel entdeckt und wagte nicht, sich zu bewegen. Ist was? fragte Andy. Moth schüttelte langsam den Kopf. Ohne Andy anzusehen, drehte er sich zu Susan um. Wir wissen, dass er hier in Miami war, richtig? Ja, erwiderte Susan. Wir wissen außerdem, dass er nach Massachusetts zurückgeflogen ist, musste er ja, um das Feuerwerk zu inszenieren. Ja, bestätigte sie wieder, doch es klang wie eine Frage. Nur mal angenommen, dass in dem Wohnmobil wäre nicht er gewesen, sondern die Leiche von jemand anderem. Okay, das ist unser Verdacht, aber er ist ein portionierter Mörder. Was bedeutet einem Serienkiller schon ein toter Meer, he? Nichts? Okay. Ich bin ganz ohr. Demnach wissen wir, ungefähr, wann er zurück nach Norden geflogen sein muss, um rechtzeitig vor uns da zu sein. Susan wurde ein wenig schwindelig und es lag weder an den Schmerzen noch am Tylenol. Wir haben eine Zeitachse, stimmt's? flüsterte Andy Candy. Ja, sagte Moth. Und wir wissen, wo man Passagierlisten einsehen kann. Er zeigte auf den Schalter. Falls auf einer dieser Listen ein gewisser Blair Monroe steht, okay, unser Pech. Schade, aber nicht so schlimm. Dann lassen wir uns was anderes einfallen. Aber wenn nicht? Susan sah ihn etwas verwirrt an. Auch Andy Candys Miene war ein einziges Fragezeichen. Worauf willst du hinaus? fragte sie. Moth gab sich redlich Mühe, ruhig und gefasst zu klingen, doch er kam in Fahrt und sprudelte wie ein Wasserfall. Bisher haben immer alle nach einer offensichtlichen Verbindung gesucht. Aber auf meinem Gebiet deutet manchmal gerade das, was fehlt, was nicht zu sehen ist, auf die Antwort hin. Wieder zeigte er mit ausgestrecktem Arm auf den Schalter. Ein Mann, von dem wir wissen, dass er in Miami war, bucht ein Ticket, um nach Hause zu fliegen. Dieses Zuhause gehört einem Mann namens Blair Monroe. Aber hat Monroe Andy angerufen? Hat er der Polizei den Tipp mit Susans Drogendealer gegeben? Hat er meine Tante bedroht? Oder war es jemand anders, der in den Flieger nach Norden gestiegen ist? Welche Ironie, dachte er. Falls er seine Identität verborgen hat, wird die uns sagen, wer er ist. Kann ganz nützlich sein, Geschichte zu studieren, dachte Moth und musste innerlich grinsen. Schärft den Blick für Spitzfindigkeiten. Ihr Termin bei ihrem Chef war erst für neun Uhr morgens angesetzt, doch sie wusste, dass der Wachdienst rund um die Uhr im Einsatz war. Es war kurz vor Mitternacht, als sie durch die Flügeltür der Staatsanwaltschaft von Dade County trat. Der Wachmann, der hinter der kugelsicheren Scheibe saß, las einen Roman von Carl Heysen und lachte. Doch als er sie sah, verzog er schmerzlich das Gesicht. Ach, du liebe Goethe, Miss Terry, was haben Sie denn angestellt? Er deutete auf den Gips und die Schlinge. Autounfall, log sie. Wir sind hier in Miami, schon vergessen? Und der andere Fahrer ist, wie könnte es nicht anders sein, nicht mal versichert. Hat ein Stoppschild übersehen. Ach, klingt ja übel. Können Sie laut sagen? Und wenn Sie das hier schon übel finden, sie zeigte auf den Arm, sollten Sie erst mal mein Auto sehen. Schrott. Sie hoffte inständig ihn mit dieser kleinen Nummer von seiner Checkliste mit dem kleinen Vermerk suspendiert abzulenken. Sie zog alle Register. Hey, ist sonst noch jemand hier, der unbezahlte Überstunden schiebt? Der Bachmann lachte. Ja, ein paar, die es nicht lassen können. Das Einsatzkommando, das diesen spektakulären Bankbetrug beackert und dann ein paar Leute, die irgendwelche randalierenden Subjekte über Nacht hier behalten und ihnen die Luxussuiten zeigen. Alle anderen sitzen längst zu Hause vor der Glotze. Ich brauche nicht lange, sagte sie lächelnd und beschwingt, als wäre alles eitel Sonnenschein. Muss nur vor einer Anhörung morgen früh nochmal einen kurzen Blick auf ein paar Dokumente werfen. Sie wissen ja, Sie sitzen zu Hause, legen die Beine hoch, werfen sich Schmerztabletten rein. Sie deutete mit dem Kopf auf den dicken Verband. Und die ganze Zeit geht Ihnen dieser Gerichtskram nicht aus dem Kopf. Und auf einmal macht es Klick und Sie könnten schwören, dass Sie was vergessen oder ausgelassen haben oder was weiß ich, irgendwas vergeigt. Während sie sprach, warf sie das Haar zurück und lief lachend weiter zum Eingang. Komm schon, dachte sie, nicht nachsehen. Lass mal fünf gerade sein. Du bist müde und langweilst dich zu Tode und nimmst es in einer stinknormalen Nacht nicht so genau. Der Wachmann griff mit einer Hand nach unten an den Knopf, um sie durch die gesicherte Tür in das Labyrinth der Büros zu lassen und notierte mit der anderen ihren Namen und die Uhrzeit ihrer Ankunft. Das laute, durchdringende Geräusch war Susan Musik in den Ohren. Sie baute darauf, dass ihr Chef sich die Nachtprotokolle nicht persönlich ansah, zumindest nicht ohne einen besonderen Grund. Den würde er möglicherweise in den nächsten Stunden bekommen. Kaum war sie durch die Tür getreten, huschte sie in den Schatten von mehreren hohen Aktenschränken. Die Deckenbeleuchtung, normalerweise viel zu grell, war gedimmt. Im Büro herrschte gespenstische Stille. Sie spitzte die Ohren und hörte aus einem Gebäudeflügel gedämpfte Stimmen. Instinktiv ging sie ein wenig in die Hocke, sodass ihr ein brennender Schmerz durch den Arm fuhr. Die anderen Staatsanwälte würden wissen, dass sie suspendiert war und wie jeder in der Strafverfolgung neugierig seien, falls sie sich erwischen ließ. Vielleicht auch misstrauisch. Was machst du denn hier? würden sie freundlich fragen und ihre Zweifel kaschieren. Und egal, was für eine fadenscheinige Ausrede ich mir einfallen lasse, werden sie mir nicht glauben. Jemand wird eine E-Mail schreiben, die nach oben weitergeleitet wird und das war's dann. Dann ist der Chef so richtig angepisst. Nein, mehr als das. Angepisst ist er jetzt schon. Aber dann kennt er sich nicht mehr vor Wut. Einen kurzen Moment lang zögerte sie. Wehmütig sah sie sich um. Die Stahltische und geschlossenen Büros, die sie umgaben, waren spartanisch und fade. Und trotzdem fühlte sie sich hier mehr zu Hause als in ihrer eigenen Wohnung. Es war der Ort, an dem für sie die glücklichsten und die furchterregendsten Erinnerungen zusammenliefen. Und die gemischten Gefühle, die sie hin und her warfen, waren so schmerzhaft wie das Pochen in ihrem Arm. Doch so plötzlich, wie sie gekommen war, verscheuchte sie jede Sentimentalität und konzentrierte sich mit aller Entschlossenheit auf ihr Vorhaben. Geduckt lief sie über den schallschluckenden Teppichboden und horchte auf ihren eigenen keuchenden Atem. In dieser Nacht war sie gekommen, um etwas zu stehlen. Ihr Name stand noch an der Tür, das war beruhigend. Sie betete, dass keines der Schlösser ausgewechselt worden war. Wahrscheinlich warteten sie damit, bis sie gefeuert war. Doch als ihr Schlüssel passte und sie endlich in ihrem Büro stand, atmete sie erleichtert auf. Sie war sicherlich nicht mit einem gewieften Einbrecher gleichzustellen, doch was sie vorhatte, verstieß definitiv gegen die Vereinbarung mit ihrem Chef und grenzte an Kriminalität. Sie fragte sich, ob ihr ein scharfsichtiger Staatsanwalt, der ihren Fall übernehme, mit nüchternem Blick schwere Straftatbestände nachweisen würde. Vermutlich ja, vielleicht, möglicherweise. Keine Ahnung. Und ich an seiner Stelle? Eindeutig ja. Doch die Angst ging mit der Entschlossenheit, die sie hergeführt hatte, eine Mischung ein, die sich nur mit einer Obszönität zusammenfassen ließ. Scheiß drauf. Sie wusste nur, dass sie in etwas hineingeraten war, vor dem sie nicht weglaufen konnte. Ihre Nacht- und Nebelaktion diente einem einzigen Zweck, die Antwort auf Moths Frage zu finden, einen Mörder dingfest zu machen und auf diese Weise womöglich ihren Job zu retten. Falls es ihr gelang, wäre alles, was sie getan hatte und noch tun würde, ein kleiner Preis. Die Alternative wagte sie sich nicht auszumalen. Amtsenthebung, Festnahme, Strafverfahren. Schlimmer noch, die Schande zu wissen, dass durch ihr Versagen ein mehrfacher Mörder ungeschoren davon käme. Susan schloss leise die Tür zu ihrem Büro hinter sich. Sie wagte nicht, die Deckenlampe anzuknipsen, doch im dämmerigen Licht, das mitten in der Stadt von draußen hereinschien, schaute sie sich um und stellte fest, dass man alles leer geräumt hatte. Ihr Vorhaben war die einzige Möglichkeit, die Leere wiederzufüllen. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und schaltete den Computer an. Internetzugang der Strafverfolgungsbehörden. Sie schickte ein zweites Stoßgebet gen Himmel, das ihr Nutzername und Passwort seit ihrer Beurlaubung nicht gesperrt worden waren. Als die vertraute Eingangsseite erschien, fiel ihr ein Stein vom Herzen, auch wenn ihr der flüchtige Gedanke kam, was für ein schlampiger Umgang mit der Sicherheit. Sie machte sich an die Arbeit und zuckte bei den ersten Tasten, die sie drückte, wegen des Geräuschs nervös zusammen. Hoffentlich hörte sie niemand. Sie öffnete die Webseite einer Transportsicherheitsagentur. Sie wusste, dass ihre Recherche nicht anonym bleiben würde. Jeder Schritt von Webseite zu Webseite konnte zu ihrem Nutzernamen und ihrem Passwort zurückverfolgt werden, so sicher wie eine Unterschrift auf einem Blatt Papier. Und irgendwann wäre sie dran. Jeder Computerfahnder konnte eine Liste zusammenstellen, auf der er festhielt, was sie wann und wo eingegeben hatte. Jedes Festplattenlöschprogramm wäre dagegen machtlos. Wenn es um Computertechnologie ging, wären eher die Internetspezialisten ein Haus hoch überlegen. An sich war es ihr egal, doch von jetzt an tickte die Bombe. Wie viel Zeit blieb ihr, um einen Mörder zu finden? Minuten? Stunden? Ein Tag? Susan beugte sich zum Bildschirm vor und flüsterte, Verfluchte, Timothy Warner. Ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Wäre zu abwechslend mal ganz nett, meinen Job zu verlieren, weil ich das Richtige getan habe, auch wenn es ganz und gar illegal ist. Irgendwie komisch, dachte sie und zog ihren rechten Arm sachte aus der Schlinge. Für einen Moment kam sie sich wie eine Kriminelle vor, die einem anderen Kriminellen auf den Fersen ist. Sie tippte hastig, die meiste Zeit mit einer Hand, zwischendurch mit beiden, indem sie den Schmerz in ihrem rechten Arm überwand, um schneller durch das elektronische Labyrinth der Ermittlungsbehörden zu kommen. Moth betrachtete die schlafende Andy Candy. Er hockte auf seinem Schreibtischstuhl an seinem Laptop. Andys Tasche stand in der Nähe und er wusste, dass sie den Magnum darin aufbewahrte, doch für den Augenblick ließ er es dabei bewenden. Er wusste, wie erschöpft sie war. In der Zeit ihrer Jugendromance war sie einmal nach schweißtreibendem Sex von einer Sekunde auf die andere neben ihm eingenickt. Sie waren auf dem Rücksitz eines Autos zusammen gewesen, nicht originell, aber bei Nacht ungestört. Sie war nackt und in den Minuten, in denen sie schlief, hatte er versucht, sich jede Kurve ihres Körpers ins Gedächtnis einzuprägen. Damals hatte er so wie jetzt angesehen. Er wagte nicht zu hoffen, dass sie eine zweite Chance bekamen. Was sie derzeit miteinander verbannt, war etwas Dunkles, Mörderisches. Sobald sie das Licht am Ende des Tunnels sahen, würden sie sich wieder trennen. Es machte ihm Angst. Die Vorstellung, sie zu verlieren, war unerträglich. Die Erinnerung an die Zeit, als sie ein Paar waren, machte ihm bewusst, dass er für das Erwachsenwerden einen hohen Preis bezahlt hatte. Es hatte ihn gelähmt. Es hatte ihn in den Alkohol getrieben, an den Rand des Todes, bis ihn sein Onkel gerettet und unter seine Fittiche genommen hatte. Er fragte sich, ob er Andys Nähe dafür opferte, den Tod seines Onkels zu rächen. Ein Gedanke wie aus napoleonischer Zeit. Und trotzdem richtig. Unruhig rutschte er auf seinem Stuhl hin und her. Wie gerne hätte er sich neben sie in das schmale Bett gelegt, doch er wartete. Der E-Mail-Counter am Computer gab ein elektronisches Geräusch von sich. Das wird sie sein, dachte er. Er überlegte einen Moment, ob er Andy Candy wecken sollte. Er wusste, wie wertvoll ihre Sicht auf die Dinge für ihn war, doch er ließ sie schlafen. Noch eine Weile. Er öffnete die erste Mail. Kein Blair Monroe. Zwanzig mögliche Flüge, ein paar Anschlussflüge. Schicke sämtliche Listen. Morgen früh um sieben bei dir. Nach kurzem Zögern machte er sich daran, sämtliche Anhänge zu öffnen und auf seiner Festplatte zu speichern. Die nächste E-Mail piepte. Er öffnete sie sofort. Er las, Tod? Ich glaube nicht. Darunter das auf Seitenformat vergrößerte Führerscheinfoto von Blair Monroe von der Kfz-Behörde in Massachusetts. Er druckte das Foto aus und hielt es in der Hand. Moth starrte darauf und versuchte, in den Augen, der Form des Kinns, vielleicht sogar dem Haarschnitt oder den Lippen irgendeinen Hinweis darauf zu erkennen, dass er einen Mörder vor sich sah. Dass dieser Mann so normal aussah, jagte ihm einen Schauder über den Rücken. Sollte er Andy wecken und es ihr zeigen? Es konnte warten. Wenn feststand, dass das der Mann war, den er töten musste, gab es keinen Grund zur Hast. Lass sie wenigstens noch eine Weile schlafen. Ein paar Stunden vor Morgengrauen schlief Moth ein. Er nahm ein Kissen von seinem Bett und legte sich neben Andy Candy auf den Teppich, um sie nicht zu stören. Kurz schossen ihm vage Gedanken über Anstand und Sitzamkeit durch den Kopf, bevor er die Hose auszog und die Augen schloss. Andy erwachte vom ersten Dämmerlicht, das in die Wohnung drang. Als die Moth neben sich auf dem Boden sah, stand sie auf und trat sachte über ihn hinweg. So leise sie konnte, brühte sie Kaffee auf und spritzte sich an der Küchenspüle Wasser ins Gesicht, bevor sie zum Laptop ging und alles las, woran Moth gearbeitet hatte. Sie sah die Ausdrucke mit den Informationen, die Susan geschickt hatte. Als sie das Foto von Blair Munroes Führerschein vergrößert auf dem Computerbildschirm betrachtete, gingen ihr ganz ähnliche Gedanken durch den Kopf wie Moth wenige Stunden zuvor. Sie trank ihren Kaffee und setzte sich an den Schreibtisch, um die Passagierlisten durchzugehen. Als erstes schloss sie sämtliche Frauennamen aus. Dann strich sie alle Paare, leben sie wohl, Mister und Misses, mit gleichem Familiennamen. Du hast keine Frau, nicht wahr? flüsterte sie dem Foto zu. Keine Bonnie, die Clyde beim Morden hilft. Sie schwieg, als wartete sie auf eine Reaktion des Killers und flüsterte schließlich selbst. Nein, hätte mich gewundert. du warst von Anfang an allein und wirst auch so enden. Es war ihr bewusst, dass sie spekulierte und dass sie nicht viel von Mördern verstand, auch wenn sie sich inzwischen auf diesem Fachgebiet nicht mehr für naiv hielt. Du hast einiges übers Töten gelernt, bescheinigte sie sich. Die Listen der Transportsicherheit auf dem Schreibtisch enthielten auch die Geburtsdaten der Reisenden. Alle, die zu jung oder zu alt waren, fielen augenblicklich durchs Raster. Dabei setzte sie eine Spanne von 15 Jahren für das geschätzte Alter des Mörders an. Das Foto auf dem Führerschein war ein wenig unscharf, schwer zu sagen, wie alt er war. Älter als sie und Moth, älter als Susan. Eds Jahrgang wurde ihr klar, als sie ihn eine Weile gemustert hatte. Oder ziemlich nah dran. Sie grenzte die Kandidaten weiter ein. Männer, die allein reisten zwischen 45 und 60 Jahren. Dabei führte sie weiter leise Selbstgespräche. Hast du einen Geschäftsmann gespielt, der zu einem wichtigen Abschluss unterwegs ist? Oder einen Touristen, der gerädert heimfliegt, nachdem er sich an der South Beach den Stoff seiner Wahl reingezogen hat? Oder den treusorgenden Sohn, der in einem der Hochhäuser in Nordmiami seine greisen Angehörigen besucht hat? Welches Bild wolltest du abgeben, hä? Mit der Wahrheit hatte es jedenfalls nicht das Geringste zu tun. Die Namen, die ausschieden, strich sie durch. Als sie fertig war, blieben noch 25 Männer, die nach Norden geflogen waren und ins Profil passten. Hinter einem dieser Namen verbarg sich entweder eine verkohlte Leiche in einem Wohnmobil am Rande eines hinterwäldlerischen Cuffs in Massachusetts oder ein Killer, der alle Verfolger hinters Licht geführt hatte und nun in dem Luxus schwelgte, für den Rest seines Lebens unerkannt zu bleiben. Sie tippte, dass die Luxusversion zutraf. Wir waren nahe dran, aber bei Leibe nicht so nah, dass du dich deswegen umgebracht hättest, oder? Je länger sie den Blick in den Mörder bohrte, desto mehr Fragen kamen ihr in den Sinn. Du warst clever genug, den Tod anderer Menschen zu planen. Warum nicht deinen eigenen? Sie stellte sich Morde vor, die vor Publikum auf einer Bühne stattfanden. Wie ein Schauspieler verneigte sich der Mörder, den sie suchten, und machte unter tosendem Applaus seinen Abgang. Moth rührte sich. Sie sah auf, erstreckte die steifen Glieder. Morgen, sagte Andy Candy strahlend. Kaffee für dich. Moth brummte etwas, rappelte sich hoch und verschwand ins Bad. Eine heiße Dusche und kräftiges Zähneputzen halfen ein wenig gegen die Benommenheit, die allzu große Anspannung, Schlafentzug und zunehmende Angst mit sich brachten. Als er herauskam, bemerkte Andy sein nasses Haar. Gute Idee. Hast du ein trockenes Handtuch für mich? Er nickte. Wirf mal einen Blick darauf, während ich dusche, sagte sie und schob ihm ihre Namensliste hin. Moth setzte sich mit seinem Kaffeebecher an den Schreibtisch, um sich anzusehen, was Andy herausgefunden hatte, ertappte sich jedoch dabei, wie er auf jedes Geräusch aus dem Badezimmer horchte und in Erinnerungen an ihren nackten Körper schwelgte. Dieser Morgen fing so an wie bei einem alten Ehepaar, mit einem feinen Unterschied. Ein kurzer Wortwechsel, ein bisschen aufräumen, heißer Kaffee, langsam in die Gänge kommen, planen, wie man jemanden umbringt. Seit Tagen hatte er nicht mehr diese Rachsucht gespürt, die ihn nach dem Tod seines Onkels beherrscht hatte. Doch beim Anblick der Liste regte sie sich wieder. Wo steckst du? fragte er jeden Namen und dann, wer bist du? Und schließlich, wo finde ich dich? Mit jeder Frage wurde sein Flüsterton rauer. Susan Terry zögerte, bevor sie an Moth Tür klopfte. Erst vor wenigen Tagen hatte sie genau dort gestanden und ihn mit der Pistole bedroht, weil sie in ihrem zugedröhnten Kopf felsenfest davon überzeugt gewesen war, dass niemand anderes als der versoffene Geschichtsstudent sie bei der Polizei verpfiffen und der alles kaputt gemacht hatte, was sie mit eiserner Willenskraft zusammenhalten wollte. Sie zuckte die Achseln und klopfte. Als Moth aufmachte, sagte sie ohne Gruß, ich hab nicht viel Zeit, für Punkt 9 hat mich mein Boss zu sich bestellt, um mir die Leviten zu lesen oder vielleicht auch meine Rechte. Bis dahin müssen wir uns auf den nächsten Schritt einigen, denn ich schätze mal, um 9.01 Uhr setzt er mich vor die Tür und ich bin am Arsch. Moth nahm sie mit zum Schreibtisch, auf dem sich in den Wochen seit dem Tod seines Onkels die Papiere gestapelt hatten und ungeordnet herumlagen. Er sah wie Susan angesichts des Durcheinander das die Nase rümpfte. Als er ihr gerade die Liste hinhielt, kam Andy Candy aus der Dusche und kämmte sich das feuchte Haar. Einer von denen muss es wohl sein, sagte er. Die hat Andy Candy aus den Sachen herausgefiltert, die du geschickt hast. Gut möglich, dass er da draufsteht. Susan blickte von einem zum anderen. Bis zu diesem Moment hatten sie sich keusch wie Bruder und Schwester benommen und Susan nahm im Geiste Witterung auf, um zu sehen, ob sich daran etwas geändert hatte. Als sie nichts weiter auffiel, ließ sie es auf sich beruhen, auch wenn irgendwo in ihrem Hinterkopf die Alarmglocken läuteten. Die Situation war auch ohne die explosive Mischung von Tod und Liebe kompliziert genug. Was soll's, dachte sie. Wir haben andere Sorgen. Sie sah sich die Liste an. Unverheiratete Männer, die allein reisen, alle in der richtigen Altersspanne, sagte Andy. Susan nickte. Du denkst wie ein Cop, Andy, sagte sie. Andy lächelte. Danke, aber weiter komme ich nicht ganz. Wie grenzen wir sie noch weiter ein? Alle drei schwiegen. Moth's Blick wanderte von den Papieren zu Susan, zu Andy Candy und wieder zu den Stapeln auf dem Schreibtisch. Wie erkennt ein Historiker anhand der spärlichen, verstreuten Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, welche Faktoren auf bestimmte Ereignisse eingewirkt haben. Als er so heftig Atem holte, dass es nicht zu überhören war, drehten sich die anderen beiden zu ihm um. Ich weiß wie, sagte er. Schuss ins Blaue, dachte Susan, als sie durch das Labyrinth der Schreibtische zum Eckbüro des Bezirksstaatsanwalts eilte. Andererseits. Für einen Schuss ins Blaue nicht übel. Gewöhnlich bewachte die Sekretärin ihres Vorgesetzten den Eingang zu seinem Büro wie ein Cerberus und rang sich nur selten zu einem Lächeln durch. Doch als sie Susan kommen sah, blickte sie von ihrem Computer auf und schüttelte den Kopf. Susan, Sie Arme, das sieht ja schlimm aus. Wie fühlen Sie sich? Susan riss einen Witz, um die Luft rauszulassen. Ach, Sie sollten mal den anderen Burschen sehen. Die Sekretärin lächelte gequält. Dann deutete sie auf die Tür zum Chefbüro. Er wartet schon auf Sie. Gehen Sie gleich durch. Susan nickte, stürmte los, blieb jedoch abrupt stehen. Das gehörte zu ihrer kleinen Darbietung und war wohl kalkuliert. Was sie zu erledigen hatte, musste geschehen, bevor sie gefeuert wurde, falls die Unterredung damit endete. Ähm, ich überlege nur gerade. Geistesabwesend starrte sie zu Boden, schien es sich jedoch anders zu überlegen. Es bringt wahrscheinlich nichts. Was denn? fragte die Sekretärin. Susan setzte zum Sprung an. Ich habe eine Namensliste von der Transportsicherheit. Zu jedem müsste ich die Führerscheindaten ziehen. Mit einem hilflosen Blick auf ihren Arm in der Schlinge fügte sie hinzu, brauche im Moment eine Ewigkeit an der Tastatur. Ach so, das kann ich für Sie erledigen, erbot sich die Sekretärin. Sache von ein paar Minuten. Hat das was mit Ihrer Ermittlung zu tun? Ja, natürlich, bestätigte Susan. Die Ermittlungen, die ihr Chef in die Welt gesetzt hatte, schien sich herumgesprochen zu haben. Umso besser. Sie lächelte. Die Sekretärin hatte mit Sicherheit Zugang zu den landesweiten Datenbanken sämtlicher Vollzugsbehörden. Kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Sie reichte der Frau Andy Candys Liste. Jetzt musste sie nur noch deichseln, dass sie nicht in den nächsten Sekunden gefeuert wurde. Mit schlafwandlerischer Sicherheit wechselte sie zwischen der Geschichte, die sie sich zurechtgelegt hatte, und spontaner Improvisation. Die Widersprüche ihrer Story, die sie im Eiltempo herunterrasselte, zielte darauf ab, Fragen aufzuwerfen und Zeit zu schinden. Ich weiß, was Sie angeordnet haben, aber es ging um einen geschlossenen Fall, bei dem im Nachhinein Zweifel aufgekommen waren und bei den Suchtproblemen, denen ich kämpfe, können ungeklärte fragenberufliche Natur Rückfälle provozieren. Da ich eisern entschlossen bin, mich in den Griff zu kriegen. Sie sprudelte, wollte ihren Chef überzeugen, ihn milde stimmen, andererseits nicht high oder manisch erscheinen, und so erforderte ihr Auftritt eine Mischung aus rationaler Argumentation und emotionaler Dringlichkeit. Die jungen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren von Ed Warners Tod persönlich betroffen und haben ernste Zweifel an unseren Ermittlungen angemeldet, die meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen sind. Sie versuchte, vom Gesicht des Dezernatsleiters abzulesen, ob ihr Redeschwall Wirkung zeigte. Stirnrunzeln, hochgezogene Augenbrauen, ein Nicken, Kopf schütteln. Sie preschte weiter voran. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß ja, wie Sie es hassen, wenn ein offiziell geschlossener Fall noch einmal in ein kritisches Licht rückt. Im Grunde war es eine therapeutische Maßnahme für mich, ein kurzer Flug, um mit dem potenziellen Zeugen zu sprechen, mit einem Vernehmungsprotokoll in der Tasche zurückzukehren und den Fall endgültig in trockenen Tüchern zu haben. Hieb und Stich fest, keine losen Enden und das wär's dann gewesen. Sie registrierte ein betrübtes Lächeln. Ihr Chef war der Letzte, der sich hinsichtlich trockener Tücher Illusionen hingab. Doch einmal in Fahrt war sie nicht zu bremsen. Ich hatte einen einzigen Tag dafür veranschlagt, um pünktlich zum nächsten Treffen meiner Selbsthilfegruppe wieder da zu sein und zu dem Termin mit einem Therapeuten, so wie Sie es mir gesagt haben. Susan zuckte die Achseln. Wie hätte ich ahnen sollen, dass der Bursche, den ich unter die Lupe nehmen wollte, ein Meth-Labor in seinem alten Wohnmobil versteckt und, als er uns kommen sieht, in Panik gerät, weil er denkt, er wäre aufgeflogen. Und wie hätte ich vorhersehen sollen, dass der Kerl beschließt, sich in Glanz und Gloria in die Luft zu jagen? Gütiger Himmel, wir hätten alle draufgehen können. Aber wir haben mächtig Glück gehabt und dieser örtliche Polizist war einsame Klasse. Vielleicht wäre der eine Bereicherung für unsere Ermittlungsabteilung. Jedes Wort zielte darauf ab, ein mörderisches Desaster nicht nur zu verharmlosen, sondern das Gute daran zu zeigen. Dafür, wie sie herausgestrichen hatte, dass sie unbedingt einen Fehler bei einem Fall ausbügeln wollte, klopfte sie sich innerlich auf die Schultern. Wie bei jedem leitenden Staatsanwalt schrillten bei ihrem Chef die Alarmglocken, wenn er fürchten musste, dass seine Abteilung negative Schlagzeilen machte, weil sein Team etwas vergeigt hatte und von der Öffentlichkeit als unfähig wahrgenommen wurde. Wenn er selbst als unfähig wahrgenommen wurde. Ich weiß, Chef, sieht aus, als hätten wir auf der ganzen Linie Scheiße gebaut. Ich will da wahrlich nichts beschönigen, aber ich habe in bester Absicht gehandelt. Das nahm er ihr ab. Zu ihrer Überraschung. Er änderte nichts an ihrem Status, sondern entließ sie mit einer letzten Warnung, dass es keine weiteren Vorkommnisse geben dürfe, die sie bei ihrem Entzugsprogramm zurückwerfen könnten. Sie wusste, dass er jedes Wort meinte, das er sagte. Dünnes Eis, das soeben noch ein wenig dünner geworden war. Doch solange sie behutsam auftrat, würde es nicht brechen. Auf ihrem Weg nach draußen, zurück in den Entzug, reichte die Sekretärin Susan einen großen Umschlag. Sie fühlte den Stoß Papiere darin. Sie war so heiß auf die Informationen, dass sie meinte, mit den Fingern Löcher in den Umschlag zu brennen. Die Jagd auf den Killer ging in die letzte Runde. Susan widerstand der Versuchung, den braunen Umschlag aufzureißen, bevor sie wieder in Moths Wohnung war. Also, Mr. Warner, sagte sie in förmlichem Ton, hier sind die Informationen, um die Sie gebeten haben. Aus dem Augenwinkel heraus saß Susan wie Andy Candy erbleichte. Was in diesem Umschlag steckte, war entweder vollkommen irrelevant oder brandgefährlich. In letzterem Fall gab es, wenn er erst geöffnet war, kein Zurück. Als die älteste Person und einzige professionelle Strafverfolgerin im Raum fühlte Susan sich dazu verpflichtet, die anderen beiden darauf hinzuweisen. Seid ihr sicher, dass ihr sehen wollt, was da drin steckt? Moths schluckte. Darum ging es schließlich von Anfang an, nicht wahr? Stimmt. Nur, dass bis jetzt keiner von uns das Gesetz gebrochen hat, eigenwillig ausgelegt vielleicht, oder irgendetwas getan hat, was ich oder jemand wie ich erfolgreich vor Gericht bringen könnte. Nein, ich glaube nicht. Bis jetzt. Ich warte auf das Aber. Richtig. Wenn du jetzt diesen Umschlag aufmachst und danach tust, wozu du, wie du immer wieder beteuert hast, fest entschlossen bist, liegt der Fall vollkommen anders, nicht wahr? Verabredung zu einer Straftat nennt man das. Susan sprach in demselben Ton wie bei ihrem ersten Gespräch mit Moth in ihrem Büro. Moth antwortete nicht, sondern starrte nur auf den Umschlag. Susan wechselte zu einer freundlicheren Stimmlage, was die unerbittlichen Konsequenzen, die sie ihm vor Augen führen, musste nun noch unterstrich. Sieh mal, Timothy, ich weiß, was du dir vorgenommen hast, aber hast du das alles wirklich zu Ende gedacht? Ich halte dich nicht für einen Kriminellen und ich kann mir nicht denken, dass du einer werden willst, aber darauf läuft es hinaus. Sollten wir nicht die Köpfe zusammenstecken und nach Alternativen suchen? Alternativen haben uns um ein Haar das Leben gekostet, antwortete er. Ich möchte nur, dass du dich in aller Ruhe fragst, fing Susan an, doch Moth fiel ihr ins Wort. Tun wir das nicht die ganze Zeit, Susan, platzte er heraus. Jeden Tag. Bleiben wir heute nüchtern oder fallen wir heute um? Diesmal blieb Susan stumm. Ich hab es satt, sagte Moth. Ich will das hinter mir lassen. Ich will mich ändern. Als Moth nach dem Umschlag griff, zitterte ihm die Hand, doch nicht aus den gewohnten Gründen, am Morgen nach einer durchzechten Nacht. Er spähte zu Andy Candy hinüber, die wie erstarrt neben ihm stand, weil sie begriff, dass sie es von diesem Moment an nicht mehr mit einer intellektuellen Herausforderung mit unzähligen Puzzleteilchen zu tun hatten, die darauf warteten, zusammengefügt zu werden, sondern dass daraus blutiger Ernst geworden war. Andy, sagte Moth ruhig. Ich verstehe Susans Warnung. Das hier ist möglicherweise der Zeitpunkt, von dem ich neulich gesprochen habe. Du weißt schon, wenn du siehst, dass ich völlig übergeschnappt bin. Wenn du gehen möchtest, wäre das hier wohl der richtige Moment. Du gehst durch die Tür, ohne dich noch einmal umzusehen. Jedes Wort blieb ihm beinahe im Halse stecken und er hatte das Gefühl, daran zu ersticken. In Bruchteilen von Sekunden sah er die verschiedenen Möglichkeiten vor sich. Jeder eine Sackgasse, keine ein Ausweg aus ihrem Dilemma. Wenn sie geht, bin ich ganz auf mich gestellt. Und was sollen wir machen, wenn sie bleibt? Zwei Stimmen redeten wir ein Trommelfeuer auf Andy Candy ein. Hau ab! Hau ab! Hau schon endlich ab! Und die andere? Auf keinen Fall! Du machst einen gewaltigen Fehler, hielt sie der ersten Stimme entgegen. Und? Was wäre daran neu? Soll ich all die Fehler aufzählen, die ich schon begangen habe? Nenne mir einen guten Grund, wieso ich gerade jetzt damit aufhören sollte. Als Andy Candy den Kopf schüttelte, fiel Moth ein Felsbrocken von der Seele. Ohne ein Wort nahm Andy Candy Moth den Umschlag aus der Hand. Sehen wir mal, was es da drin zu sehen gibt, sagte sie mit wackeliger Stimme. Vielleicht ist er gar nicht dabei. Vielleicht doch. Vielleicht nicht mit Bestimmtheit. Erst danach können wir darüber reden, wie es weitergeht. Der kurze Aufschub der schrecklichen Entscheidung gab ihr wieder Mut. Sie beugte sich über den Schreibtisch und nahm das Foto von Blair Monroe zur Hand. Ob es sich dabei um den Toten in Massachusetts handelte oder nicht, hatte die dortige Forensik zu entscheiden. Der Mann, der sie angerufen und in absolute Panik versetzt hatte, sagte ihr Bauchgefühl, war ihnen viel näher. Sie legte das Führerscheinbild des Toten oder lebendigen Mörders auf den Tisch und öffnete den braunen Umschlag. In der Manier eines Gameshow-Moderators zog sie ein Blatt heraus. Als sie es zum Abgleich neben das Monroe-Foto legte, blickten ihr die anderen beiden atemlos über die Schulter. Ein Mann aus einem Vorstadtviertel von Hartford, Connecticut. Nein, sagte Susan. Timothy? Stimme dir zu, ist er nicht. Das nächste Bild. Ein Mann aus Northampton, Massachusetts. Nein, sagte Moth. Falsche Haare, falsche Augen, falsche Körpergröße. Stimmt, bestätigte Susan. Ein drittes Foto. Ein Mann aus Charlotte, North Carolina. Alle drei beugten sich über die Aufnahme. Eine gewisse Ähnlichkeit war nicht zu übersehen und die Sonnenbrille erschwerte ihr endgültiges Urteil. Eine Sekunde lang hielt Andy Candy die Luft an. Doch dann erkannte sie, dass es der Falsche war und atmete langsam aus. Weiter, sagte Moth. Das nächste. Andy Candy fühlte sich an das Spiel Memory erinnert, bei dem man zuerst sämtliche Karten offen auslegte, um sich ihre Position einzuprägen und aus den umgedrehten, den neutralen, rückenzeigenden Karten aus dem Gedächtnis die Pärchen aufdecken musste. Sie griff in den Umschlag und holte das nächste Bild heraus. Ein Mann aus Key West, Florida. Andy Candy schnappte nach Luft. Sie wollte schreien und nicht wieder aufhören, bis sie keinen Ton mehr herausbekam. Stattdessen steckte sie stumm die übrigen Blätter in den Umschlag zurück, trat ans Spülbecken und goss sich ein Glas Wasser ein. Sie trank es in wenigen Zügen aus, ohne zu merken, ob es heiß oder kalt war. Moth hätte nicht sagen können, wie lange es ihnen allen die Sprache verschlagen hatte. Vielleicht nur wenige Sekunden. Es kamen ihm wie Stunden vor. Als er sich schließlich räusperte und das Schweigen brach, hörte er seine eigene Stimme mit Echo-Effekt wie bei einem Ferngespräch, wenn die Verbindung schlecht ist. Also, Susan, sagte er ruhig, sag mir, wie ich ungestraft mit einem Mord davon komme. Andy Candy fühlte sich an einen Literaturkurs erinnert im dritten College-Jahr, als sie noch nicht vergewaltigt war. Heftige Diskussionen über Existenzialismus. Die einzige ernsthafte Frage ist die, ob man sich umbringen will oder nicht. Sie versuchte, sich zu erinnern. War das von Sartre oder Camus? Jedenfalls einer von beiden. Sie schielte zu Susan Terry hinüber. Zwischen Hammer und Amboss. Ihr Gesicht sprach Bände. Sie wagte nicht, Moth anzusehen, doch sie versuchte, sich vorzustellen, was er dabei empfinden musste, den Mann, der seinen Onkel ermordet hatte, auf einem so banalen Dokument wie einem Führerschein vor sich zu sehen. Seltsamerweise wich die Verwirrung in diesen Minuten einer Klarheit, in der sich für Andy Candy die Puzzleteile wie von selbst langsam zusammenschoben und sich verzahnten. Sie warf einen verstohlenen Blick auf das Foto des Killers, doch in ihrem Kopf verwandelte es sich in das grinsende Gesicht des Jungen, der sie gefögelt und geschwängert und sie hilflos liegen gelassen hatte. Bring sie alle um. Kurzes Schweigen. Timothy, das kann ich dir nicht sagen, antwortete Susan. Du kannst nicht oder du willst nicht, fragte Moth. Susan ignorierte die Frage. Ich sag dir, was wir machen sollten. Meinen Chef anrufen und alles, was wir haben, der Kripo übergeben. Die bereitet es so auf, dass es für eine Anklage reicht. Verhaften ihn. Es kommt vor Gericht. Kompliziert, sicher, aber möglich. Komm schon, Timothy, du bist dabei, die größte Dummheit deines Lebens zu begehen. Sollen sich die Experten damit herumschlagen? Moth schwieg und fing dann nachdenklich an. Eins würde mich interessieren, Susan, bei einem Mordprozess, da musst du mehr als einmal, nehme ich an, festgestellt haben, dass deine ganze schöne Anklage haltlos in sich zusammenfallen würde, wenn dir auch nur ein einziges Glied, ein einziges kleines Indiz, irgendetwas, das vielleicht übersehen oder missverstanden wurde, in deiner Beweiskette fehlt. Ich denke, nicht der Straftäter weiß am besten, wie er sich der Verhaftung und dem Knast entzieht. Dafür steckt er viel zu tief in der Scheiße, in die er sich reingehalten hat. Nein, nicht der Straftäter, sondern der Cop oder ein Staatsanwalt, jemand wie du, Susan, der den Fall im Nachhinein aufrollt. Susan Terry nickte. Ja, sagte sie. Das ist eine logische und zutreffende Schlussfolgerung. Sie klang wie eine Juradozentin. Demnach wüsste rein theoretisch, ein erfahrener Vertreter der Strafverfolgung am besten, welche Fallen oder Fehler zu vermeiden sind. Susan nickte. Sie kam sich vor, wie auf einem fremden Planeten, auf dem Tod und Blutvergießen wie in einem Debattierclub abgehandelt wurden. Na schön, beharrte Moth. Einigen wir uns darauf, dass alles, was wir hier besprechen, rein hypothetisch zu verstehen ist, ja? Susan sah, worauf er hinaus wollte. Sie ließ ihn gewähren und ignorierte die Stimme in ihrem Inneren, die ihr zuschrie, dieser Unterredung auf der Stelle ein Ende zu setzen. Rein hypothetisch und ganz allgemein, wiederholte Moth. Je mehr ihn die Wut auf den Mörder packte, desto unterkühlt er wurde sein Ton. Wo genau unterlaufen den Leuten die entscheidenden Fehler, sodass sie wegen Mordes verhaftet werden? Susan holte tief Luft, zwecklos, sich dagegen zu stemmen. Nach meiner Erfahrung, aber wie gesagt, rein hypothetisch, ist es die Verbindung, die Beziehung zwischen Täter und Opfer. Was haben beide gemein? Wo und weshalb kreuzen sich ihre Wege? In den meisten Fällen kennen sie sich oder haben geschäftlich miteinander zu tun. Die Polizei versucht immer herauszubekommen, wo ihre Wege zusammenlaufen. Moth hatte sich unwillkürlich wie ein Raubtier vorgebeugt. Am schwersten sind demnach Morde aufzuklären bei denen auf Anhieb keine Verbindung zu erkennen ist ja oder nicht aufgedeckt wird. Zufall. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ohne Zeugen. Oder es gibt eine falsche Fährte, die von der eigentlichen Verbindung ablenkt, such dir das Beste raus, Timothy. Es sind Morde, bei denen das Motiv nicht klar ist und wir nicht erkennen können, wie Person A mit einer Waffe an den Ort kommen sollte, an dem sich Person B auffällt. Moth dachte fieberhaft nach. Susan sah, wie es in seinem Kopf arbeitete. In diesem Moment schaltete sich Andy Candy ein. Mit anderen Worten wie bei einem Kerl, der den Mitgliedern einer Gruppe von Medizinstudenten nach Jahrzehnten auflauert, um sich für etwas zu rächen, das sie seiner Meinung nach irgendwann einmal getan haben. Sie haben es längst vergessen, etwas aus ihrem Leben gemacht, nur dieser Mörder nicht. Ihr Ton triefte vor Zynismus und Andy fühlte sich gut dabei, als hätte sie die Tür zu einem Kühlraum geöffnet. Susan gab sich alle Mühe, die Bemerkung zu ignorieren. An Moth gewandt fuhr sie fort. Aber vergiss nicht, auch mithilfe der Forensik kann man solche Bezüge ermitteln. Natürlich nicht wie im Fernsehkrimi. Indiz Nummer 1 plus Indiz Nummer 2 und Bingo, schon haben wir den Mörder. Aber sie können Fingerabdrücke abgleichen, Haarproben nehmen, DNA analysieren, das ganze Programm. Das dauert natürlich. Aber was am Ende dabei rauskommt, hat Bestand. Moth blickte zu den beiden Fotos auf dem Tisch hinüber. Er nahm das Bild, das von Blair Monroe's Führerschein aus Massachusetts stammte. Ich weiß, was mich mit diesem Mann verbindet, sagte er leise. Dann legte er das Foto zurück und griff nach dem zweiten. Stephen Lewis, Angela's Sweet Key West. Aber was verbindet mich mit dieser Person, fragte er. Susan ließ sich mit ihrer Antwort Zeit. Nur ich und das, was ich getan habe, sagte sie leise. Moth hielt beide Fotos hoch. Und was verbindet deine Meinung nach diesen Mann mit diesem Mann? Susan schnappte hörbar nach Luft, als würde sie in dieser Sekunde Zeugin eines Mordes. Sie wusste nicht, ob es Moth genauso ging. Falls er so clever ist, wie wir denken, höchstwahrscheinlich rein gar nichts. Moth huschte ein schwaches Lächeln übers Gesicht. Auf Wiedersehen, Susan, sagte er. Wenn du mich fragst, solltest du heute Abend zur Redeemer One gehen. Ja, unter allen Umständen. Lass nichts und niemanden dazwischen kommen. Und sei diesmal pünktlich. Und melde dich zu Wort. Sprich dich aus über sämtliche Probleme in allen Einzelheiten, sodass es bei den anderen haften bleibt und keiner von ihnen auch nur einen Moment zögert, falls ihn jemand fragen sollte, ob du da gewesen bist. Ein einseitiges Gespräch. Überstürze nichts. Du kannst dir deine ganze Zukunft versauen. Die schnappen dich. Meinst du etwa, ich könnte dich beschützen? Denk mal darüber nach. Das werde ich schön bleiben lassen. Mord ist kein Kinderspiel, Timothy. Genauso wenig eine akademische Übung. Mord ist sehr real, abscheulich und man muss schon sehr hartgesotten sein, um so etwas über sich zu bringen. Du hast nicht das Zeug dafür. Meinst du allen Ernstes, du kannst diesem Mann in die Augen sehen und ihn abknallen? Die Frage solltest du dir erstmal selber stellen, ne? Das mag in Hollywood leicht aussehen, aber da fließt nur Schweineblut, Timothy. Vergiss das nicht. Meinst du wirklich, du kannst abdrücken? Die Polizei ist nicht auf den Kopf gefallen, Timothy, und die haben jede Menge Zeit. Bei Mord gibt's keine Verjährungsfrist und die verfügen über Mittel und Wege, da würdest du dir die Augen reiben. Weiter beharrliches Schweigen. Alle Bedenken, Ratschläge, Mahnungen, mit denen sie ihn bombardierte, schienen zu verpuffen. Nenn mir einen guten Grund, wieso ich, wenn ich morgen die Zeitung aufschlage und von einem Mord auf Key West lese, nicht augenblicklich zum Morddezernat der städtischen Kripo marschiere und sage, ich weiß, wer das war. Selbst wenn ich es nicht tue, früher oder später, haben die ihr Puzzle zusammen. Vielleicht später, aber irgendwann haben sie's. Und dann bist du dran. Also gut, meinetwegen, töte den Mann und genieß die letzten 48 Stunden in Freiheit, Timothy. Und mal dir aus, was du alles mit deinem Leben hättest anfangen können. Werden die kürzesten 48 Stunden deines Lebens sein, in denen du damit rechnest, dass es gleich an deiner Tür klopft. Und falls du mit dem Gedanken spielst zu Türmen, vergiss es. Bringt nichts. Und wenn du dir den besten Strafverteidiger in ganz Miami nimmst, du wanderst in den Knast. Und weißt du, was sie da mit netten weißen Jungen machen, die wegen Mordes einsetzen? Los, Timothy, ein bisschen Fantasie. Wenn du dir dann das Schlimmste ausgemalt hast, multipliziere es mit Faktor 10 und du hast es in etwa getroffen. Wieder eine Pause in Erwartung einer Antwort, die nicht kam. Timothy, bitte, sei kein Idiot. Du bist klug und gebildet. Dir steht die ganze Welt offen. Werf das nicht alles weg, bloß weil du dir Rache geschworen hast. Ein Lächeln, Kopfschütteln, eine so drückende Stille im Raum wie Sirenengeheul. Susan gab es auf, ihre zunehmende Frustration zu unterdrücken, als sie das schwerste Geschütz auffuhr. Und Andy, reist du mit ins Verderben? Vielleicht auch mich, selbst wenn ich mich kooperativ zeige und gegen dich aussage. Diesmal kann ich meinen Job wirklich vergessen. Wahrscheinlich ist meine ganze Karriere im Eimer. Ich koennte selbst in den Knast wandern, aber das ist nicht zum Vergleich zu dem, was Andy erwartet. Willst du, dass sie für den Rest ihres Lebens hinter Gitter kommt? Einmal tief durchgeatmet, dann Moths schlichte, unmögliche Antwort. Nein. Und wieder schweigen. Susans letzte, hilflose Frage. Also? Eine Luege. Das lasse ich nicht zu. Auf Wiedersehen, Susan. Bis morgen Abend in der Redeemer One. Ein allerletzter, verzweifelter Versuch. Andy, bitte! Lass das nicht zu! Und Andys Antwort, wie aus der Pistole geschossen. Ich war noch nie gut darin, Moth irgendetwas auszureiten, egal ob gut oder schlecht. Wenn er sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, ist er störrisch wie ein Esel. Ein Klischee, aber zutreffend. Susan blickte von einem zum anderen. Plötzlich erschienen sie ihr sehr jung. Also dann? Scheiß drauf, sagte sie und wandte sich zum Gehen. An der Tür drehte sie sich noch ein letztes Mal um. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. In Sekundenschnelle versuchte sie abzuschätzen, was sie sich selbst mit der Geschichte einhandelte. Nicht wenig. Mitwisserschaft. Beihilfe vor der Tat, so viel stand fest. Beihilfe nach der Tat? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Eine Reihe von Tatvorwürfen, die sie selbst gegen denjenigen vorgebracht hätte, stürmten auf sie ein. Ihr standen die entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch vor Augen. Sie hätte sie notfalls sogar wortwörtlich zitieren können. Die Anwältin in ihr spielte mit dem Gedanken rasch eine kurze Erklärung aufzusetzen, die sie von sämtlichen kriminellen Handlungen freisprach. Doch dafür war es zu spät. Denn Moth hielt ihr die Tür auf und wiederholte, Auf Wiedersehen, Susan. Ihr juckte es in den Fingern, ihm eine schallende Ohrfeige zu verpassen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Doch sie trat auf den Flur und als sich die Tür hinter ihr schloss, fühlte sie sich so einsam wie nie zuvor. Moth nahm das Führerscheinfoto von Stephen Lewis, wohnhaft in Angela Street, Key West, und ging zu seinem Laptop. Ein paar Mausklicks und was auch immer es zu diesem Namen an Informationen gab, wäre schnell ausfindig gemacht. Die Finger über der Tastatur sagte er, Sie hat natürlich recht. Recht womit, stellte sich Andy Candy dumm. Mit allem, erwiderte Moth. Dem Risiko, dem Dilemma, den Folgen. Ich sollte mir nichts vormachen. Es klang nicht überzeugend. Er überlegte, bevor er hinzufügte, und mit uns auch. Auch da lag sie richtig. Ich darf dich nicht weiter um Hilfe bitten. Du musst gehen sofort. Egal, was passiert, das ist ganz allein meine Sache. Susan hat uns gewarnt, nicht unsere Zukunft wegzuschmeißen. Sie hat kein Argument ausgelassen, und jedes davon war vernünftiger als das, was ich vorhabe. Oder zu was ich fähig bin, auch das hat sie durchschaut. Er schüttelte den Kopf. Aber ich muss es wenigstens versuchen. Andy Candy wusste, dass sie sich bei ihrer nächsten Entscheidung vom gesunden Menschenverstand leiten lassen sollte und sonst gar nichts, begriff jedoch im selben Moment, dass die Entscheidung längst gefallen war. Moth, sagte sie leise, ich lasse dich jetzt nicht allein. Das war die beste und schlimmste Entscheidung zugleich. Was ist Recht und was ist Unrecht, dachte sie. Ein Unrecht kann richtig sein, das richtige Unrecht, beides in einem. Ganz sicher traf das auf ihr Vorhaben zu. Wenn ich eine Zukunft hatte, sagte Moth bedächtig, dann nur dank Onkel Ed. Wenn wir das hier alles der Polizei übergeben, verschwindet der Mörder wieder, bevor sie ihn schnappen. Vielleicht hat er ja noch irgendwo eine andere Identität, vielleicht auch zehn. Und egal, wie viel Druck Susan macht und wie viele Fahndungshandzettel das FBI rausgibt, sie werden ihn nicht finden. Alle Naselang tauchen in den USA Leute ab, und wenn so einer dann nach 20, 30 Jahren den Kopf mehr oder weniger zufällig ins Netz geht, steht's groß in den Zeitungen. Radikale aus den 60ern sind über Jahre verschwunden. Und was ist mit diesem Kerl, diesem Boston-Gangster? Das Gesicht hing in jeder Postfiliale und bei den Meistgesuchten des FBI war er unter den Top Ten. Aber gefunden haben sie ihn erst Jahrzehnte später. Doch das nur durch Zufall. Unser Mann hier aber scheint jemand zu sein, der nichts im Leben dem Zufall überlässt. Andy Candy wollte pragmatisch sein. Er wird uns umbringen, Moth, Sophie steht fest. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann schlägt er zu, wenn ihm danach ist. Das war nicht neu, doch als sie es laut aussprach, versetzte es sie in Panik. Mein Gott. Moth nickte. Also was? Gibt es einen Plan? fragte sie. Vielleicht haben wir Glück und er ist gerade nicht auf Key West und widersprach sich im selben Moment. Vielleicht wäre das unser Pech. Ja, antwortete er, als er sich wieder seinen Internetrecherchen zuwandte und schickte die Einschränkung hinterher. Sowas in der Art. Von Isla Morada nach Tavernier, weiter nach Long Key, Grassy Key, Beria Honda, No-Name Key und etlichen mehr. Der Overseas Highway schlängelte sich von den südlichen Ausläufern Miamis, immer am Rande der Everglades entlang über nahezu 1700 Inseln bis hinunter nach Key West. Die Aussicht ist grandios. Der Golf von Mexiko auf der einen Seite, der Atlantische Ozean auf der anderen, glitzernde Sonne, eine endlose Palette von blau bis grün. Moth liebte die berühmte Seven-Mile-Bridge, in Wahrheit nur 6,79 Meilen lang. Wie immer saß Andy Candy am Steuer. Trotz des späten Nachmittags herrschte kein dichter Verkehr. Sie fuhr vorsichtig, nicht nur, weil der Highway immer wieder zwischen zwei und vier Spuren wechselte, sowie durch Einkaufszentren und Yachthäfen führte, sondern weil sie vermeiden wollte, dass sie ein einfacher Verkehrspolizist der Staatspolizei herauswinkte und ihren ganzen Plan zunichte machte. In einem Rucksack hatte sie neben dem vollgeladenen Magnum eine abgetragene Baseballkappe, eine Sonnenbrille, sowie einen breitkrempigen Strohhut dabei, wie ihn ältere Damen zum Schutz vor der Sonne tragen. Eine dürftige Ausrüstung für einen Mord. Sie sahen wie ein ganz normales junges Paar aus, das es zum Schnorcheln, Fallschirmsegeln oder Bootsfahren bei Sonnenuntergang nach Key West zog. In der Nähe von Marathon Key legten sie einen Zwischenstopp ein. Während Moth in einen Spirituosenladen ging, fand Andy Candy in einer Ecke des Parkplatzes eine feuchte, lehmige Stelle. Sie zog ein paar der Kleidungsstücke heraus, die Moth eingepackt hatte, und nahm sie mit, um sie buchstäblich durch den Dreck zu ziehen. Dabei achtete sie darauf, dass niemand sie beobachtete. Sie kam sich wie ein armes altes Hutzelweib vor, das seine Sachen mit der Hand waschen musste, nur mit dem Ziel, sie möglichst schmutzig zu machen. Am liebsten hätte sie irgendetwas Übelriechendes gefunden, Urin, Fäkalien, idealerweise einen Spritzer Stinktier dazu. Als sie aufsah, kam Moth vom Laden herüber, in einer einfachen braunen Tragetasche klirrten zwei Flaschen. »Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich sowas nochmal mache,« sagte er. Er versuchte zuversichtlich zu klingen, doch Andy hörte die Anspannung in seiner Stimme. Ob es daher kam, dass er zum ersten Mal wieder Alkohol in Händen hielt oder von der Angst konnte sie nicht sagen. Es war ein wenig anders gekommen, als er es erwartet hatte. Student Nummer fünf goss sich ein kaltes Bier ein und presste darüber eine frische Limettenscheibe aus, eine Sofortmaßnahme gegen ein Gefühl, das ihn am frühen Morgen beschlichen und ihn den ganzen Tag hindurch nicht mehr losgelassen hatte. Er langweilte sich. Sonne, Touristen, der träge Lebensstil der Insulaner. Ihm kamen Zweifel, ob das auf Dauer seine Kragenweite war. Verdammt, sagte er in den Raum. Mit seinem Bier und einer halb leergegessenen Tüte Chips ging er in sein stilvoll eingerichtetes Wohnzimmer. Drinnen war es dunkel. Auf Key West, wo man wie kaum an einem anderen Ort der Sonne huldigt, sind Häuser und Straßen so angelegt, dass sie tiefe Schatten werfen und in den schwülheißen Sommermonaten für Abkühlung sorgen. Unter dem unablässigen Surren der zentralen Klimaanlage übten die dunkle Holzvertäflung an den Wänden sowie der anthrazitfarbene Boden zusammen mit den kastanienbraunen Küchenfliesen eine beruhigende Wirkung aus. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich Student Nummer 5 wirklich allein. Ein halbes Leben hatte er mit den Menschen verbracht, die der Reihe nach seiner Rache treffen sollte, und jetzt waren sie nicht mehr da. Als hätte er Freunde oder Weggefährten verloren. Er sprang auf und öffnete ein Fenster, um die Hitze und, wenn auch von Ferne, den Straßenlärm hereinzulassen. Student Nummer 5 wohnte genau gegenüber dem Friedhof von Key West, wie die Makler witzelten, in ruhiger Nachbarschaft. Schätzungsweise 100.000 Menschen waren nur wenige Meter von seiner Haustür entfernt begraben. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wie viele dort ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Er machte es sich auf seiner haitianischen Baumwollcouch bequem und drückte sich das Bierglas an die Stirn. Er war verärgert. Hättest du dir eigentlich denken können? Was bist du nur für ein Psychologe? Er runzelte die Stirn, rutschte auf dem Sofa hin und her und fand keine bequeme Stellung. Er ging mit sich ins Gericht. Wo warst du im Einführungskurs im ersten Semester? fragte er laut. Durch Abwesenheit geglänzt? Mit den Gedanken woanders, oder hast du geglaubt, du wüsstest schon alles? Was mit ihm passierte, war die einfachste Sache von der Welt und nicht weiter verwunderlich. Seine Fantasien darüber, was er noch alles in seinem Leben machen würde, hatten nur als Zunder gedient, der seinen obsessiven Eifer immer wieder neu entfachte. Sein wahrer Lebensinhalt war schon immer die Rache gewesen. Jahrelang hatte er nur für dieses Ziel gelebt und seine Fähigkeiten perfektioniert. Das alles lag nun plötzlich hinter ihm, einschließlich der intellektuellen Stimulation und der akribischen Planung, in der er aufging. Er kam sich wie ein alter Knacker am ersten Tag seiner Zwangsverrentung vor, nachdem er jahrzehntelangen tagtäglich ins selbe Büro gegangen war, am selben Schreibtisch gesessen, dieselbe Tasse Kaffee getrunken, dasselbe von zu Hause mitgebrachte Lunchpaket gegessen, Stunde um Stunde, Jahr für Jahr, die gleiche Arbeit verrichtet hatte. Gottverdammter Mist, sagte er laut. Dabei gab es für ihn keine Verabschiedungsurkunde, kein gerahmtes Foto mit den Unterschriften der Kollegen, keine schöne billige Armbanduhr als Ruhestandsgeschenk, kein Schulterklopfen vom Chef persönlich, keinen festen Handschlag des Grünschnabels, der dich für 50 Prozent deines Gehalts ersetzt, keine Tränen von den emotionaleren Kollegen. Verdammt, wiederholte er. Der alte Knacker in seiner Fantasie würde sich die Kugel geben, Porto, so viel stand fest. Mist, Kerl, sagte er. Dabei hielt er sich etwas darauf zugute, sowohl in seiner Selbsteinschätzung als auch beim Töten eiskalter Realist zu sein. Doch er fühlte sich deprimiert und verloren. Die letzten Wochen gehörten zu den intensivsten seines Lebens, rasant, abwechslungsreich, energiegeladen. Wie er den Neffen, die Freundin und die Staatsanwältin gequält hatte, ein Riesenspaß, einfach nur amüsant. Und wie er sich dann aus einem seiner drei Leben mit einem fulminanten Feuerwerk verabschiedet hatte, ein Akt der Befreiung und ein Glanzstück an Witz und Fantasie. Es hatte tatsächlich funktioniert. Trotz der knappen Planungszeit und des erhöhten Risikos hatten alle Teile wie ein Räderwerk ineinander gegriffen. Beflügelt war er nach Key West gekommen, mit dem erhebenden Gefühl, ein neues Leben zu beginnen. Und war fast im selben Moment in ein Vakuum geraten. Von der Sekunde an, als Jeremy Hogans Kopf explodierte, bis zu diesem Moment war nichts so gewesen, wie er es sich vorgestellt hatte. Student Nummer fünf stand nicht der Sinn, danach, Kitschromane zu lesen oder sich im Fernsehen Soaps reinzuziehen. Genauso wenig hatte er fürs Angeln, Segeln oder Schwimmen übrig oder irgendeinen anderen Zeitvertreib, der die Touristen lockte. Plötzlich waren ihm diese Touristen, die tagtäglich von den Kreuzfahrtschiffen ausschwärmten, die Straßen verstopften und für die babylonische Sprachenverwirrung wie für die Preistreiberei verantwortlich waren, ein Gräuel. Alles, worauf er sich gefreut hatte, war ihm plötzlich vergällt. Also, was möchtest du machen, wo du endlich frei und ungebunden bist, fragte er sich gerade heraus und fügte sarkastisch hinzu. Jetzt, wo du in Frührente gegangen bist. Er überlegte und flüsterte die Antwort. Töten. Dann deutlich lauter. Einverstanden. Leuchtet ein. Aber wen? Er grinste. Die Frage war als Witz gemeint. Du weißt schon, wen. Eine völlig neue Herausforderung. Mal im Ernst, dachte er, wer stellt eine Bedrohung für dich dar? Wer kann dir dein Leben wieder zunichte machen? Natürlich wusste er, dass dank seiner verschiedenen Identitäten die richtige Antwort niemand lautete. doch die schiere Vorstellung, dass nach allem, was er vollbracht hatte, jemand für ihn zumindest hypothetisch eine Gefahr darstellen könnte, war berauschend. Er ging die Möglichkeiten durch. Die Freundin. Die leichteste Übung. Junge Frauen begehen immer irgendwelche Dummheiten, die sie verwundbar machen. Die entscheidende Frage lautet, Und wann? In einem Jahr? Zwei? Wie lange wird es dauern, bis sie sich wieder in Sicherheit wiegt und vor überzogenem Selbstvertrauen stürzt, reif für den Abschuss? Mit den ersten Fragen dieser Art stellte sich ein Hochgefühl ein, und so wandte sich Student Nummer fünf gleich dem Neffen zu. Timothy Warner. Er ist ein Trinker, aber er wird sich nicht so leicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Andererseits ist er jung und ein schwacher Charakter. Im nächsten Vollrausch wird er die Vorsichtsmaßnahmen, die er im nüchternen Zustand ergreift, schnell vergessen. Die Staatsanwältin. Er lächelte. Wenn das keine echte Herausforderung ist, sagte er. Sie ist kompliziert. Ungeachtet ihrer Sucht ist und bleibt sie eine Beamtin der Strafverfolgungsbehörde. Die wachen mit Argus-Augen über ihre Leute. Deren Tod wird einige Mühe kosten und riskanter sein, oder? Allerdings. antwortete er sich selbst. Den richtigen Tod für Susan Terry zu planen, eine faszinierende Aufgabe, der er sich mit Freuden stellen würde. Unfall? Selbstmord? Überdosis? Wenn man bedenkt, wie viele Leute sie wohl schon hinter Gitter gebracht und sich zum Feind gemacht hat. Eine harte Nuss, aber reizvoll, sie zu knacken. Er nahm einen ausgiebigen Schluck Bier und setzte sich an seinen Computer. In einem spärlich möblierten Gästezimmer hatte er sich eine kleine Arbeitsnische eingerichtet und seinen Laptop angeschlossen. In einer Ecke stand ein Drucker auf dem Boden. Er spürte eine Woge der Energie und das beruhigende Gefühl, wieder ein Ziel vor Augen zu haben. Am besten lege ich gleich los, sagte er sich. Binnen weniger Sekunden hatte er die Staatsanwaltschaft County Date in die Suchmaschine eingetippt. Auf ihrer Webseite klickte er auf die Schaltfläche über uns. Anschließend druckte er Susans Foto, ihren Werdegang und eine Kurzbiografie aus sowie die Liste einiger ihrer wichtigsten Fälle. Interessante Lektüre. Genau die richtige Dosierung, um seine grauen Zellen in Gang zu bringen. So wie er in die Tasten haute und die ersten Seiten in die Druckerablage fielen, kehrte das vertraute Gefühl zurück, dass er etwas Sinnvolles tat. Als letztes spuckte der Drucker ein Porträt der Staatsanwältin in Farbe aus. Schönes, langes, gewähltes, schwarzes Haar, ein freundliches, offenes Lächeln, markantes Kinn, volle Lippen, grüne Augen. Muss schon sagen, eine wirklich schöne Frau. Hallo, Susan, sagte er beschwingt. Du wirst noch mal bedauern, dass du nicht mit meinem Wohnmobil in die Luft geflogen bist. Er fing an, leise vor sich hin zu summen, elektrisierender Rock'n'Roll, ohne sich zu fragen, wieso ihm gerade dieser Song in den Sinn kam. Vordergründig ging es um Liebe, in Wahrheit um Sex, und als ihm der Text wieder einfiel, sang er den Refrain mit rauer Stimme, dem Markenzeichen des längst verstorbenen Jim Morrison. Die Musik klang ihm in den Ohren, als käme sie aus einem der Gräber auf dem benachbarten Friedhof statt vom Pierre-Lachaise in Paris oder sonst wo. Während er hingebungsvoll weiter tippte, hörte er den Sänger von The Doors Love me two times, I'm going away. Bei Student Nummer 5 wurde daraus Kill me two times, I'm going away. Auf den letzten Meilen am Rotwildschutzgebiet, dem Yachthafen von Stock Island und dem Community College vorbei, ging Moth im Geist noch einmal alles durch. Dabei half es ihm, wenn er sich auf ihre Ausrüstung und die einzelnen Schritte konzentrierte, statt über ihr Vorhaben als solches nachzudenken, was ihm nur die Absurdität ihrer Situation vor Augen führen konnte, ein junges Studentenpärchen, das von Miami bis nach Key West fährt, um einen Mord zu begehen. Das einzig Tröstliche an ihrem mörderischen Ausflug war für ihn das Mädchen an seiner Seite, das einzige Mädchen, das er je wirklich geliebt hatte. Als er eben unterwegs den Scotch und den Wodka gekauft hatte, war ihm zum ersten Mal bewusst geworden, dass er, seit sie wieder bei ihm war, keinen Gedanken mehr an Alkohol verschwendet hatte. Andy Candy fuhr umsichtig und in gemäßigtem Tempo, obwohl sie mit jeder Meile, die sie ihrem Ziel näher kamen, gegen die Versuchung ankämpfen musste, wie betrunken Schlangenlinien zu fahren, alles um Aufmerksamkeit zu erregen und mit ihrem Vorhaben zu scheitern. Das war die Stimme der Vernunft. Ihr Bauchgefühl dagegen, das, wie sie vermutete, richtig lag, zwang sie, auf der Spur zu bleiben und sich an die Verkehrsordnung zu halten. In einer ruhigen Nebenstraße, nicht weit von der Truman Avenue und nur zwei kurze Häuserzeilen vom Friedhof entfernt, fanden sie eine geeignete Stelle zum Parken. Sie manövrierte ihren kleinen Wagen in eine Fahrzeugreihe, wie sie für die Keys charakteristisch war, eine kontrastreiche Mischung aus hochglanzpolierten, brandneuen Porsches oder Jaguars und zehn Jahre alten, zerbeulten Rostlauben mit Aufklebern wie »Entschuldigung, dass ich so langsam fahre« oder »Rettet die Wale«. Moth schulterte seinen kleinen Rucksack mit den Kleidungsstücken, die Andy so gründlich durch den Schmutz gezogen hatte, den zwei Flaschen Alkohol und der Waffe. Zu Fuß liefen sie zum nächsten Fahrradverleih, wie sie es auf Key West an jeder zweiten Straßenecke gab. Schon von Weitem dröhnte ihnen aus Lautsprechern an der Ladenfront Reggae-Musik entgegen. »Every little thing's gonna be alright«, sang Bob Marley. Der Verkäufer mit Rasterlocken vermietete ihnen zwei etwas ramponierte, aber zweckmäßige Räder und zeigte ihnen anschließend eine Stelle, wo sie auch nach Ladenschluss abgestellt und mit einem Schloss gesichert werden konnten. Moth hatte ihm erzählt, sie wüssten noch nicht, ob sie ein oder zwei Tage bleiben würden. Während Moth mit Bargeld bezahlte, hielt sich Andy Candy möglichst unauffällig im Hintergrund. Sie radelten quer durch die Stadt bis nach West Marine. Dort kaufte sich Moth ein kleines Nebelhorn, wie es zur Standardausrüstung jedes Segelboots gehörte, das von Key West aus in See sticht. In The Angling Company besorgte er zwei Schlauchschals. Diese praktischen Accessoires waren bei den Fischern beliebt, die sie sich bei den heftigen Böen einfach über Gesicht und Kopf zogen oder aber ihren Nacken vor Sonnenbrand schützten. Andy Candy bekam einen in rosa und er in blau. Mehr fiel ihm nicht ein. Wenn er daran dachte, wie viel akribische Planung hinter den Morden des Mannes steckte, der seinen Onkel auf dem Gewissen hatte, erschien ihm seine eigene Vorbereitung stümperhaft. Er konnte nur hoffen, dass sie ihren Zweck erfüllte. Ein wenig fühlte er sich wie jemand, dessen Kochkünste sich auf Fertiggerichte aus der Mikrowelle beschränkten, vor einem Abendessen für eine Feinschmeckerrunde, von dem seine berufliche Karriere abhing und für das er sich ein kompliziertes Hort-Cuisine-Menü mit fünf geschmacklich aufeinander abgestimmten Gängen vorgenommen hatte. Ihr weiterer Weg führte sie bis zum Strand nach Fort Zachary Taylor, wo sie sich nur zwanzig Meter vom Wasser entfernt unter Palmen auf eine verwitterte Holzbank setzten. Ein paar Minuten lang beobachteten sie eine Familie beim Aufbruch nach einem unbeschwerten Tag am Strand, die ihre sandigen, von der Sonne geröteten Kinder zusammentrieben, Schirme und Kühlboxen packten und nach Hause gingen. Die Normalität der Szene gab Andy einen Stich und führte ihr umso unerbittlicher vor Augen, zu welchem Zweck sie beide gekommen waren. Sie wollte irgendetwas sagen, doch im selben Moment sprang Moth auf und eilte zu einem Straßenverkäufer, der ebenfalls seine Zelte abbrach, um jedem von ihnen eine Flasche eisgekühltes Wasser zu besorgen. Gierig trank es Andy bis zum letzten Tropfen aus. Andy, ich glaube nicht, dass wir einfach auf ihn zugehen und ihn erschießen können. Zu viele Leute, die das beobachten könnten, zu viel Betrieb. Wir müssen ihm an einer einsamen Stelle auflauern, sagte Moth bedächtig. Er hatte einmal einen Filmkurs absolviert. Seine Überlegung war mehr oder weniger von Al Pacino in Der Pate Teil 1 inspiriert. Und bevor wir ihn töten können, will ich eine Gegenüberstellung, fügte er hinzu. Ungeachtet ihrer Logik klangen seine Worte hohl. Was du nicht sagst, erwiderte Andy lakonisch. Mir fällt da nur ein möglicher Ort ein, fuhr Moth fort. Sein Haus, antwortete Andy zu ihrem eigenen Staunen in eiskaltem Ton. Wie sie es schaffte, trotz ihrer panischen Angst klar und umsichtig zu denken, blieb ihr selbst ein Rätsel. Was mir zu schaffen macht, ist eine Alarmanlage. Wir können uns nicht leisten, von einer Überwachungskamera erfasst zu werden oder eine Sirene auszulösen. Sehe ich genauso, antwortete Andy. Wir können nicht einbrechen. Wir können auch nicht einfach anklopfen und erwarten, dass er uns hereinlässt. Tja, wohl nicht. Bleibt eine einzige Möglichkeit. Andy Candy schnürte sich die Brust zusammen. Sie bekam kaum Luft. Moth zögerte. Hör zu, falls die Sache schief geht. Sieh zu, dass du wegkommst. Spring auf das Fahrrad, kehre so schnell wie möglich zum Wagen zurück, fahre immer Richtung Norden und sprich, sobald du zu Hause bist mit Susan. Sie wird dir helfen. Und was ist mit dir? fragte Andy. Falls es so weit kommt, hat sich das Problem vermutlich erledigt, sagte er. Bin ich längst tot, sprach er nicht aus. Brauchte er auch nicht. Wie aus dem Nichts schoss Moth die Frage in den Kopf, ob er sich seit dem Moment, als er die Leiche seines Onkels entdeckt und seinen einzigen Schutz vor dem Alkohol und der Selbstzerstörung verloren hatte, auf einem bizarren Selbstmordtrip befand. Vergiss es, sagte Andy. Ich laufe nicht davon. Ist nicht meine Art, wenn's schwierig wird zu kneifen. Moth lächelte. Ich weiß. Aber das hier ist was anderes. Ich lass dich nicht allein, Moth. Nicht nach allem, was wir hinter uns haben. Und ob du das tust. Andy Candy nickte nachdenklich. Plötzlich war sie sich nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagte oder sich und Moth etwas vormachte. Meinetwegen, wenn du dich dann besser fühlst. Aber nur unter einer Bedingung. Eine wilde Entschlossenheit ergriff von ihr Besitz. Falls er dich tötet, Moth, töte ich ihn. Falls er mich tötet, sorge dafür, dass er nicht mit dem Leben davon kommt. Und wenn er uns beide umbringt? Eiskalte Logik. Dann haben wir nichts mehr zu befürchten und vielleicht schafft es Susan, ihn unschädlich zu machen. Dieser Wortwechsel war so abgründig und düster, dass es Moth fast schon wieder komisch erschien. Er schüttelte den Kopf und zuckte lächelnd die Achseln. Okay, ich verspreche's. Und du? Ich auch. Es klang wie die treue Schwüre von vierzehnjährigen, heroisch, doch von kurzer Dauer. Andy fing Moth an. Es gibt so vieles, was ich dir sagen möchte. Und mindestens genauso viel, was du wissen solltest, sagte Andy. Sie griff nach seiner Hand und drückte sie. Sie stieß ein nervöses Lachen aus. Schätze, ein Liebespaar oder Ex-Liebespaar oder Freunde oder ehemaliger Highschool-Kumpel, suchte eine passende Beschreibung aus. Für uns gibt's kein zweites Mal. Moth grinste, doch nur für einen Moment. Kannst du Gift aufnehmen? Wie wär's mit mörderischer Highschool-Turtel-Täubchen? Das hat Wasser. Wäre eine tolle Story für irgend so'n Klatschblatt. Er holte tief Luft und sah auf die Uhr. Okay, sagte er. Wir müssen los. Er darf uns nicht sehen. Ich glaube nicht, dass er dich oder mich wiedererkennen würde, geschweige denn im Entferntesten damit rechnet, dass wir hier sind. Aber wir sollten nichts dem Zufall überlassen. Und egal, was passiert, benutze ja nicht dein Handy. Jeder Anruf wird vom Key West Tower registriert. Er schwieg. Dann reichte er ihr den Schlauchschal, den sie sich für einen Moment wie die Maske eines Wegelagerers über das Gesicht zog. Als nächstes gab er ihr den breitkrempigen Strohhut und zuletzt das Nebelhorn. Das Horn steckte sie in ihre Schultertasche, den Hut zog sie sich tief in die Stirn. Zweifellos sah sie damit absolut lächerlich aus. Wir sind nicht hier. Jetzt nicht und ebenso wenig nachher, wenn es dunkel ist. Wir sind nie hier gewesen, vergiss das bitte nicht. Andy Candy nickte. Gehen wir und sehen uns die Gräber an, sagte Moth. Als die Sonne unterging, stellten Moth und Andy Candy ihre Fahrräder an der Straße ab und traten unauffällig durchs Friedhofstor. Sie sahen sich um. Engel mit wallenden Gewändern, weitgespannten Flügeln und Trompeten an den Lippen, nackte Putten, verwitterte Grabsteine, verwelkte Blumen. Die Anordnung der Gräber ließ keinen Plan erkennen. So manche Familien Gruft stand erhöht auf einem Sockel und verstellte den Blick in die Ferne. Das Labyrinth aus Marmor und Granit, aus Säulen, Pfeilern, Plinten und gemeißelten Figuren, erinnerte an eine Geisterstadt. Moth erspähte ein Denkmal zu Ehren der Toten, die auf dem Schlachtschiff Maine ihr Leben gelassen hatten, eine Ecke, die den kubanischen Freiheitskämpfern gewidmet war und Grabsteine, unter denen Marine Soldaten der Südstaatenarmee ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Aus manchen Inschriften sprach Pech schwarzer Humor. Ich mach nun mal kurz die Augen zu, oder sagte ich nicht, ich wäre es leid? Wohingegen andere dem Toten Gott war gut zu mir in den Mund legten. Wie gut, fragte sich Moth, wenn das hier dabei herauskommt. Der Friedhof befand sich ein wenig abseits der ausgetretenen Touristenpfade, war dagegen unter Obdachlosen ein Geheimtipp, wenn es darum ging, nach einer Flasche Fusel unter den schattigen Schwingen eines Marmorengels einen Rausch auszuschlafen. Die Angela Street, in der ihre Zielperson wohnte, war eine schmale, kaum befahrene Einbahnstraße an der Westseite des Friedhofs. Moth und Andy Candy kauerten sich hinter das Grabmal eines Charterboot-Skippers und warteten auf den Einbruch der Dunkelheit. Sie rechneten entweder mit einem örtlichen Polizisten auf Streife oder einem Friedhofswärter, doch niemand störte sie oder die Ruhe der Toten. Als in dem Haus, das sie observierten, Licht anging, zuckten sie beide heftig zusammen. Andy merkte, wie sich in ihrer unbequemen geduckten Stellung die Waden verkrampften und fürchtete, dass ihr, wenn sie plötzlich aufspringen musste, die Glieder ihren Dienst versagten. Etwas Dämlicheres konnte ihr kaum passieren. Eine Woge des Zweifels ging über sie hinweg. Sie erstarrte. Todstellreflex, machte sie sich klar. Weh die Maus, wenn die Katze ihre Krallen ausfährt. Sie hatte nur noch den einzigen glühenden Wunsch nach einem letzten Rest von Normalität. Ein kurzer Seitenblick auf Moth genügte. Vergiss es. Sie malte sich aus, was für ein seltsames Leben er einmal führen würde. Er wird Professor, unterrichtet Geschichte, nimmt an Institutskonferenzen teil, schreibt Biografien, die vielleicht auf den Bestsellerlisten landen, gründet eine Familie. Und während er für seine Leistungen gefeiert wird, schweigt er über die Ereignisse einer Nacht in seiner Jugend wie ein Grab. Mit gutem Grund, hoffte sie. Vorausgesetzt, sie kamen ungeschoren davon. Und unter der Bedingung, dass er nie wieder zur Flasche griff. Wenn sie versuchte, ihre eigene Zukunft vorherzusehen, ging ihr Blick ins Leere. Sie konnte keinen Gedanken fassen, außer den an das Ende, und zwar in dieser Nacht. Sie hatte Angst vor dem Sterben, aber nicht annähernd so viel Angst wie vor dem Töten. Moth seinerseits wagte nicht, Andy anzusehen. Er wollte, dass sie weglief, solange sie noch konnte. Er wollte, dass sie bei ihm blieb. Was von beidem besser war, stand in den Sternen. Im Moment blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten, bis es vollkommen dunkel war und sie sich im Schutz der Finsternis aus der Deckung trauen konnten. Da ihm das Stillhalten so unerträglich wurde, dass er hätte schreien können, zog er schon einmal die verschmutzten Kleider aus dem Rucksack. In diesem Moment schnappte Andy nach Luft. Da, flüsterte sie. Oh mein Gott. Moth folgte ihrem Blick und sah, wie in dem schwachen Licht, das durch die Fenster in der Eingangstür sickerte, ein Mann, der Mann, erschien. Er war dabei, das Haus zu verlassen und schloss es hinter sich ab. Auf diesen Moment hatte Moth gehofft. Das ist er, sagte er kalt. Ihm klebte die Zunge am Gaumen. Innerlich brüllte er sich Befehle zu. Los, steh auf, denk nach, das ist deine Chance. Halt dich an den Plan. Folge ihm, ohne dass er dich sieht. Wenn er zurückkommt, gib mir Zeichen, sobald er nur noch ein, zwei Häuserblocks entfernt ist, krächzte Moth. Er hätte nicht sagen können, was gefährlicher war, einen Killer zu observieren oder ihm aufzulauern. So oder so hatten sie keine Wahl. Andy erhob sich lautlos und huschte geschmeidig wie eine Balletttänzerin im Schutz der Gräber bis zur Friedhofspforte und heftete sich dem Mann unbemerkt an die Fersen. Während Moth mit Erleichterung feststellte, dass er Andy Candy im Dunkeln des Friedhofs nach wenigen Sekunden aus den Augen verlor, sah er seiner Zielperson auf dem Weg in die Stadt noch eine Weile hinterher. Ahnungslos. Und dann erspähte er wieder den Schlapphut, der sich im Schutz der ausladenden Banyan-Bäume am Straßenrand von Schatten zu Schatten bewegte. Moth schlüpfte aus seinen Kleidern. Student Nummer 5 gönnte sich ein schmackhaftes Fischfilet, das er mit einem Glas gekühlten Chardonnay herunterspülte, während er draußen auf der Terrasse des Restaurants seine Mahlzeit mit einem Stück süßsaurem Limettenkuchen und einem Tässchen Espresso abrundete, beobachtete er die flanierenden Pärchen. Es war ein schwülwarmer Abend, der die Leute ins Freie zog. Er versuchte, Gesprächsfetzen aufzuschnappen, aus einem Streit, einem Kompliment oder sogar die Pointe eines Witzes. Er hörte Gelächter, mehr als einmal, beeil dich, wir sind spät dran, obwohl es zu den Annehmlichkeiten der Insel gehörte, dass es herzlich wenig Grund zur Eile gab. Von Zeit zu Zeit sichten junge Leute auf Motorrollern vorbei, unbekümmerte, spöttische Stimmen setzten sich über die verärgerten Proteste der Radfahrer hinweg. Ein typischer Abend an einem Urlaubsort. Locker und unbeschwert. Er bezahlte seine Rechnung, trat auf den Bürgersteig und hätte zum Abschluss am liebsten eine Zigarre geraucht, auch wenn er nicht hundertprozentig sicher war, ob es schon etwas zu feiern gab. Auf dem Rückweg hatte er es nicht eilig. Gemächlich schlenderte er von Block zu Block und pfiff dabei leise Melodien. Auf dem Bürgersteig huschten Salamander vor seinen Füßen davon. Seine Entscheidung bereitete ihm die größte Befriedigung. Sein Leben hatte wieder eine Richtung und das Ziel, das er sich gesteckt hatte, mobilisierte seine Kräfte. Student Nummer fünf war so in seine Mordpläne vertieft, dass er das Nebelhorn, welches in einiger Entfernung hinter ihm ertönte, überhörte. Dreimal hintereinander hallte es in den Sternen übersäten Himmel. Andy Candy stand im Schatten eines Banyan-Baums. Als nach ihrem dreifachen Signal wieder Stille eintrat, fragte sie sich bang, ob es bis zum Mord gedrungen war. Sie konnte es nur hoffen, doch die Ungewissheit zerrte an ihren Nerven. Geduldig zählte sie bis dreißig, um den Abstand zur Zielperson zu vergrößern. Falls er das Horn gehört hatte und stutzig wurde, drehte er sich vielleicht misstrauisch um. Als sie sich einigermaßen sicher fühlte, öffnete sie den Deckel des nächstbesten Müllcontainers und versteckte das Nebelhorn zwischen Tüten und leeren Flaschen. Sie registrierte, wie sie langsam, aber unerbittlich in ihre mörderische Rolle hineinwuchs. Sie beschleunigte ihre Schritte und hoffte anonym und lautlos so nah wie möglich an die Zielperson heranzukommen. Das dreifache Signal halte Moth wie das klickende Geräusch eines Abzugs in den Ohren. Wäre es nicht das verabredete Zeichen gewesen, hätte es wie ein fernes Echo aus einer anderen Welt geklungen. Er ist auf dem Heimweg und nicht mehr weit von seinem Haus. Moth schaltete jeden anderen Impuls aus und trat in Aktion. Nicht denken, nur handeln. Wie ein frustrierter Feldwebel einem ungehobelten Rekruten brüllte er sich Befehle zu. Versteck den Rucksack mit den sauberen Sachen neben dem Grab. Merk dir den Namen auf dem Grabstein, die nummerierte Reihe und die Entfernung vom Friedhofstor, damit du ihn sofort wiederfindest. Beeil dich! Gib die Wodkaflasche aus, gehst dir etwas von dem Scotch über die Brust den Rest auf den Boden, damit du zwei leere Flaschen hast. Lass dich nicht vom Alkoholgeruch benebeln. Überprüfe noch einmal, dass der Revolver geladen ist. Entsichert. Halte ihn fest in der Hand. Und jetzt los! Sein Spurt zwischen den Gräbern erinnerte ihn an das Football-Training in der Highschool, bei dem gnadenlose Trainer ihnen für angebliche Fehler Strafrunden abtortzten. In die Stille hinein hörte er das Klatschen seiner Sohlen auf den Friedhofspfaden. Er legte ein so halsbrecherisches Tempo vor, dass er einmal stolperte und sich erst im letzten Moment wiederfing. Den Magnum in der einen Hand, die beiden leeren Flaschen in der anderen, näherte er sich dem Haus des Mörders. Vier Stufen führten zu der überdachten Eingangsveranda hinauf. Zwischen dem Bürgersteig und dem kleinen Haus lag hinter einem hüfthohen Palisadenzaun ein bescheidener Garten. Der Zaun erfüllte keine Schutzfunktion, sondern nur einen dekorativen Zweck und markierte die Grundstücksgrenze. Moth sprang mit einem Satz hinüber. Der Eingangsbereich lag im Licht einer schummrigen Außenlampe, die jedoch nicht bis zu den Stufen reichte. Der winzige Garten war von Riesenfern überwuchert. Moth ging auf die Knie, huschte unter die dichten Wedel und machte sich klein. Er zog sich die ausgebeulte Baseballkappe tief in die Stirn und den Schlauchschal übers Gesicht. Den Arm mit der Waffe versteckte er hinter dem Rücken. In der ausgestreckten linken hielt er die Scotchflasche, nachdem er die Wodkaflasche gezielt auf den schmalen gepflasterten Weg zur Eingangstreppe geworfen hatte. Glaube kaum, dass irgendjemand mehr Probeläufe für einen überzeugenden Auftritt als Alkoholleiche hingelegt hat als ich, sprach er sich innerlich Mut zu. Dann wartete er. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Sein Atem wurde flach, der Schweiß trat ihm aus allen Poren, blind vor Angst kniff er die Augen zu. Zum Ausgleich war sein Gehörsinn so geschärft wie nie zuvor. Schritte. Immer näher. Er schnappte nach Luft, hielt den Atem an. Scheiß Säufer, hörte er. Aus Erfahrung wusste er, zuerst einmal versetzt er mir einen Tritt. Als die üblichen Teilnehmer wie an jedem anderen Abend in der Redeemer One zu ihren Stammplätzen strebten, waren die meisten von ihnen nicht wie sonst bei der Sache. Eine nervöse Anspannung lag über dem Raum. Susan Terry rutschte auf ihrem Sitz hin und her und strich sich alle paar Minuten eine imaginäre Steine aus der Stirn, während ein Teilnehmer nach dem anderen über seine nüchternen Tage Rechenschaft ablegte und sich zu seinen Anfechtungen bekannte. Sie hörte von den üblichen kleinen Triumphen, von Rückfällen, dem Wechselbad aus Mutlosigkeit und Hoffnung. Ein Abend wie jeder andere, dachte sie. Wäre da nicht diese unterschwellige Nervosität? Mehr als einmal fing sie einen fragenden Blick auf, spürte, wie die anderen ungeduldig auf ihr Bekenntnis warteten. Die Anwältin Sandy kam gerade mit ihrer Geschichte zu Ende. Es war das vertraute, beherrschende Thema, die quälende Frage, ob ihre halbwüchsigen Kinder ihr jemals wieder vertrauen würden. Vertrauen? Vertrauen war ein Understatement für Liebe. An diesem Abend fehlte Sandy der Kämpfergeist, den sie normalerweise zeigte. Sie kam ins Stocken und verstummte. Susan beobachtete, wie der Blick der Anwältin zum Philosophieprofessor, dann zu Fred und allen anderen in der Runde wanderte, bis sie Susan fixierte. Genug von meinem üblichen Mist, sagte Sandy kurz angebunden. Ich denke, wir wollen alle von Susan hören, zustimmendes Murmeln im Saal. Susan? fragte der Hilfspriester, der wie üblich die Gesprächsrunde leitete. Unsicher stand Susan auf. Sie hatte sich alle möglichen Erklärungen und Ausreden zurechtgelegt und sogar mit dem Gedanken gespielt, ihre neueste Geschichte ein wenig auszuschmücken. um, wie ihr Moth geraten hatte, ihren Auftritt an diesem Abend jedem Zeugen ins Gedächtnis einzubrennen. Auch wenn sie das Wort Alibi nicht einmal zu denken wagte, war ihr als Strafrechtlerin unterschwellig sehr wohl bewusst, dass es genau darum ging. Doch als sie in die fragenden Gesichter blickte, wurde ihr schlagartig klar, wie fadenscheinig ihre Geschichte klingen würde. Der Anfang war einfach, war obligatorisch. Hallo, ich heiße Susan und ich bin drogensüchtig. Ich bin jetzt seit einigen Tagen clean, auch wenn ich nicht sagen kann, ob diese Tage wirklich zählen, weil ich Schmerzmittel nehmen muss. Sie deutete auf ihren gebrochenen Arm. Du solltest nichts nehmen. Wenn es weh tut, beiß die Zähne zusammen und stehst durch, sagte Fred, der Ingenieur, indem er sich mit seiner rüden Unterbrechung über die Regeln der Höflichkeit hinwegsetzte, die in der Runde einen hohen Stellenwert besaßen. Susan kam aus dem Konzept. Als sie nach Worten suchte und stotternd einen neuen Anlauf nahm, wirkte sie der Philosophie-Professor mit einer unwirschen Handbewegung ab, einer autoritären Geste, mit der er sonst vermutlich das störende Tuscheln im Seminarraum unterbannt. Wo? fragte er in scharfen Ton. Steckt Moth? Andy Candy rannte los. Sie wusste nicht, was in diesem Moment vor dem Haus in der dunklen Angela Street geschah, und die einzige Möglichkeit, es herauszufinden, war ein Spurt. In ihrem Kopf jagten sich die Bilder. Der Mörder, den sie stellen wollten, war höchstwahrscheinlich bewaffnet. Der Mörder, den sie stellen wollten, war wesentlich klüger als gedacht. Der Mörder, den sie stellen wollten, war erfahren, scharfsinnig und hellwach. Kaum vorstellbar, dass zwei blutige Amateure wie sie gegen einen Mörder von seinem Kaliber die geringste Chance hatten. Sie sah Moth in einer Blutlache vor sich, erschossen, nein, erstochen, nein, gevierteilt. Er war Geschichtsstudent verflucht noch mal. Was wusste Moth vom Töten? Als Tochter eines Veterinärs hatte Andy immerhin schon dutzende Male gesehen, wie ihr Vater ein Tier einschläferte. Ein hübscher Euphemismus für Töten. Und als sie damals in der Intensivstation die lebenserhaltenden Schläuche entfernten und die Geräte abschalteten, war sie an seiner Seite gewesen. Mehr noch, schließlich war es noch nicht lange her, da hatte sie selbst unter einer grellen Kliniklampe gelegen und mit halbgeschlossenen Augen wie von Ferne mitbekommen, wie das Leben aus ihr herausgeholt wurde. Erst jetzt und hoffentlich nicht zu spät fiel es Andy wie Schuppen von den Augen. Wenn einer von ihnen beiden wusste, was zu tun war, dann sie. Ich hätte die Sache in die Hand nehmen und planen sollen, dachte sie. Sie konnte nur noch einen Gedanken fassen, so schnell wie möglich bei Moth sein und ihm helfen, bevor es ihn erwischte. Moth ist, brachte Susan zaghaft heraus. Sie sah sich um, schluckte und fing noch einmal von vorne an. Moth ist alleine losgezogen. Er will den Mann stellen, der nach seiner festen Überzeugung seinen Onkel ermordet hat. Sie blieb stehen, um weiter zu sprechen, doch ihre wenigen Worte waren wie eine Bombe eingeschlagen und die anderen im Raum gingen in die Luft. Sie wurde mit Zurufen und Fragen bombardiert vom schlichten Was zum Teufel bis zum Vernichtenden und du hast ihn nicht daran gehindert? Als ich die erste Aufregung legte, versuchte Susan, sich den Reaktionen zu stellen. Er hat mir keine Wahl gelassen. Ich habe ihn beschworen, zur Polizei zu gehen, damit der Mann vor Gericht gestellt wird, aber er ließ sich nicht davon abbringen. Ich habe mit Engelszungen geredet, ihn angefleht, ihm sämtliche Konsequenzen vor Augen geführt, doch seine Entscheidung war längst gefallen und er hat mir gezeigt, wo die Tür ist. Der letzte Teil war wenig überzeugend. Entscheidung, hakte der Ingenieur nach. In seinem eisigen Ton schwangen viele Fragen mit. Hast du denn, nachdem du schon so lange zu unseren Treffen kommst, gar nichts über Sucht gelernt? Dieser Einwurf kam in mütterlich verständnisvollem Ton von Sandy. Susan begriff nicht, worauf sie hinaus wollte. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Auch wenn das allein nicht reicht, um die Sucht zu besiegen, ist es unverzichtbar. Und da überlässt du Moth einfach seinem Schicksal? Lässt ihn alleine losziehen. Wieso hast du ihm nicht gleich eine Flasche in die Hand gedrückt oder ein Tütchen Koks? Vielleicht eine angenehmere Art zu sterben, fügte Sandy hinzu. Zuletzt bebte ihre Stimme vor Empörung. Unsere Zusammenkünfte dienen doch gerade dazu, uns nicht in Gefahr zu begeben, blies Freight ins Selbehorn. Und du stellst dich hierhin und erzählst uns seelenruhig, verdammt noch mal, dass du Moth einen von uns allein in sein Verderben rennen lässt. Was hast du dir nur dabei gedacht? Susan wollte gerade Andy Candy erwähnen, doch da die Vergeltung für den Tod seines Onkels allein Moths Angelegenheit war, ließ sie es dabei bewenden. Mit zittriger Stimme sagte sie, Wir haben alle Möglichkeiten hin und her gewendet und ich fürchte, Timothy hat recht. Es ist nahezu unmöglich, diesen Mann, diesen Killer, strafrechtlich zu belangen. So, jetzt kennt ihr meine professionelle Meinung. Und was Timothy betrifft, so seltsam es klingt, der Jagd auf diesen Mann verdankt er es, dass er nüchtern geblieben ist. Es ist … Sie wusste nicht weiter. Was sie da sagte, war so ungeheuerlich, dass sie schwankte und unsicher wurde, ob sie mit ihrer kühnen Behauptung richtig lag. Der Philosophie-Professor nutzte die Pause. Was glaubst du, geschieht jetzt in diesem Moment mit Moth? fragte er in einem Ton, der keine Ausflüchte duldete. Jetzt in diesem Moment? Sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach. Im angenehmen Dämmerlicht des holzgetöffelten Raums hatte Susan plötzlich das Gefühl, als richtete ihr jemand einen Scheinwerfer ins Gesicht. Und für eine Sekunde kniff sie die Augen zusammen. Schließlich flüsterte sie, Er stellt den Mörder. Was folgte, grenzte an Tumult. Zuerst stupste er ihn mit der Schuhspitze an. Nicht bewegen, nur leise stöhnen, warten, was als nächstes kommt. Als nächstes folgte ein gezielter Tritt. Steh auf, verdammt noch mal, runter von meinem Grundstück. Nochmals leises Stöhnen, Finger am Abzug. Zwei Möglichkeiten, entweder tritt er mich ein drittes Mal, oder er beugt sich herunter und versucht, mich wachzuhäuteln. Sei auf beides gefasst. Jetzt aber, Dalli, auf geht's! Hand auf meiner Schulter, kräftiges Zerren. In einer blitzartigen Bewegung warf sich Moth herum und verwandelte sich vom verlotterten Säufer am Straßenrand in einen entschlossenen Meuchelmörder. Die leere Scotchflasche ging zu Boden, seine linke Hand schoss heraus, packte den Mörder am Kragen und zog so fest, dass dieser das Gleichgewicht verlor und auf die Knie sackte. Ungläubig ächzte der Mann. Doch im selben Moment schoss Moth rechte Hand hinter dem Rücken hervor und drückte dem Killer die Mündung des Revolvers und das Kinn. Keine Bewegung, sagte Moth ruhig. So ungerührt er klang, klebte ihm in Wahrheit vor Angst die Zunge am Gaumen. Der Mörder versuchte, sich zurückzuwerfen, doch Moth hielt ihn fest. Ich sagte nicht bewegen, wiederholte er. Er wusste nicht, woher er die Selbstbeherrschung nahm. Aus dem Augenwinkel heraus sah er, wie Andy Candy herübergerammt kam. Den Revolver unverändert an der Kehle des Mannes kam Moth zuerst auf die Knie und dann auf die Füße. Für einen unbeteiligten Beobachter hätte es seltsam ausgesehen, wie sich die beiden Männer synchron miteinander erhoben. Ins Haus, sagte Moth. Zum ersten Mal blickte er dem Mann ins verwirrte Gesicht. Erkennst du mich nicht? fragte Moth. Und ob, antwortete Student Nummer 5. Obwohl sich ihm der Lauf einer Waffe ins Fleisch drückte, klang er nicht im Mindesten verängstigt oder gar in Panik. Du bist der junge Mann, den ich längst hätte töten sollen und der heute Abend dran glauben muss. Denke wie ein Killer. Leichter gesagt als getan. Der junge Mann, der heute Abend dran glauben muss. Schätze, ich bin gemeint. Moths Antwort klang um einiges kaltblütiger, als er sich fühlte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden ja sehen. Der Revolverlauf drückte sich Student Nummer 5 unvermindert fest in die Kehle. Ein cleverer Mörder würde jetzt einfach abdrücken und das weitersuchen, dachte Moth. Aber vielleicht würde auch genau das ein dämlicher Mörder tun. Er wusste es nicht. Im ganzen Leben war er noch nie in eine Lage gekommen, bei der ein und dieselbe Aktion die unterschiedlichsten Konsequenzen nach sich ziehen konnte. Er schwankte zwischen Furcht und Faszination. Noch hielt er sich an den ursprünglichen Plan, auch wenn völlig unklar war, ob er ihm dem Angreifer Vorteil brachte oder aber der Zielperson. So oder so, er würde es bald wissen. Ins Haus, wiederholte er. Student Nummer 5 lächelte spöttisch. Du erwartest tatsächlich, dass ich dich hereinbitte. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Wieso sollte ich das tun? Weil dir nichts anderes übrig bleibt, antwortete Moth ungerührt. Meinst du, konterte Student Nummer 5 spöttisch. Man hat immer eine Wahl. Als Geschichtsstudent solltest du das wissen. Mit seinem spöttischen Grinsen überspielte Student Nummer 5 die Tatsache, dass er gerade fieberhaft seine Situation analysierte und sich die nächsten Schachzüge überlegte. Ein paar Mal tief durchgeatmet und sein erster Schock, als er die Waffe an der Kehle gespürt und erkannt hatte, wer sich schwangen war, überwunden. Yoga und Sen hatten ihn gelernt, starke Emotionen in den Griff zu bekommen und sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Er wusste, dass er den Neffen so schnell wie möglich aus dem Konzept bringen musste, um das Kräfteverhältnis umzukehren. Sobald ihm das gelungen war, wäre es ein Kinderspiel, auch physisch die Oberhand zu gewinnen. Vollkommen abgeklärt führte sich Student Nummer fünf Szenarien, Chancen und Aktionsmuster vor Augen. Eins stand fest. Je länger der Neffe den Schuss hinaus zögerte, desto stärker würde er selber und umso schwächer der Mann mit der Waffe in der Hand. Er spürte eine Welle der Zuversicht. Wo ist der Hausschlüssel? beharrte Moth. Na schön, wenn du darauf bestehst. Ich will dir nicht im Wege sein, schnaubte Student Nummer fünf verächtlich. Rechte vorderer Hosentasche. Moth nickte Andy Candy zu, die neben den Mörder trat und in die Tasche griff, um den Schlüssel herauszuholen. Sachte, sachte, junge Dame, sagte der Student mit einem trockenen Lachen. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt und das scheint mir doch ein bisschen zu intim. Während sie sich den Hausschlüssel griff, horchte Andy Candy genau auf den Tonfall des Killers und glich ihn mit ihrer Erinnerung an das Telefongespräch ab. Doch, erwiderte sie, sie haben sich mir vorgestellt. Den Schlüssel in der Hand ließ sie ihn stehen und trat an die Tür. Habt ihr keine Angst, dass da gleich ein Alarmanlage losgeht, bemerkte Student Nummer fünf, als Andy den Schlüssel ins Schloss steckte. Du tippst nicht den richtigen Code ein und in einer Minute wimmelt es hier von Bullen. Das würde eure Pläne für diesen Abend ganz schön durcheinander bringen, oder? Andy drehte sich zu ihm um und schüttelte den Kopf. Nein, sagte sie mit gespieltem Selbstvertrauen. Die Polizei zur Hilfe holen? Sie doch nicht, oder? Student Nummer fünf sagte nichts. Moth wechselte die Stellung, indem er die Revolvermündung langsam von der Kehle des Mörders zum Nacken herumführte. Los rein, forderte er. Interessante Vorgehensweise, bemerkte Student Nummer fünf. Dabei kann man nie wissen, was einen drinnen erwartet, habe ich recht? Dies war eine kaum verholene Anspielung auf die Sprengfalle des inszenierten Meth-Labors in Charlemont, doch im fliegenden Wechsel lenkte er die Angst seiner Gegner in eine andere Richtung. Vielleicht wartet drin ein großer, treuergebender Hund und geht euch an die Kehle. Nein, wiederholte Andy, auch das sieht ihnen nicht ähnlich. Sie drehte den Schlüssel um. Sie sind am liebsten allein, nicht wahr? Sie öffnete die Tür, ohne eine Antwort abzuwarten, und so entging ihr, wie sich das Gesicht des Mörders verfinsterte und er unwillkürlich die rechte Hand zur Faust ballte. Student Nummer 5 hasste es, in eine Schublade gesteckt zu werden, ganz besonders dann, wenn es die richtige war. Vorwärts, sagte Moth und rückte ihm die Hand ins Kreuz. Nach wie vor durch den Druck des Revolverlaufs miteinander verbunden, traten sie durch das schwache Eingangslicht ins Haus. Für den Bruchteil einer Sekunde fragte sich Moth, ob sie jemand sehen konnte. Bei seinem Plan hatte er den Faktor Zufall außer Acht gelassen. Einen Passanten, der von Weitem die Waffe erspäht, die Polizei holt. Ein Desaster. Wie die Mätrete Hotelin in einem Nobelrestaurant hielt ihnen Andy Candy die Tür auf und schloss sie hinter ihnen zu. Das Wohnzimmer ist rechts, sagte Student Nummer 5. Da können wir es uns gemütlich machen. Für einen Mann mit einer Handfeuerwaffe im Nackenklange erstaunlich gefasst. Spätestens jetzt bekam Moth einen Eindruck davon, mit wem er es zu tun hatte. Seine Fantasie, ich schaffe es, einen Serienmörder zu stellen, würde sich vielleicht als Hirngespinst erweisen. Sein einziger Vorteil gegenüber dem Killer war der Magnum in seiner Hand. Bis jemand stirbt, führte Student Nummer 5 seinen Satz zu Ende. Andy Candy machte Licht, ging zu den Fenstern und ließ die Rollläden herunter. Was ist die Voraussetzung für einen Mord, dachte sie, dass es niemand sieht und hört. Der Tumult in der Redeemer One nahm an Heftigkeit zu. Zornige Drogensüchtige, aufgebrachte Alkoholiker, erhobene Stimmen und immer neue Salven von Fragen und Forderungen, die auf Susan Terry niedergingen. Reglos blieb sie wie ein schlechter Komedian, der die Buhrufe aus dem Publikum über sich ergehen lässt, stehen. Dabei schwirrte ihr der Kopf. Ich verstehe einfach nicht, wie du Timothy auf einen gefährlichen Mörder loslassen konntest. Schließlich bist du hier der Profi. Du weißt, in welche Gefahr er sich bringt. Der letzte Beitrag kam von einem gewöhnlich stillen Architekten mit einem Hang zu Opiaten. Seit Susan zu den Treffen kam, hatte er kein einziges Mal den Mund aufgemacht und jetzt war er gleich von 0 auf 80. Allerdings, gütiger Gott, sagte ein Zahnarzt. Hat Timothy auch nur die leiseste Ahnung, worauf er sich da einlässt? Ich fass es einfach nicht. Susan fiel ihm ins Wort. Der Junge hat mehr drauf, als ihr denkt. Na toll, dann können wir ja beruhig schlafen gehen, verspritzte Fred, der Ingenieur, weiter seinen Sarkasmus und legte noch einen drauf. Was für eine miese, fadenscheinige Entschuldigung. Bevor er zum letzten Schlag ausholte, drehte er sich auf seinem Platz, um nacheinander alle anzuschauen. Dann zeigte er mit ausgestreckter Hand auf Susan. Wollte sie den Burschen stellen, würde sie mit einer ganzen Spezialeinheit anrücken. Beifall aus dem Publikum. Vergeblich bemühte sich der Priester um ein Mindestmaß an Ruhe und Ordnung. Leute, hört mal, Susan kann doch nichts dafür. Blödsinn, platzte Sandy heraus und fuhr dem harmoniesüchtigen Priester übers Maul. Wie stehen deiner professionellen Meinung nach, Timothys Chancen, diese Nacht zu überleben? schaltete sich der Philosophie-Professor wieder ein. Er brachte die Sache auf den Punkt und die Gruppe zum Schweigen. Aus dem Mund eines Mannes, der sich von Berufswegen tiefschürfenden Diskursen über das Unsagbare verschrieben hatte, besaß eine so unverblümte Frage Gewicht. Susan überlegte sich ihre Antwort genau. Nicht gut. Wie auf ein Zeichen schnappten mehrere Stammmitglieder der Gruppe gleichzeitig nach Luft. Würdest du bitte definieren, was du unter nicht gut verstehst, hakte der Professor nach. Jetzt saßen alle auf der Stuhlkante und beugten sich atemlos vor. Im Raum knisterte die Spannung und als sie die bohrenden Blicke auf sich gerichtet sah, fiel es Susan wie Schuppen von den Augen. Sie begriff, dass Timothy Warner diesen Menschen viel mehr bedeutete, als ihnen bewusst war. In ihm erkannten sie sich selber wieder. Die jüngere, bessere Ausgabe von ihnen. In ihren Augen war er noch ein halbes Kind, das wie jeder andere in ihrem Kreis aus der Bahn geraten war. Wenn er es schaffte, konnten sie es auch als ihren Erfolg verbuchen. Wie er sein Leben in den Griff bekam, war ihnen Ansporn. Ihre Sorge um Moth ging über Loyalität weit hinaus und speiste sich zu einem guten Teil aus ihrer Sucht. Brachte Timothy sein Leben auf die Reihe, gab es keinen Grund, warum sie, die Älteren, die es schon zu etwas gebracht hatten, nicht auch dazu imstande sein sollten. Wenn Timothy Liebe, einen befriedigenden Beruf und Erfüllung fand, eroberten sie sich ein Stück von ihrem eigenen früheren Glück zurück. Wenn Timothy überlebte, dann auch jeder einzelne von ihnen. Sie führten alle denselben Kampf. Seine Jugend gab ihnen Hoffnung. Das alles stand an diesem Abend auf dem Spiel. Nicht gut heißt genau das. Nicht gut. Er hat es mit einem ausgekochten, gewieften Serientäter und einem Soziopathen ohne jede Reue zu tun, der vielleicht schon ein halbes Dutzend Menschen auf dem Gewissen hat, auch wenn die genaue Zahl noch nicht ganz geklärt ist. Der Mann ist ein Experte im Töten. Soll ich mich hier hinsetzen? fragte Student Nummer 5. Das ist mein Lieblingssessel. Ja, antwortete Moth. Einen Moment, fiel Andy Candy ein. Sie ging zu dem Polstersessel, nahm das Sitzkissen heraus und griff in die Ritzen. Dann überprüfte sie die Rückenlehne, ging auf die Knie und sah sich die Unterseite an. Keine Pistole, kein Messer. Neben dem Sessel stand ein kleiner Tisch mit einer Lampe und einer Blumenvase aus Glas. Den Tisch stellte sie so weit weg, dass ihn der Mann nicht einmal mit einem Hechtsprung erreicht hätte. Kann eine Glasvase als Waffe dienen? Sie vermutete, ja. Student Nummer 5 hielt die Hände hoch und wartete, als er sah, was Andy Candy tat. Klug, was die Dame da macht, sagte er. Vorausschauend. Hast du das hier ganz durchdacht, Timothy? Moth antwortete nicht, sondern befahl ihm nur unwirsch, also setz dich. Moth, bist du sicher, dass er nicht bewaffnet ist? fragte Andy. Du liebe Güte, dachte Moth und fluchte innerlich. Es war ihm nicht in den Sinn gekommen, ihn zu überprüfen. Fällt sie ihn gründlich, sagte er und hielt dem Mann weiter den Lauf in den Nacken. Andy trat heran und strich ihm über die Taschen. Sie zog die Brieftasche heraus, tastete unter seinen Armen, überprüfte seine Schuhe, die Socken und zuletzt den Schritt. Jetzt lernen wir uns aber wirklich besser kennen, sagte er lachend, als hätte sie ihn gekitzelt. Sie suchte nach einer schlagfertigen Antwort, die ihn in seine Schranken verwies, doch ihr fiel nichts ein. Ein Jammer, dass ihr beide heute Abend vorbeikommt. Wisst ihr was? Wenn ihr wollt, ist es immer noch Zeit zu gehen. Überlegt's euch. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was für ein Gemeinplatz aus dem Munde eines Mörders, dachte Moth. Bemerkenswert. Aus Angst, dass Andy Candy die Warnung einleuchten könnte, sah er sie nicht an. Ich bin nicht, fing Andy Candy an. Überlegt euch gut, was ihr hier macht, fiel ihr Student Nummer 5 ins Wort. Die Entscheidungen, die ihr in den nächsten Minuten trefft, begleiten euch euer Leben lang. Er deutete mit einem fragenden Blick auf den Sessel und Moth schubste ihn in die Richtung. Ohne den Revolver, der auf ihn gerichtet war, zu beachten, nahm Student Nummer 5 Andy ins Visier. Sie scheinen ja jemand zu sein, der einen guten Rat nicht in den Wind schlägt, Andréa. Egal, woher er kommt, fuhr er fort. Sie so vertraut, beim Vornamen anzureden, war dreist. Vielleicht überlegen sie sich's. Noch ist es nicht zu spät. Jeder kleine Keil, den ich zwischen die beiden treiben kann, ist gut. Verunsichere sie. Heute Abend weiß ich auch ohne Waffe, was ich zu tun habe. Die beiden nicht. Auch wenn sie es vielleicht glauben. Wer ist hier also gewappnet? Über das kleine Wortspiel musste er innerlich gönsen. Moth zielte unverändert auf den Mörder. Andy Candy sah, dass Moth immer noch stand. Man merkte ihm an, dass ihm seine Lage unbehaglich war. Und so holte Andy einen Stuhl aus einer Zimmerecke und stellte ihn dem Mörder genau gegenüber, sodass Moth nicht weit von ihm sitzen und ihn im Visier behalten konnte. Wie ein Paar bei seinem ersten Date, das nicht besonders lief, saßen sich Moth und der Mörder gegenüber und beäugten einander. Isolierband, dachte Moth. Ich hätte Isolierband kaufen sollen, um ihm damit Hände und Füße zu binden. Ach, was habe ich noch vergessen? Bei Lichte betrachtet, dozierte der Philosophie-Professor, ist die vordringliche Frage höchst einfach. Was können wir hier und jetzt tun, um Moth zu helfen? Es herrschte Stille. Wo immer er sein mag, was auch immer er gerade tut. Erwartungsvolles Schweigen. Irgendjemand eine Idee, hakte der Professor nach. Ja, verdammt, wir müssen ihm Hilfe schicken, bekräftigte Fred. Und zwar auf der Stelle. So einfach ist das nicht, sagte Susan. Zuerst beließ sie es dabei. Zwar stand sie noch immer vor der Gruppe, doch sie starrten sie nicht mehr an, sondern tauschten sich untereinander aus, bevor sie Vorschläge in die Runde warfen. Sandy schnaubte, rufen wir auf der Stelle die Polizei. Wir sollten nicht einen Moment warten, ich nehme an, Susan weiß, wo sie die Leute hinschicken muss. Sie kramte ihr Handy aus einem großen Prada-Shopper und hielt es hoch. Dann verhaften sie den Falschen, sagte Susan. Wann begreift ihr das endlich? Sandys Finger schwebte über dem Anwalt-Display. Fass, was sollen wir begreifen? Heute Abend ist Timothy der Mörder. Der Hilfspfarrer strich die Segel. Jeder brüllte unaufgefordert seine Fassungslosigkeit in den Raum und Susan machte sich auf den nächsten Sturm der Entrüstung gefasst. Nun mal halblang, ist dir klar, was du da sagst? Liegt das an den Schmerztabletten, die du nimmst? Was für ein Irrsinn. Timothy hat die Waffe und das Motiv. Er ist heute Abend derjenige, der das Gesetz bricht. Vorsätzlich. Ich denke, ihr alle wisst, was das heißt. Er und nicht der Böse. Der ist heute Abend der Unschuldige. Also, wen werden die Cops wohl festnehmen, wenn sie auf der Bildfläche erscheinen? Den Hauseigentümer oder den bewaffneten Einbrecher? Vorausgesetzt, Timothy ergibt sich. Wofür ich nicht meine Hand ins Feuer legen würde. Okay, mag ja sein, räumte Sandy ein. Aber ein Anruf von dir und sie wüssten, wen sie schnappen müssen. Ohne Beweise? Aufgrund von wilden, abenteuerlichen Spekulationen? Soll ich ihnen sagen, hey Leute, nicht den Mann, der aus Rache fest entschlossen ist, einen Mord zu begehen. Warte den anderen Burschen. Ich glaube kaum, dass sie auf mich hören würden und selbst wenn, für wie lange könnten sie ihn in Gewahrsam nehmen? Ohne handfeste Beweise müssten sie ihn schnell wieder laufen lassen und eines weiß ich mit Sicherheit. Das wäre? Er wird verschwinden. Ha, lachhaft. Die Polizei wird ihn aufspüren, so wie Moth ihn aufgespürt hat. Nein, das ist alles andere als ausgemacht. Das war seiner sturen Hartnäckigkeit zu verdanken und einer guten Portion Glück, aber der Bursche wird nicht denselben Fehler noch einmal machen. Er wird sich in Luft auflösen. Gar nicht so schwer, wie man denkt und für diesen Mann schon gar nicht. Was auch an diesem Abend mit Moth passiert, eines dürfte mir glauben. Wenn dieser Mann, der seinen Onkel ermordet hat, die nächsten Stunden überlebt, dann ist er schon über alle Berge. Im Raum herrschte ratlose Stille. Susan konnte den Atem der anderen hören und so fügte sie leise hinzu. Immer vorausgesetzt, die Cops, die wir hinzuschicken versuchen, kommen nicht zu spät. Irgendjemanden müssen wir anrufen, beharrte der Zahnarzt. Niemand reagierte. Das plötzliche Schweigen lastete wie ein Bleigewicht auf der Runde, während jeder für sich im Stillen nach einem Ausweg suchte. Und wenn du hinfahren würdest? fragte Fred, der Ingenieur. Er hatte die Chance, mich einzubeziehen. Susan schüttelte den Kopf. Hat sie nicht ergriffen, hat mich, genauer gesagt, an die Luft gesetzt. Das war nicht gelogen und dennoch drängte sich ihr an diesem Punkt ein Wort auf, das sie nicht abschütteln konnte. Feigling. Unterm Strich beschrieb es ihr Verhalten wohl ziemlich genau. Ich bittere Ironie. Wenn sie nichts unternahm, war sie aus dem Schneider. Sie hätte ein Alibi, glaubhafte Bestreitbarkeit. Im Interesse ihrer eigenen beruflichen Karriere musste sie dafür sorgen, dass sich daran nichts änderte. Schwere Straftaten waren ihr täglich Brot und auf einmal musste sie einen großen Bogen darum machen, auf die Gefahr hin, dass heute Abend jemand sein Leben ließ. Also was ist? Wir sollten ihn beschützen und sei es nur vor sich selbst. Darüber zerbrechen wir uns doch gerade alle die Köpfe, ja? Zustimmendes Gemurmel. Und wenn wir alle zusammen hinfahren? Dafür ist es zu spät, sagte Susan. Nach kurzer Überlegung fragte der Philosophie-Professor in schneidendem Ton, Wofür ist es denn nicht zu spät? Susan zögerte nur kurz. Ich glaube, sagte sie bedächtig, wir sollten Timothy zutrauen, dass er das Richtige tut. Eine Definition dessen, was das Richtige war, lieferte sie nicht. Für einen kurzen Moment glaubte sie, ihr Auftritt sei hiermit erledigt und sie könne gehen. Doch sie hatte sich verschätzt. Moth behielt den Morder im Visier. Ihm drängte sich ein ironischer Gedanke auf. Das ist ungefähr so, als säße ich Onkel Ed gegenüber. Das gleiche Alter, das gleiche Motiv. Der Magnum in seiner Hand fühlte sich schwerer an als noch vor wenigen Minuten. Nachdem der erste Schritt getan war, musste der zweite möglichst schnell folgen. Andy, sagte er und achtete darauf, unverändert hart und entschlossen zu klingen. Was hältst du davon, die Bude hier gründlich zu filzen? Gespannt, was du findest. In Ordnung, sagte sie. Student Nummer fünf sah sie lächelnd an, wie ein Lehrer, der einer Studentin im ersten Semester ein wenig auf die Sprünge hilft. Nichts anfassen, sagte er in hilfsbereitem Ton. Sie blickte auf und sah ihn mit einem verständnislosen Blick an. Fingerabdrücke, fuhr er fort. Schwitzen Sie? Damit hinterlassen Sie ein bisschen DNA. Sie sollten Latex-Handschuhe tragen. Was für ein überaus schicker Schlapphut. Nein, nein, behalten Sie ihn auf, sonst zupfen Sie sich am Ende noch ein Haar aus und das sollten Sie vermeiden, weil es bis zu Ihnen zurückverfolgt werden kann. Er wandte sich an Moth. Mit den Flaschen hast du tatsächlich wie einer von diesen Besoffenen gewirkt, die ihren Rausch ausschlafen. Gibt es hier wie Sand am Meer, ziemlich clever, zeugt von Unternehmungsgeist. Aber wie sieht es mit den Fingerabdrücken aus? Hast du daran gedacht? Und an der feuchte Boden zwischen den Pflanzen? Hast du da Schuhabdrücke hinterlassen? Oh Mann, das wäre gar nicht gut. Die Cops können bei so ziemlich jedem Schuh das Profil identifizieren und ich wette, bei deinen handelt es sich um Massenware. Und hast du gewusst, dass die Erde hier auf Key West eine andere Zusammensetzung hat als anderswo? Gut möglich, dass dich ein Forensiker, der sich deine Profile unter die Lupe nimmt, genau mit dieser Stelle in Verbindung bringen kann. Letzteres war nichts weiter als eine spontane Eingebung, doch es klang gut und für jemanden wie den Neffen und die Freundin, die ihr dürftiges Wissen über Mord und polizeiliche Ermittlungen aus Fernsehserien bezogen, vielleicht überzeugend. Andy Candy blickte verstohlen auf ihre Hände und fühlte sich in dieser Sekunde wie ein Soldat, der durch ein Minenfeld geschickt wird. Konnte sie sich und Moth tatsächlich durch einen einzigen Schweißtropfen auf dem Boden verraten? Sie wusste nicht, welcher Teil ihres Körpers oder Moths ihr Leben ruinieren konnte. Nichts bereitet einem mehr Angst als die plötzige Erkenntnis, dass man sich durch tückische Gewässer bewegt und kein Land in Sicht ist. Angst ist in einer gefährlichen Situation die größte Gefahrenquelle. Sie erschöpft, verwirrt und sät hartnäckige Zweifel. Genau das geschah gerade mit Andy Candy und ihr saß ein lauter Schrei schon in der Kehle. Andy, keine Sorge, sagte Moth in dieser Sekunde ohne zu wissen warum. Alles dummes Gerede, hör nicht auf ihn. Sieh dich einfach im Haus um. Moths ruhige Stimme half ihr wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Zumindest klang er so, als hätte er die Situation im Griff. Gut, sagte sie und schluckte den Schrei herunter. Gib mir ein, zwei Minuten Zeit. Und wir zwei sitzen so lang hier rum und warten, fragte Student Nummer Fünf süffisant. Wieso nicht, konterte Moth. Oder kannst du's nicht abwarten zu sterben? Was ist das? Student Nummer Fünf war sich vollkommen bewusst, dass er in ein Spiel um Leben und Tod geraten war, dessen Regeln er jedoch wie kein anderer beherrschte. Moth, so ging ihm durch den Sinn, ist elementare Psychologie, so komplex wie Schach und so simpel wie Dame. Jeder Zug löst unterschwellige Emotionen aus, bis einer der Könige fällt. Es kann unerwartet schnell gehen oder schleichend, raffiniert, schnell und impulsiv oder kaltblütig ausgetüftelt, als Folge einer Psychose oder eines posttraumatischen Belastungssyndroms. Moth kennt so viele Facetten, wie es Menschen und Temperamente gibt. Das hatte er als Mörder und als Psychiatriestudent gelernt. Student Nummer Fünf wusste sehr wohl, dass er den angehenden Geschichtsstudenten, der ihm gegenüber saß, ausmanövrieren musste. Manchmal starren Menschen in die Mündung eines Revolvers und wissen, dass es keinen drinnen gibt. Aber nicht hier. Heute Abend wird es einen Toten geben, wahrscheinlich zwei, wenn ich auch die Freundin erledige. Vor seinem geistigen Auge sah er das Handgemenge und wie die Waffe zu Boden fiel. Er spürte, wie sie ihm in der Hand lag, wie er den Hahn spannte, immer wieder eine angenehme Erinnerung, in Schießstellung ging und den Abend ausklingen ließ. Selbstvertrauen, Instinkt und Begierde verdichteten sich zu einem Szenario, das ohne Zweifel jeden Moment Wirklichkeit werden würde. Er arbeitete schon an seinem Abgang. Lass alles zurück, außer dem Tod. Verabschiede dich von Stephen Lewis, so wie du Blair Monroe lebewohl gesagt hast, sprinte zum Wagen, Fuß aufs Gas und ab nach Norden, flug von Miami aus, aber ganz woanders hin, Cleveland oder Minneapolis, von dort mit einem anderen Flieger weiter, Phoenix, Seattle. Ein, zwei Tage in einem Hotel untertauchen, ein bisschen Sightseeing und ein paar Mal gut essen, bevor es ganz gemächlich heim nach Manhattan geht und ich in den Straßenschluchten der Metropole auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Dann machte ich sofort an die Arbeit und bau die nächsten Aliasse auf, fang von vorne an. Wie wär's zur Abwechslung mal mit Kalifornien? San Francisco, nicht L.A. In Mothskopf tobte ein Aufruhr, den er nicht unter Kontrolle bringen konnte. Er war so erregt, dass er fürchtete, sein ganzer Körper könnte zucken und so legte er zur Sicherheit den Zeigefinger neben den Abzugsbügel des Magnum 357, damit die Waffe nicht versehentlich losging. Sein Finger fühlte sich steif an und er wusste nicht, ob er ihm im entscheidenden Moment gehorchen würde. Seine Muskeln kamen ihm schlar vor. Er wusste nicht, ob sie im entscheidenden Moment funktionieren würden. Über Tage und Meilen hinweg hatte er verbissen, alles daran gesetzt, den Mörder seines Onkels zu finden, zu identifizieren, wiederzufinden, ihn wie in einem Western in einen Hinterhalt zu locken und als erster die Waffe zu ziehen. Darüber war die Frage zu kurz gekommen, wie es weitergehen würde, wenn er ihn endlich hatte. Mord hatte fast immer etwas mit der Vergangenheit zu tun. Doch hier ging es auch um die Zukunft. Es war eine Sache, nachts im Bett zu liegen und zu denken, knall ihn ab, knall ihn ab, knall ihn ab. Eine andere ist wirklich zu tun. Als der Augenblick gekommen war, wurde Moth schlagartig klar, dass bis jetzt alle seine Aktivitäten auf diesen Moment gezielt hatten, aber nicht darüber hinaus. Ihm kam Susan Terrys Warnung in den Sinn. Bist du fähig, abzudrücken? Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Wir werden sehen. Genau dieses Problem drohte ihm jetzt zum Verhängnis zu werden, denn zu seinem Entsetzen merkte er, wie seine Hand an der Waffe zu einem tauben Klumpen erstarrt war. Er holte tief Luft, zielte mit dem Visier, indem er ein Auge zusammenkniff und richtete die Mündung auf die Brust des Mörders. Doch statt zu schießen, fragte er, wieso hast du meinen Onkel ermordet? Das ist die Antwort, die du brauchst, dachte er. Wenn du darauf eine Antwort hast, weißt du, was du tun musst. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, erfasste ihn ein Strudel des Zweifels und der Ungewissheit. Der Mann, auf den er zielte, hätte ihm sagen können, dass ihm soeben ein böser Fehler unterlaufen war. Endlich legte sich der Sturm der Entrüstung in der Redemon Nach dem Hagel, der auf Susan Terry niedergeprasselt war, folgte leichter Nieselregen und schließlich die letzten Tropfen. Solange sie für den geballten Zorn der anderen als Zielscheibe herhalten musste, hatte sie sich nicht vom Fleck gerührt und beharrlich geschwiegen. Erst als die letzten Vorwürfe verhalten und düsterem Schweigen wichen, ergriff sie das Wort. Nun, erklärte sie mit Nachdruck, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dabei wusste sie, dass es an Fahrlässigkeit grenzte, zu warten und nichts zu unternehmen. Ihr Berufsethos hätte verlangt, dass sie unverzüglich die zuständigen Behörden einschaltete. Doch es wäre der falsche Schritt gewesen, mit unabsehbaren Folgen. Es war ein Drahtseilakt zwischen Gesetzestreue und Gewissen. Nur, dass wir uns richtig verstehen, aufgrund deiner juristischen Erfahrung, deiner Einschätzung von Morth und der Situation, in der er sich befindet, sowie aller übrigen relevanten Faktoren, rätst du uns, hier herumzusitzen und abzuwarten, was passiert? Fragte der Philosophie-Professor. Wohl eher eine rhetorische Frage. Ja, so könnte man es wohl sagen, erwiderte Susan. Als wollte er in diesem unpassenden Moment das übliche Suchtbekenntnis ablegen, erhob sich der Professor von seinem Platz und wandte sich an die Versammlung. Das ist schlichtweg nicht hinnehmbar, sagte er und fügte hinzu. Ist jemand anderer Meinung? Zwar war von dem Disput, den sein Auftritt unter den Süchtigen anstieß, nur allgemeines Raunen zu hören, doch am Ende stand ein eindeutiges Votum. Nein. Wenn wir Morth schon bei dem, was er gerade tut, nicht helfen können, fuhr der Professor fort, dann müssen wir ihm wenigstens helfen, wenn er überlebt. Allgemeine Zustimmung im Raum. Und ich glaube, er wird überleben, fügte er dem Wahrscheinlichkeitsgesetz zum Trotz im Brust und der Überzeugung hinzu. Genau so, wie wir alle hier unsere inneren Feinde besiegen werden. Susan sah sich um. Niemand widersprach dem Professor. Die Atmosphäre im Raum erinnerte fast an den inbrünstigen Eifer einer Erweckungsmission. Gelobt sei Jesus Christus, Amen, dachte sie trocken. Wir sind für Moth verantwortlich, sagte der Professor. Ob wir wollen oder nicht. Die letzten Worte zielten wie Pfeile auf Susan ab. Wie er für uns dagewesen ist, stehen wir für ihn ein. Nur so macht das Ganze hier Sinn. Die Redeemer One ist nur deshalb eine Zuflucht, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Daher denke ich, dass die Redeemer One und das, wofür sie steht, an diesem Abend weit über diese vier Wände hinausgeht. Sehr richtig, bekräftigte Sandy. Ganz meine Meinung. Der Professor rückte sich die Brille zurecht und leckte sich über die trockenen Lippen. Wenn er diese Nacht überlebt, müssen wir uns überlegen, wie wir ihn beschützen können. Der Professor schwamm auf einer Woge der Zustimmung. Immerhin gibt es noch einiges, auf das wir bauen können, deutete der Professor an. Bauen, platzte Susan heraus. Allerdings, erwiderte er, fuhr abrupt zu ihr herum und zeigte mit dem Finger auf sie. Zum Beispiel auf dich. Als Susan nicht sofort eine Antwort einfiel, sprang Sandy auf und rief, du musst dich schon entscheiden. Entweder gehörst du zu uns oder nicht. Hier drinnen finden wir Heilung, Kraft. Nicht da draußen, fuhr sie fort und deutete vage auf die Tür. Hier wird nicht naviert. Hier musst du Farbe bekennen. Bist du süchtig oder warst du es? Susan zögerte. Möchtest du je wieder herkommen? fuhrte Sandy ungerührt weiter. Susan war ins Mark getroffen. Über die tieferen Zusammenhänge, die ihr in diesem Moment um die Ohren gehauen wurden, hatte sie noch nie nachgedacht. Jetzt war Fred, der Ingenieur, nicht mehr zu halten. Er erhob sich, stellte sich Schulter an Schulter neben den Professor und fasste Sandy bei der Hand. Zunächst einmal, sagte er mit einem schiefen Grinsen, sind wir uns wohl alle in einer Hinsicht einig. Während er sprach, wanderte sein beschwörender Blick von einem Mitglied zum anderen und ruhte schließlich auf Susan Terry. Falls uns jemand, zum Beispiel ein Polizist, danach fragen würde, bekäme er von uns allen die einstimmige Auskunft, dass Moth heute Abend hier beim Treffen war. Auch wenn niemand im Kreis der Gruppe etwas sagte, standen alle, selbst der Priester, auf. Andy Candy hätte sich am liebsten hingesetzt oder an die Wand gelehnt oder sich auf den Fußboden gekauert und einfach die Augen geschlossen. Zugleich fand sie die Vorstellung verlockend, auf der Stelle zu laufen, Rumpfbeugen und Liegestütze zu machen oder Seil zu springen. Erschöpfung und Tatendrang, Panik und ruhige Distanz zielten sich die Waage. Sie durchsuchte die Küche und fand dort nichts weiter als Küche. Das Badezimmer mit allem, was zu einem Badezimmer gehört. Es war ein kleines Haus, kaum größer als eine Wohnung mit gerade einmal zwei Schlafzimmern am Ende eines fensterlosen Flurs. Sie öffnete Wandschränke, außerdem im größten Zimmer waren alle leer, und auch hier entdeckte sie nichts weiter als Kleiderbügel mit einer bescheidenen Garderobe. Bevor sie Schubladen öffnete und den Inhalt durchwühlte, nahm sie ein paar Papiertücher in die Hand, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Unterwäsche, T-Shirts und Socken eines Killers. Ob die Papiertücher tatsächlich verhindern konnten, dass sie Spuren hinterließ, wusste sie nicht. Sie bezweifelte es, doch hier war Improvisation gefragt. Andy kämpfte mit aller Macht gegen die Angst an, die mit jeder Minute schlimmer wurde, nicht nur, weil sie sich gefährlich lange im Haus eines Mörders aufhielten, sondern auch, weil sie nichts fand, dass sie etwas über ihren Widersacher in seinem Lieblingssessel verriet. Womit hatte sie gerechnet? Einen versteckten Waffenschrank? Einer Wand, an der, wie bei einer Ahnengalerie, Fotos von berühmten Mördern prangten? Von Caligula bis Vlad dem Pfähler, John Dillinger und Ted Bundy? Obwohl sie von der Notwendigkeit ihrer Durchsuchung überzeugt war, wusste sie nicht, wonach sie suchen sollte. Irgendetwas muss es doch geben, dachte sie verzweifelt, während sie sich klarmachte, dass es nicht so einfach war wie bei einem Anwalt, auf dessen Schreibtisch Gesetzeskommentare lagen, oder in einer Arztpraxis mit medizinischen Lehrbüchern in den Regalen. Der letzte Raum, den sie betrat, war spärlich als Gästezimmer eingerichtet. Laden sich Mörderfreunde über Nacht ein? Sie sah sich um. Ein Futonbett mit einer leuchtend bunten Tagesdecke, ein kleiner Schreibtisch und ein Stuhl. Fast wie eine Klosterzelle, dachte sie. Sie wollte gerade kehrt machen, als sie den Laptop bemerkte. Da muss was zu holen sein. Auf den zweiten Blick sah sie auch den schnurlosen Drucker in einer Ecke auf dem Boden. Daneben lagen einige bedruckte Blätter verstreut. Beklommen ging sie hinüber, bückte sich und hob sie auf. Wieso ich deinen Onkel getötet habe? Wer sagt, dass ich das war? Lass den Quatsch, ich will die Wahrheit wissen. Ich gebe zu bedenken, dass es jemanden, der morden kann, nicht schwerfällt zu lügen. Es sei denn, er blickt in die Mündung eines Revolvers, konterte Moth. Wenn du dich da mal nicht täuschst, Timothy. In dieser Situation wird am meisten gelogen, inbrünstig und schamlos. Ein einziges Bitten und Betteln, Lügen über Lügen. Aber lassen wir das mal beiseite. Was bringt dir die Wahrheit? Der spöttische Unterton war nicht zu überhören. Während er sprach, schob er sich zentimeterweise auf seinem Sessel nach vorne, bis er auf der Kante saß. Sein wohlkalkuliertes Verhalten verfehlte seine Wirkung nicht. Moth wurde von Minute zu Minute nervöser und spürte, wie ihm der Schweiß den Rücken herunterlief. Dennoch setzte er alles daran, seine Unsicherheit mit eiskalten Antworten zu überspielen. Ich stelle hier die Fragen, sagte er und fuchtelte ein wenig mit dem Revolverlauf in der Luft, um seine Worte zu unterstreichen. Sie saßen sich in einem Abstand von knapp zwei Metern gegenüber. Die einzige Lichtquelle im Wohnzimmer war eine Tischlampe, sodass der größte Teil des Raums im Dämmerlicht lag. Jedes Wort, das zwischen ihnen fiel, verdüsterte die Szene. Obwohl sich an der Decke leise surrend ein Ventilator drehte, schien sich kein Lüftchen zu regen. Student Nummer fünf starrte ihm unerschrocken ins Gesicht. Dabei ging sein Blick über die Waffenmündung hinweg, als könne er sie zum Verschwinden bringen, indem er sie einfach ignorierte. »Na schön«, sagte er. »Ich habe deinen Onkel nicht getötet.« »Lass den Scheiß, ich weiß. Was, weißt du schon, Timothy?« sagte Student Nummer fünf und wechselte ohne Vorwarnung in einen unversöhnlichen Ton, in dem er jede Silbe seines Namens einzeln betonte. »Du weißt gar nichts. Aber ich will versuchen, mich so einfach auszudrücken, dass es sogar ein Geschichtsstudent versteht oder ein Trinker.« »Ich habe deinen Onkel nicht getötet.« Moth merkte, wie ihm schwindelig wurde. »Sieh's mal so. Deine Antwort auf meine Frage ist das Einzige, was zwischen dir und deinem Tod steht.« Wieder einmal staunte Moth selbst über seine feste Stimme. Er hatte keine Ahnung, woher er die Selbstüberwindung nahm und fast das Gefühl, als spreche jemand anderes an seiner Stelle. Es war nichts weiter als die Flucht nach vorn. »Dein Onkel hat sich selbst getötet,« sagte Student Nummer fünf. Susan Terry blickte in die Gruppe der Alkoholiker und Drogensüchtigen, die sie Schulter an Schulter, einige mit verschränkten Händen wie zum gemeinsamen Gebet, umringten, obwohl sie keineswegs den Allmächtigen anriefen, sondern Susan drängten, zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen wollte. Entweder sie schloss sich der Gruppe an oder sie ging. Eine dritte Möglichkeit gab es nicht. Sie stand am Scheideweg und hatte die Wahl zwischen diametral entgegengesetzten Richtungen, die ihr ganzes Leben betrafen. In beiden Richtungen wimmelte es von Stolpersteinen, beide bargen endlose Gefahren, beide verlangten ihr schmerzliche Kompromisse ab. Letztlich lief es darauf hinaus, ihrer Schwäche nachzugeben oder aber alle Kräfte zu mobilisieren, schlicht und ergreifend. Sie schnappte nach Luft. Entscheide dich, schrie sie sich innerlich ins Gesicht. Das ist verrückt, platzte Moth heraus. Mache ich den Eindruck, als wäre ich verrückt? fragte Student Nummer 5. Nein, aber ich weiß, dass du meinen Onkel mit einem lässigen Achselzucken schnitt Student Nummer 5 Moth das Wort ab. Ich war dort. Vielleicht hatte ich auch den Finger am Abzug, aber seinen Tod hat dein Onkel selbst verschuldet. Student Nummer 5 verkniff sich an spöttisches Grinsen. Mit jedem Zweifel, den er säte, mit jedem bisschen Verwirrung, das er stiftete, machte er bei ihrem psychologischen Kräftespiel Punkte. Er fühlte sich an eine Szene in einem Film erinnert, einen Oscar-gekrönten Streifen, was eine Zeit lange bevor Timothy Warner auf der Welt war. In French Connection spielte Gene Hackman einen Detektiv namens Popeye Doyle. Beim Verhör eines Tatverdächtigen lautete eine seiner Standardfragen »Haben Sie sich in Perth-Kipsy schon mal in den Zähnen gepult?« Eine wundervolle, vollkommen bizarre und unverständliche Frage, die den Leuten die Sprache verschlug und sie gehörig durcheinander brachte, während sie verzweifelt nach einer Antwort suchten, obwohl sie nie im Leben in Perth-Kipsy gewesen waren. Student Nummer 5 versuchte es mit einem ähnlichen Trick. »Und du hast auch die anderen ermordet?« widersprach Moth. »Nein, auch die haben sich selbst ums Leben gebracht.« »Blödsinn!« »Kommt ganz darauf an, von welcher Warte man aus es betrachtet. Du stimmst mir sicher zu, dass Entscheidungen und Handlungsweisen Konsequenzen nach sich ziehen?« »Herr«, in einer verächtlichen Geste hob Student Nummer 5 die Hände. »Was diese Leute mir in der Vergangenheit angetan haben, das hat ihre Zukunft besiegelt.« »Sie haben mich ums Leben gebracht.« Oder anders gesagt, »Sie haben mich um das Leben gebracht, das mir zustand und mir bestimmt war.« »Das ist glatter Mord.« Und damit haben sie damals praktisch ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Anders gesagt, sie haben ihren Tod selbst herbeigeführt. Nicht wahr?« Die verdrehte Logik von Mord und Rache traf bei Moth auf einen wunden Punkt. Er konnte das Argument nachvollziehen, auch wenn er anderer Meinung war. Er wollte widersprechen, doch ihm versagte die Stimme. »So gesehen, Timothy, hat dein Onkel erdlediglich nach vielen Jahren eine alte Schuld beglichen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin davon überzeugt, dass er als Psychiater dies in den letzten Sekunden seines Lebens begriffen hat.« Jedes Wort des Mörders traf Moth wie ein Schlag ins Gesicht. Sein Gegenüber formulierte seine verquere Logik so schlüssig und präzise, dass er um eine Antwort verlegen war. Plötzlich fühlte er sich hilflos und schwach. Was er angefangen hatte und jetzt zu Ende führen musste, versetzte ihn in lähmende Angst. Die Zweifel, die ihn bestürmten, drängten ihn so in die Enge, dass er in jeder anderen Lage sein einziges Heil im Alkohol gesucht hätte, um für einige Stunden seinen Selbstquälereien zu entkommen. Dabei wusste er genau, dass er das Gespräch unbedingt in eine andere Richtung lenken musste. »Wenn du ihn töten willst,« dachte er, »musst du in dieser Sekunde das Thema wechseln?« Während er noch verzweifelt nach einer zweckmäßigen Antwort suchte, kehrte Andy Candy zurück. Sie hielt ein einziges bedrucktes Blatt Papier in der Hand. »Knall ihn ab!« sagte sie am Rande der Hysterie. »Knall ihn ab! Jetzt!« »Denk nicht!« »Nimm ihn ins Visier!« »Drück ab!« Er tat nichts dergleichen. Egal, weshalb Andy ihn drängte, es hinter sich zu bringen, wusste er, dass es das einzig Richtige war. Er sollte schießen, Andy Candys Hand nehmen und fliehen. Nie wieder zurückblicken. Morth bereute augenblicklich, dass er nicht sofort getan hatte, worum sie ihn bat. Instinktiv wusste er, dass er impulsiv handeln musste, um töten zu können. Doch diesen Moment hatte er verstreichen lassen. Ob er ihn noch einmal heraufbeschwören konnte, erschien ihm äußerst fraglich. »Bin ich ein Mörder?« fragte er sich. »Immerhin ist es noch nicht lange her, da war ich auf dem besten Wege, mich systematisch selber umzubringen. Ist natürlich nicht ganz dasselbe, oder?« Mitten in seine widerstreitenden Gedanken hinein erhaschte Moth ein angespanntes Zucken im Gesicht des Mannes, ein deutliches Zeichen, dass seine lässige Art nichts als Fassade war. Für einen kurzen Augenblick hatte der Mörder Angst verspürt. »Immerhin etwas«, sagte er sich. »Aber nicht genug.« Andy trat näher. Dabei bewegte sie sich widerstrebend wie auf Zehenspitzen, als kostete es sie eine übermenschliche Anstrengung, näher heranzukommen. Ihre Stimme klang wie zum Zerreißen gespannt. »Knall ihn ab«, wiederholte sie. »Doch diesmal so leise, als blieben ihr unter den Augen des Mannes die Worte im Halse stecken.« »Andy, was hast du da?«, fragte Moth in ruhigem Ton. Mit steifen Schritten stolperte sie zu Moth hinüber und zeigte ihm das Blatt, das sie in der Hand hielt. Es war der Ausdruck einer einzigen Seite aus dem Verzeichnis der Staatsanwälte im Büro der Staatsanwaltschaft County Dade, Dezernat für Schwerkriminalität. Susan Terry, stellvertretende Staatsanwältin. Ein hübsches Farbfoto, nicht viel anders als aus einem Highschool-Jahrbuch und darunter ihr Lebenslauf, ihr beruflicher Werdegang und eine Liste mit ihren wichtigsten Fällen. Nichts Außergewöhnliches. Die Art von Information, wie man sie auf den meisten Webseiten findet. Nur eins daran fiel aus dem Rahmen. Sie befand sich im Besitz eines Killers. »Es geht um Susan«, brachte Andy mühsam heraus und fügte hinzu, »aber auch um uns.« Moth verstand, was sie ihm sagen wollte. Worüber sie bis jetzt nur Mutmaßungen angestellt hatten, war mit einem Mal Realität. Er sah den Mörder an. »Mein Gott«, sagte er, »du hast schon angefangen.« Bevor er antwortete, nahm sich Student Nummer 5 einen Moment Zeit, um die Situation einzuschätzen. Der Neffe zögert, die Freundin ist völlig aufgelöst, er kommt nicht über seine Zweifel hinweg, sie ist in Panik. Bleib ruhig. Du bekommst deine Chance. Als er sich wieder zu Wort meldete, hatte er den spielerischen Ton abgelegt. Seine Stimme war eiskalt und jedes Wort wie eine gewetzte Klinge. »Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe,« sagte Student Nummer 5. Es herrschte Schweigen. Moth hörte Andys keuchenden Atem neben sich. »Habt ihr beide auch nur die leiseste Ahnung, wer ich bin?« fragte Student Nummer 5. Moth drehte sich alles im Kopf. Hatte er bis eben noch geglaubt, einiges über seinen Widersacher gelernt zu haben, so kam er sich plötzlich wie ein naiver Idiot vor. »Sie nennen sich Stephen Lewis. Sie haben über ein halbes Dutzend Menschen umgebracht,« stammelte Andy Candy. »Nein,« antwortete Student Nummer 5 ungerührt, »Stephen Lewis hat niemanden umgebracht.« Sie trat ein Stück vor und winkte wütend ab. »Wir waren da, als das Wohnmobil in die Luft flog und...« »Der Mann ist tot.« »Der Mann, der dort gewohnt hat.« »Wir waren da, als Sie Professor Hogan erschossen haben.« »Der Mann, der diesen Mord begangen hat, ist tot.« »Als Moths Onkel starb, alle tot.« Außer sich vor Empörung fuchtelte Andy mit den Armen in der Luft und antwortete mit schriller Stimme, »Das ist doch alles Schwachsinn! Das hat nichts zu sagen!« »Da irren Sie, Miss Martin.« »Aber gewaltig. Was ich euch gerade klarzumachen versuche, ist entscheidend.« Mit erhobener Hand erstarrte Andy mitten in der Bewegung. »Der Mann, der vor euch sitzt, hat nicht das Geringste mit diesen Todesfällen zu tun. Im Moment bin ich Stephen Lewis, ein Mann, der vor langer Zeit wie eine Menge anderer Leute in dieser Gegend als Drogendealer ein Riesengeschäft gemacht, der Branche den Rücken gekehrt hat und seitdem als wohlhabender Mann und nebenbei unbescholtener Bürger des Bundesstaates Florida in der Angela Street of Key West lebt. Ich bin Mitglied bei Greenpeace und unterstütze großzügig Umweltprojekte. Nichts, aber auch gar nichts, gibt euch das Recht, mich zu töten.« »Wir wissen, wer wirklich hinter Stephen Lewis steckt,« sagte Moth eine Spur zu laut. Andys verzweifelter Ton hatte ihn angesteckt. »Und du glaubst wirklich, das rechtfertigt, was du vorhast?« »Ja.« »Vielleicht denkst du noch einmal gründlich nach, Geschichtsstudent.« Moth konnte überhaupt keinen klaren Gedanken fassen. Es herrschte Stille, bevor sich Student Nummer fünf wieder meldete. »Ich hatte schon gewonnen, bevor ihr auf dem Plan erschienen seid. Seitdem habe ich Zug um Zug gewonnen, weil ich mit dem, was ich getan habe, im Recht war und ihr im Unrecht seid. Du hast verspielt, Timothy. Was nützt dir die Knarre da? In dem Moment, wo du abdrückst und mich zu töten versuchst, bringst du dich unweigerlich selbst mit um. Ihr seid heute Abend die Kriminellen. Nicht ich. In diesem Bundesstaat gibt es noch die Todesstrafe. Wenn ihr Glück habt, kommt ihr nur für den Rest eures Lebens hinter Gitter. Was für eine Aussicht.« Erneutes Schweigen. Moth wurde bewusst, dass der Mörder fast dasselbe sagte, wie zuvor Susan, die Staatsanwältin. Die selbe Warnung, nur aus entgegengesetzter Richtung. »Und nehmen wir einmal an, ihr sagt vor Gericht, ihr hättet mich umgebracht, damit der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Ich höre schon, wie der Staatsanwalt zu den Geschworenen sagt, wer gibt ihm das Recht, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen?« Moth ließ sich mit seiner Antwort Zeit. »Du bist derjenige, der das Gesetz in die eigene Hand genommen hat.« »Nein, wieder falsch. Die Leute, die ich zur Rechenschaft gezogen habe, die hatten kein Gesetz gebrochen. Sie hatten eine weit größere Schuld auf sich geladen. Sie trafen ihre Entscheidungen und haben den Preis dafür gezahlt. Eure Situation ist ein bisschen anders, Timothy. »Oder sehe ich das falsch?« Moth schluckte. Er hatte sich diesen Abend in allen Einzelheiten und mit unterschiedlichen Szenarien ausgemalt, doch ein Diskurs über psychologische versus juristische Rechtfertigungen kam in seinen Überlegungen nicht vor. »Ich habe verloren,« sagte eine Stimme in ihm. Am liebsten hätte er sich verkrochen. »Nein, Timothy, es wird Zeit, dass du der Wahrheit ins Auge blickst. So oder so bist du am Arsch. Warst du schon in dem Moment, als du in meinem Vorgarten lagst.« »Und wenn wir einfach verschwinden?« fing Moth an. »Oh, schwach.« Student Nummer fünf schüttelte den Kopf. »Wir könnten mit allem, was wir wissen, zur Polizei gehen,« versuchte es Moth noch einmal. »Noch schwächer.« »Hat das beim ersten Mal funktioniert?« »Nein.« »Aber nehmen wir einmal rein hypothetisch an, sie würden auf deine irrwitzige Geschichte hören.« »Was meinst du?« »Was würden sie finden, wenn sie der Sache nachgehen?« Als Moth die Antwort schuldig blieb, lieferte sie Student Nummer fünf selber. »Sie werden feststellen, dass in diesem Haus ein unbescholtener Mann gelebt hat, der nicht mehr existiert.« Und genau da verliert sich die Spur. Wieder herrschte eisiges Schweigen im Raum. Nach einer gefühlten Ewigkeit brachte Andy krächzend heraus, »Werden sie uns töten?« Student Nummer fünf begriff sofort, wie provozierend die Frage war. Die letzte, entscheidende Frage. Wenn er Nein sagte, würden sie ihm nicht glauben, wie sehr sie es sich auch wünschen mochten. Sagte er dagegen Ja, gab es ihnen vielleicht den Mut der Verzweiflung, abzudrücken, weil sie nichts mehr zu verlieren hatten und die Partie verloren gaben. Und so entschloss er sich, die Frage in der Schwebe zu lassen. »Sollte ich?« Er fand zu seinem nonchalanten Ton zurück, während er unbemerkt jeden Muskel seines Körpers anspannte. Moth fühlte sich wie ein Schiffbrüchiger, der mit letzter Kraft versucht, den Kopf über Wasser zu halten, bevor er in einem Meer aus Zweifeln versinkt. Er versuchte, den Anblick seines toten Onkels heraufzubeschwören. Vielleicht erlöste ihn die geballte Wut aus der Starre und gab ihm die Kraft zu tun, was getan werden musste. Andy Candy taumelte wie unter einem Tiefschlag in den Magen. Sie fühlte sich wie in einer verkehrten Welt. Nichts war richtig, nichts war fair. Alles, was sie sich einmal für ihr künftiges Leben erträumt hatte, löste sich in Wohlgefallen auf. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Woher kommt dieser Nebel in meinem Kopf? Nebelschwaden oder Rauch, der in dichten Wolken aus einem brennenden Gebäude quillt. Ihre einzige Zukunft saß ihr gegenüber in einem Sessel. »Knall ihn ab«, flüsterte sie schwach. »Ihr seid keine Mörder«, sagte der Serienmörder kalt. »Übernehmt euch nicht.« »Knall ihn ab«, wiederholte Andy so leise, dass es kaum noch zu hören war. »Und wenn?« »Ändert das etwas daran, dass mein Vater an Krebs gestorben ist?« »Straft er damit auch den Vergewaltiger, der mich in die Verzweiflung gestürzt hat?« »Ändert das etwas an unserer Vergangenheit, so dass wir noch einmal von vorne anfangen können?« »Ich denke, so interessant dieser Abend gewesen ist, sollten wir ihn hiermit beschließen. »Timothy, nimm deine Freundin Andrea und verschwinde. Ihr solltet hoffen, dass wir uns nie wiedersehen.« »Ist das ein Versprechen?« »Ich kann nichts versprechen, was ihr mir glauben würdet, wie sehr ihr es auch wollt. Ihr werdet euch einhämmern, dass ihr mir glauben könnt, aber es ist reiner Selbstbetrug. Euch bleibt eigentlich nur die Hoffnung. Diese Hoffnung. Eine bessere Wahl gibt es für euch nicht.« Moth starrte auf die Waffe in seiner Hand. Eines hatten ihn alle seine Studien über große Persönlichkeiten und historische Ereignisse gelehrt. Wie groß die Risiken und die Ungewissheit sein mochten, wie wenig die Folgen ihres Handelns abzusehen waren, mussten sie eine Entscheidung treffen. Keine Rechnung ging hundertprozentig auf. Selbst eine erfolgreiche Entscheidung konnte unerwünschte Konsequenzen haben. Nur eine Entscheidung war mit Sicherheit lähmend. Lieber nichts zu unternehmen, als einen Irrtum zu begehen. Er sah den Mörder mit einem bohrenden Blick in die Augen. Eine Frage hätte ich jetzt noch, Mr. Lewis oder wie auch immer sie sich morgen nennen werden. Wenn ich sie jetzt töte, wer ist schuld? Eine existenzielle Frage, eine psychologische Frage. Wortwörtlich die Frage, die der Mörder seinem Onkel gestellt hatte. Student Nummer 5 wusste, dass es darauf nur eine wahre Antwort gab. Ich. Und im selben Moment wusste Student Nummer 5, dass sich bei der Partie, die er spielte, das Blatt gewendet hatte. Gab er die richtige Antwort, kam es für den jungen Historiker, der vor ihm saß, eine Lizenz zum Töten gleich. Und er sah keine Möglichkeit, der Frage auszuweichen. Wer ist schuld? wiederholte Moth mit Nachdruck. Schweigend wartete er auf die Antwort. Knall ihn ab, sagte Andy zum allerletzten Mal und fügte hinzu. Bitte. Ihr fehlte die Kraft, es noch einmal zu wiederholen. Ihre Kehle war so ausgedörrt, ihre Zunge so schwer, dass sie klang, als würde sie jeden Moment in Ohnmacht fallen. Genau in diesem Augenblick beging Moth seinen schlimmsten Fehler. Er hörte die ganze aufgestaute Qual in Andys Worten und wandte den Kopf ein wenig zu dem Mädchen um, das er geliebt hatte, das er jetzt liebte und wahrscheinlich für immer lieben würde. Eine Sekunde lang wandte er den Blick vom Killer ab. Auf seine Fähigkeit, im entscheidenden Augenblick zu handeln, konnte Student Nummer 5 stolz sein. Bei aller gründlicher Planung, Vorbereitung und Analyse war ihm bewusst, dass es Situationen gab, die promptes Handeln erforderten, und er sah seine Chance. Abgewandter Blick, geteilte Aufmerksamkeit, Finger nicht am Abzug, sondern daneben. Physisch und mental hatte er sich für solche Momente geschult. Mehr als einmal hatte er sich im Ernstfall bewährt und war entschlossen in Aktion getreten. Er schnellte in die Höhe. Mit einem einzigen Satz stürzte er sich auf Moth und die Waffe. Andy stieß voll entsetzt und einen spitzen Schrei aus. Auch Moth war in heller Panik. Er befahl, sich abzudrücken, fuchtelte jedoch Bruchteile einer Sekunde am Abzug herum und verfehlte seine letzte Chance. Im nächsten Augenblick waren er und Student Nummer 5 ineinander verkeilt. Der Stuhl, auf dem Moth gesessen hatte, krachte hinter ihm gegen die Wand, während sie beide zu Boden stürzten. Eine Schulter und ein kräftiger Hieb mit dem Unterarm trafen Andy am Nasenbein, sodass sie zur Seite geschleudert wurde und an der Wand zusammensackte. Der stechende Schmerz verstärkte ihre Panik und so versuchte sie, dem plötzlichen Kampflärm zu entkommen, indem sie sich die Ohren zuhielt. Im Dämmerlicht des Zimmers erschienen Moth und der Mörder wie eine einzige hydraköpfige Bestie, die sich auf dem Boden wälzte. Sie sah Tritte, Fausthiebe in beide Richtungen, nur von der Waffe keine Spur. Sie musste irgendwo zwischen den Kämpfern eingeklemmt sein. Moth lag unter dem Mörder und spürte das ganze Gewicht des Mannes auf der Brust. Er tat nach ihm und versuchte ihn mit dem angewinkelten Knie im Schritt zu treffen, alles um den Kampf zu seinen Gunsten zu wenden. Er wusste nur eines, er durfte seinen Griff um die Waffe nicht lockern, obwohl er kaum sagen konnte, ob er sie noch hielt. Seine Gedanken zuckten ihm wie Stromstöße durch den Kopf. Die Waffe bedeutet Tod. Egal, was passiert, verliere sie nicht. Wie ein Schraubstock umklammerten seine Finger den Revolverkolben. Er versuchte, die linke Hand frei zu bekommen, um die Schläge abzuwehren, die auf ihn niederprasselten. Gleichzeitig spürte er den Griff des Mörders um sein Handgelenk. Mit brutaler Kraft versuchte sein Widersacher ihm den Zeigefinger am Kolben zurückzubiegen und wenn möglich zu brechen und gleichzeitig den eigenen Daumen in den Abzugbügel zu bekommen. Dann merkte Moth, wie sich der Lauf langsam drehte, vom Mörder weg in Richtung seiner eigenen Brust und ihm dämmerte, dass zwischen ihm und dem tödlichen Schuss nur noch wenige Millimeter lagen. Moth versuchte zu schreien, doch unter den fortgesetzten Schlägen bekam er keine Luft. Schließlich ertastete die freie Hand des Mörders seine Kehle und drückte zu. Student Nummer 5 brachte sein ganzes Können ein. Dank seiner regelmäßigen Taekwondo- und Yogastunden war er nicht nur außergewöhnlich stark, sondern kampftechnisch versiert, sodass er mit schlafwandlerischer Sicherheit die verwundbaren Stellen seines Gegners fand. Doch zu seinem Staunen stellte er fest, dass Moth mit seiner drahtigen Wendigkeit ein ebenbürtiger Gegner war. Er lieferte dem Jüngeren einen blindwütigen Kampf, indem er mit einer Hand nach der Waffe griff, hol dir die Knarre, leg sie beide um, und mit der anderen versuchte, Moth bis zur Bewusstlosigkeit zu wirken. Als er sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn stürzte, spürte er den Stahl der Waffe unter sich und wusste, dass er sie Moth in wenigen Sekunden in den Unterleib stoßen und abfeuern würde. Dabei kalkulierte er das Risiko ein, selbst verwundert zu werden. Ein kleiner Preis. Statt Angst leitete ihn nur kaltblütige Entschlossenheit und er wusste, dass er jeden Moment gewinnen würde. Moth wurde schwarz vor Augen. Er war der Ohnmacht nahe. Ich sterbe. Er wehrte sich und konzentrierte den letzten Rest an Willenskraft auf die Waffe, merkte jedoch, wie sie ihm langsam entglitt. So oft hatte er geglaubt, mit der Flasche in der Hand zu sterben. In diesem Moment wusste er, wie lächerlich diese Vorstellung war. So wie jetzt fühlte sich Sterben an. Während er die Augen verdrehte, versuchte er in einem letzten verzweifelten Willensakt noch einmal Luft zu holen. Er wollte schreien, nein, 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 das habe ich nicht verdient, brachte jedoch keinen Laut heraus. In dieser Sekunde erfasste ihn mit immenser Wucht eine Monsterwelle. Andy Candy stürzte sich von der Seite auf den Mörder. Wie ein Football-Linebacker rammte sie ihm die Schulter in den Leib, sodass sie alle drei in einem Knäuel über den Boden rollten. Dann schlang sie dem Killer die Arme um den Hals und zog ihn mit aller Kraft von Moth fort. Dieser kurze Moment läutete eine neue Runde unter anderen Vorzeichen ein. Student Nummer fünf stöhnte so laut auf, dass es fast wie ein Schrei aus ihm hervorbrach. Er ließ Moth halslos, um nach hinten zu greifen und Andy Candy zu packen, doch seine Fingernägel zerrissen ihr nur das T-Shirt. Moth schnappte nach Luft. Das Dunkel der drohenden Bewusstlosigkeit wich rotglühender, unbändiger Wut. Andy behielt den Mörder mit dem rechten Arm im Würgegriff, packte ihn mit der linken am Handgelenk und zog seinen Arm hinter seinen Rücken. Sie war stark, nicht so stark wie er, doch kräftig genug, um seinen Griff an der Waffe zu lockern. Zu dritt ineinander verkeilt überließen sie sich dem reinen Überlebensinstinkt, animalisch, prähistorisch. Alle vom nackten Selbsterhaltungstrieb geleitet. Zwei gegen einen. Zwei junge, naive, verwirrte Kämpfer, einer kampferprobt und wild entschlossen. Moth spürte den Druck des Revolvers zwischen ihm und dem Mörder. Er versuchte festzustellen, wohin der Lauf zielte und schob die Waffe mit aller Kraft von sich. Dabei wusste er nicht, ob dies seine erste, seine einzige oder gar keine Chance war. Wenn er jetzt abdrückte, konnte er nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob der Schuss seinen erbarmungslosen Mörder oder seine einzige Geliebte oder einen Trinker auf dem Weg zur Besserung treffen würde. So oder so zog er mit aller Macht am Hahn, fürchtete den Tod und hoffte, dass sie beide überlebten. Der Schuss aus dem Revolver hallte wie ein gewaltiger, dumpfer Schlag durch den Raum. Die verknallten Körper dämpften den Knall und einige Sekunden lang glaubte Moth, er sei tot. Andy Candy bildete sich ein, dass ihr der Schmerz durch den ganzen Leib schoss und ihr das Blut aus einer Wunde quoll. Student Nummer fünf konnte nur einen Gedanken fassen. Unmöglich! Von der Wucht, mit der ihn die Kugel mitten in den Rumpf traf, wo sie ihm die Eingeweide zerriss, bevor sie in die Lungen drang und schließlich dicht neben seinem Herzen stecken blieb, hob er mehrere Zentimeter vom Boden ab. Das Geschoss zerfetzte ihm den halben Oberkörper. Er fühlte sich wie eine Marionette, der man die Fäden durchtrennt. Es tat nicht weh. Doch er spürte den Kollaps. Drei flache Atemzüge. Sofort sprudelte ihm das Blut zwischen den Lippen hervor. Unter einem kräftigen Hieb von Moth, der sein letztes Quäntchen Energie aufbot, rollte er zur Seite. Schwankend vor Erschöpfung und vom Todeskampf traten Moth und Andy von dem bebenden Körper des Mörders zurück. Student Nummer fünf starrte zur Decke, sah den kreisenden Ventilator über sich und dachte, »Das darf nicht wahr sein. Ich werde von Kindern getötet.« Ein letztes Zucken und er starb. Andy Candy wollte schreien, brachte jedoch wie gelähmt keinen Laut heraus. Ihr dröhnte noch die Geräuschkulisse der Wut und der Gewalt in den Ohren und ihr Herz hämmerte vom Adrenalin. Moth starrte auf die reglose Gestalt am Boden. »Ich kann nie wieder zurück«, war der einzige Gedanke, den er zu fassen bekam. Sie wussten beide, dass sie sich aus der Starre lösen und handeln mussten, doch dazu mussten sie ihren Gliedern Befehle geben. Es war, als hätten wie nach einem Kurzschluss ihre Synapsen auf Ruhemodus geschaltet oder die Festplatte gelöscht. »Denk nach«, herrschte sich Moth an. Die Zeit stand still. Nach einer gefühlten Ewigkeit brachte er heiser heraus. »Andy, wir müssen weg hier. Sofort, jemand kann uns gehört haben.« Er verstummte. Wie im falschen Film, dachte er, mit unbekannter Handlung. Klappe, Kamera läuft, doch ich habe meinen Text nicht gelernt und weiß nicht weiter. Andy Candy riss sich vom Anblick der Leiche am Boden los und starrte Moth in die Augen. Sie wollte Ja sagen, brachte aber nicht einmal dieses einfache Wort über die Lippen. Endlich rappelte er sich auf. Von dem reglosen Toten ging eine erdrückende Stille aus und Moth spürte, wie ihm eine Zentnerlast den Brustkasten zusammenpresste. Er wollte nur noch weg, begriff jedoch, dass er den letzten Rest an Beherrschung zusammenkratzen musste. »Komm schon, Andy! Schnell!« Er trat über den Mörder und nahm ihre Hand. Sie fühlte sich kalt und feucht an. Zwar brachte sie immer noch kein Wort heraus, doch ihr übriger Körper schien ihr langsam wieder zu gehorchen. Sie fand den Ausdruck mit Susan Terrys Foto, zerknüllte das Papier und stopfte es sich in die Tasche. Sie hob die anderen Blätter vom Boden auf, schnappte sich den Laptop. Sie agierte wie mechanisch. Auf Autopilot, dachte sie. »Wir müssen weg!«, wiederholte Moth. »Wir dürfen nichts zurücklassen!« Andy Candy nickte. Plötzlich meldete sich aus einem verborgenen Winkel in ihrem Kopf eine abgründig böse Stimme. »Doch«, sagte sie. »Das müssen wir!« Sie rannte in die Küche. Auf der Arbeitsplatte stand, wie in jeder gewöhnlichen Küche, unter einem Telefon an der Wand ein Becher mit Stiften neben einem Notizblock. Sie griff zu einem dicken schwarzen Marker, kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo Moth bleich und wie benommen dastand, den Revolver immer noch in der Hand. Er hat etwas von einem Drogenhändler gesagt, flüsterte Andy, der mit einem Deal einen Volltreffer gelandet hat. Die Polizei soll einen Drogendealer vorfinden, der einen Volltreffer abbekommen hat. Sie trat an eine Wand und schrieb auf dem weiß getünchten oberen Drittel über der Holzvertefelung in großen Lettern »Wer uns bescheißt, ist dran.« Skorpions. Das letzte Wort war der Name des einzigen Drogenrings, der ihr einfiel. Er kam aus Mexiko und operierte in Kalifornien, doch vielleicht war das egal. Sie steckte den Marker in die Tasche. Moth las ihre Worte, nickte und trat zur Leiche. Mit einem kräftigen Ruck riss er einen Fetzen aus dem blutgetränkten Hemd und zog damit einen Strich unter das Wort Skorpions. Wie der Schnörkel unter einer Signatur. Er drehte sich zu Andy um und sah ihren hilfesuchenden Blick, dann ihren Arm, wie ihn ein Ertrinkender den Helfern im Rettungsboot entgegenstreckt. Hand in Hand taumelten sie zusammen aus dem Haus, einen Fuß vor den anderen. Die Nacht war entsetzlich, heiß und schwül. Sie atmeten schwer. Mit jedem Schritt glaubten sie in der Ferne die ersten Sirenen zu hören, die in ihre Richtung kamen. Eine Sinnestäuschung. Sie fürchteten jeden Moment Stimmen hinter sich zu hören. »Hey, ihr zwei da! Stehenbleiben! Keine Bewegung!« Es blieb still. Sie wollten rennen. Sie taten es nicht. Die Dunkelheit hüllte sie ein wie ein schützender Mantel. Heiser brachte Moth heraus. »Nicht umdrehen!« Unter sternenklarem Himmel drang ein schwacher Schimmer aus der erleuchteten Innenstadt herüber, doch die Straße lag gänzlich im Schatten. Sie bogen zum Friedhof ab, grüßten die Toten wie alte Freunde und duckten sich dankbar hinter die Grabsteine und Monumente. Moth fand den zurückgelassenen Rucksack und steckte die Waffe zusammen mit den beiden leeren Flaschen, die er entsprechend dem Rat des Mörders vor dem Haus aufgelesen hatte, hinein, dann den Laptop und das zerknüllte Foto von Susan Terry und die anderen Papiere. Beim Anblick der leichenblassen Andy fragte er sich, ob er im Dunkel der Nacht genauso gespenstisch aussah. Sie stiegen auf die geliehenen Fahrräder, die sie zwischen den Gräbern versteckt hatten, fuhren zu dem Laden zurück, ketteten sie an, wie der Raster-Eigentümer es ihnen aufgetragen hatte. Durch kleine Nebenstraßen machten sie sich zu Fuß auf den Weg zum Auto. In einigen Häusern brannte noch Licht, aus dem einen oder anderen Fenster drang Gelächter und fröhlicher Partylärm. Eine alte Dame kreuzte ihren Weg, doch sie war zu sehr darauf fixiert, dass die beiden Möpse an ihrer Leine ihr Geschäft erledigten, um das junge Paar zu bemerken. Andy konnte es kaum glauben. Sie hatte das Gefühl, von oben bis unten mit Blut besudelt zu sein, auch wenn sie wusste, dass sie es nicht war. Wortlos erreichten sie ihr Fahrzeug. Sie setzte sich ans Steuer, ohne zu wissen, ob sie fähig war, den Wagen zu lenken, doch dann siegte ihr Instinkt. Mit zitternder Hand gelang es ihr beim dritten Versuch, den Zündschlüssel ins Schloss zu stecken. Sie befahl ihrem bebenden Körper, sich zu entspannen, atmete ein paar Mal tief durch und fuhr los. Moth brauchte sie nicht daran zu erinnern, wie wichtig es war, langsam und vorsichtig zu fahren. Eine Meile. Zwei. Aus Angst, das blinkende Warnlicht eines Streifenwagens zu erspähen, wagte sie kaum, in den Rückspiegel zu sehen. Vier Meilen. Fünf Meilen. Sechs. Sie riskierte nicht einmal einen Seitenblick auf Moth. Zwanzig Meilen. Sie entdeckte eine Haltebucht am Straßenrand, fuhr heran, öffnete die Tür, beugte sich aus dem Wagen und gab dem Brechreiz nach, bis sich ihr nur noch der leere Magen umdrehte. Sie sagte immer noch kein Wort. Dann wischte sie sich den Mund ab, legte den Gang ein und fuhr weiter. Sie kamen über die Seven Mile Bridge. Sie starrten in das schwarze Wasser unter ihnen, das mit seinem leichten Wellengang im Mondlicht glitzerte. Eine Stunde. Zwei. Ein frustrierter Mann in einem BMW-Sportmobil zischte auf einer kurzen Strecke ohne Überholspur an ihnen vorbei und wich in letzter Sekunde den Scheinwerfern eines entgegenkommenden Lieferwagens aus. Südlich von Isla Morada passierten sie Whale Harbor und wenig später Baden-Marys-Marina mit dem riesigen weißen Haier aus Plastik über dem Hafenzugang. Wie passend, dachte Moth. Ein Fisch auf dem Trocknen, der die Besucher ans Wasser lockt. Drei Stunden. Sie kamen über die Card Sound Bridge und fegten am Rand der Everglades vorbei, wo der Himmel nahtlos in den Morass des Dschungels überzugehen schien. Hinter Homestead bogen sie in die Auffahrt zum hell erleuchteten South Dixie Highway nach Miami ein. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft, lag Moth auf der Zunge, doch die Bemerkung schien deplatziert. Es ist endlich vorbei. Doch das wäre eine zu kühne Behauptung gewesen. Andy Candy fuhr auf einen Parkplatz einen halben Block von Moths Wohnung entfernt. Immer noch ohne das Schweigen zu brechen, stiegen sie aus und liefen arm in arm unsicher die Straße entlang. Es war, als könnten sie sich beide nur mit Hilfe des anderen aufrechthalten. Ohne einander loszulassen, traten sie in den Flur und stiegen die Treppe hinauf. Moth fand seine Schlüssel und hielt Andy Candy die Tür auf. Er ließ den Rucksack fallen. Sie ging sofort ins Bad und starrte drei, vier Minuten lang auf ihr Spiegelbild, um zu sehen, ob ihr das, was sie getan hatte, ins Gesicht geschrieben stand oder sie irgendeine andere andere bizarre Veränderung entdecken konnte. Sie wusste, dass sie nach dieser Nacht nicht mehr dieselbe war und wagte nicht zu hoffen, dass man es ihr nicht schon von Weitem ansähe. Schließlich spritzte sie sich Wasser ins Gesicht und spülte sich den Mund aus, hielt Augen, Mund, Stirn und Wangen unter den Wasserstrahl. Als sie zum Handtuch griff, fühlte sie sich kein bisschen sauberer. Im selben Moment beugte sich Moth über das Waschbecken in der Küche und versuchte sich, den Mord von den Händen zu schrubben. Ineinander verschlungen sanken sie zusammen auf Moths Bett. Manchmal, dachte Andy Candy, war eine Umarmung intimer als Sex. Vollkommen erschöpft schloss sie die Augen. Schlaf kam in dieser Nacht dem Tod sehr nahe. Doch zusammen mit der Ungewissheit des Lebens hieß sie ihn willkommen. Ein paar Sekunden lang roch Moth ihren Schweiß, räuchte auf ihren Atem streichelte ihr den Arm. Sein letzter Gedanke, bevor auch er einschlief, war einfach. Er wusste nicht, wie sie es schaffen sollten, zusammenzubleiben und er wusste nicht, wie sie es jemals ohne einander schaffen sollten. Epilog Der nächste Tag und wie es weiterging. Vierundzwanzig Stunden nach dem Tod. Hallo, sagte Moth. Ich heiße Timothy und ich bin Alkoholiker. Hi, Timothy, erwiderte die Runde in der Redeemer One. Was gewöhnlich nichts weiter war als eine Floskel, ein Teil des vertrauten Rituals, um die Sitzung in Gang zu bringen, schlug ihm an diesem Abend von den regelmäßigen Teilnehmern als eine Woge der Genugtuung und Erleichterung entgegen. Wir sind über allemaßen erfreut, dich wiederzusehen, Moth, sagte der Philosophie-Professor. Er sprach es zwar nicht aus, doch alle im Raum fügten in Gedanken das Wörtchen lebendig hinzu. Dieser spontanen Begrüßung, die den normalen Rahmen sprengte, schloss sich die ganze Runde an. Ich bin froh, hier zu sein, sagte Moth. Er schwieg einen Moment. Ich bin seit ... Er musste überlegen. Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz sicher, wie viele Tage ich jetzt nüchtern bin. Es war einiges los und ich bin etwas durcheinandergekommen. Etliche Tage auf jeden Fall. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Es dauerte eine Weile, bis jemand aus der Gruppe das Wort ergriff. Fühlst du dich sicher? fragte Sandy, die Anwältin für Körperschaftsrecht ohne Umschweife. Ich glaube schon, erwiderte Moth. Aber man weiß nie. Die Umschreibung ließ offen, ob ihm ein Mörder auf den Fersen war, ob jeden Moment die Polizei zuschlagen könnte oder ob er die allgegenwärtige Gefahr eines Rückfalls in die Sucht meinte. Moth blieb vor der Gruppe stehen. Sandy nahm einen neuen Anlauf. Moth, fühlst du dich sicher? Das letzte Wort sagte sie mit einem Nachdruck, als spräche sie für die ganze Versammlung. Ja, erwiderte er. Genauso gut hätte er sagen können, es gibt niemanden mehr, der versucht, mich umzubringen, außer vielleicht mir selbst. Doch diesen Gedanken behielt er für sich. Dann habe ich eine Idee, sagte Fred, der Ingenieur. Nennen wir doch einfach diesen Abend Tag 1. Moth lächelte. Der Vorschlag erschien ihm überaus sinnvoll. Er hoffte, die Rechnung ging auf. Er hoffte, dass er, so wie es ihm sein Onkel vorgemacht hatte, in seinem Kampf nie nachlassen würde. Hallo, wiederholte er. Ich heiße Timothy und bin seit einem Tag nüchtern. Hi, Timothy, begrüßte ihn die ganze Gruppe. Als sie endlich nach Hause kam, saß ihre Mutter am Klavier und spielte, während sie auf ihren nächsten Schüler wartete, Tonleitern herauf und herunter. Was Andy Candy manches Mal auf die Nerven gegangen war, klang ihr nun wie die schönste Musik in den Ohren. Auf und ab, Dur und Moll. Die Routine einer Musiklehrerin. Dieselbe Freude empfand sie, als ihr die Hunde im Flur schwanzwedelnd entgegenkamen und sich an ihre Beine drückten, ein stürmischer Willkommensgroß. Ihre Mutter blickte von den Tasten auf. Sie wagte nicht, Andy Candy Fragen zu stellen. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen, sah sie ihr schweigend entgegen. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, was ihre Tochter durchgemacht hatte und fragte sich, ob sie es je erfahren würde. Wohl eher nicht. Alles in Ordnung? Eine schlichte Frage. Ja, alles klar, erwiderte Andy Candy. Ob es stimmte, würde sich erweisen. Gibt es etwas, worüber wir beide reden sollten? Alles, nichts, Mord und Tod, knapp mit dem Leben davongekommen, dachte Andy bei sich. Und Moth? Liebe, Loyalität. Dem geht's gut, sprach sie laut aus. Uns geht's gut. Auch wenn wir uns verändert haben. Diese Einschränkung behielt sie für sich. Seid ihr wieder zusammen? Kann man so sagen, erwiderte Andy. Sie hatte es eilig, unter die Dusche zu kommen, nachdem sie ihrer Mutter mit ihrem Anblick hoffentlich keinen allzu großen Schock versetzt hatte. Auf dem Weg in ihr Zimmer rief sie über die Schulter. Ich glaube, ich gehe an die Uni zurück. Sie wusste, wie sehr sich ihre Mutter darüber freuen würde. Scheiß auf den Vergewaltiger, dachte sie. Scheiß auf den Dreckskerl und was er mit mir gemacht hat. Irgendwann bekommt er seine Rechnung präsentiert. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht dieses Jahr, aber irgendwann kriegt er seine Strafe, sein Pech. Das Karma versteht keinen Spaß. Ich muss das letzte Semester zu Ende bringen, fügte sie hinzu. Das Klavier, die Hunde, ihr Zuhause, die vertrauten Stofftiere auf ihrem Bett, die Familienfotos an den Wänden. Alles so normal, dass sie für einen Moment überwältigt war. Mein Abschluss machen und sehen, wie es weitergeht, sagte sie mehr zu sich selbst als zu ihrer Mutter. Sie dachte an die Seminare, die Hausarbeiten, den Lesestoff und stellte fest, dass sie noch einiges mehr zu lernen hatte als die Lektionen der letzten Tage. Vier Wochen nach dem Tod Zufrieden saß Susan wieder in ihrem Büro an ihrem spartanischen Schreibtisch und starrte auf den Computerausdruck mit ihrem Foto und Lebenslauf. An einer Ecke war ein brauner Blutfleck. Der Laptop des Mörders stand neben ihrem Dienstcomputer, doch sie hatte ihn noch nicht geöffnet, um festzustellen, was sonst noch darauf zu finden war. Sie wollte es nicht wissen. Das Foto sagte genug. Sie griff zum Telefon und wählte eine Nummer. Das Büro des Sheriffs von County Monroe. Es dauerte einen Moment, bis sie zum Leiter des Morddezernats durchgestellt wurde. Hallo, sagte sie und nannte in gewohnt forschem Ton ihren Namen und Titel. Ich wollte nur mal hören, ob sie bei diesem Mordfall in der Angela Street letzte Woche schon irgendwie weitergekommen sind. Ach, nicht wirklich, räumte der Detective ein. Ganz offensichtlich hat es einen heftigen Kampf gegeben, die Möbel waren kurz und klein geschlagen. Offenbar fand es der Bursche gar nicht lustig, sich erschießen zu lassen. Wissen Sie, normalerweise laufen diese Drogenmafia-Morde, na ja, wie soll ich sagen, sauberer ab. Sie wissen schon, was ich meine. Gewöhnlich finden Sie den Toten gefesselt und mit unvergennbaren Andenken an einen Schweißbrenner an den Genitalien vor, sowas in der Art, oder seine Wasserleiche bleibt irgendwo zwischen den Mangroven hängen. Meistens kommt derjenige nicht mehr dazu, selber auszuteilen, bevor er das Zeitliche segnet. Na ja, aber solange wir noch keinen Verdächtigen haben, ja, kommen wir nicht weiter. Außerdem gibt es so gut wie nichts über den Toten. Ein unbeschriebenes Blatt hat ziemlich clever sämtliche Spuren aus seiner Drogenvergangenheit verwischt. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen, ma? Haben Sie was für uns? Susan Terry hätte eine Menge für ihn gehabt, doch sie antwortete, nein, tut mir leid, ich rufe nur an, weil mir der Name dieses Burschen bei einer anderen Drogenverhandlung untergekommen ist, wenn auch nur am Rande. Ich wollte wissen, ob es vielleicht eine Verbindung gibt. Meinen Sie? fragte der Cop. Möglich, man weiß nie. Vielleicht auch eine Sackgasse. Wenn ich was Neues für Sie habe, melde ich mich. Ja, danke, der Detektiv legte auf. Denke, er hat mir die Sache abgekauft, dachte sie. Susan ging zu ihrem Schrader und schob den blutbefleckten Computerausdruck hinein. Ein halbes Jahr nach dem Tod. Susan hatte geduldig auf ihre Chance gewartet. Sie hatte gewusst, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der richtige Fall mit dem richtigen Beweismaterial bei einem Prozess im Gericht nebenan auftauchen würde. Es handelte sich um einen Raubüberfall in einem Minimarkt, der gründlich misslungen war. Es hatte den Verkäufer erwischt. Binnen weniger Minuten saßen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen winkte lebenslänglich. Kein gutes Geschäft für 323 Dollar aus der Ladenkasse. In einer öffentlichen Sitzung bekannten sich beide schuldig. Susan saß in einer der vorderen Reihen und hörte hinter sich einige Angehörige, sowohl des Opfers als auch der Täter, schluchzen. Die Richterin erkannte auf schuldig und schloss mit einem Hammerschlag die Sitzung. Susan wartete, bis sich der Saal geleert hatte und sie mit der Gerichtsschreiberin zurückblieb. Dann ging sie zu ihr hinüber. Ah, hi Miss Terry, begrüßte die Angestellte sie. In ihren Jahren bei Gericht hatte die Frau schon alles gesehen. Was machen Sie denn hier? Bei so einem stinknormalen Prozess? Susan schüttelte den Kopf. Das können Sie laut sagen. Wegen dieses Falles bin ich auch nicht hier. Ich wollte nur mal kurz die Asservaten anschauen. Ich hege nämlich den leisen Verdacht, dass die Burschen hinter ein paar anderen Raubüberfällen stecken, die ich zu beackern habe. Ob ich mal eben einen Blick darauf werfen kann? Sie deutete auf eine Schachtel auf dem Tisch der Gerichtsschreiberin. Die Frau zuckte die Achseln. Nur zu, kommt sowieso alles in die Asservatenkammer. Während die Schreiberin sich wieder ihren Papieren zuwandte, kam der Susan in der Schachtel. Das, wonach sie suchte, lag in einer versiegelten, mit der Fallnummer versehenen Plastiktüte gleich oben auf. Ein Magnum-Revolver 3-57. Genau dasselbe Modell, das ihr Moth ausgehändigt hatte. Das Einzige, worin sich die Waffen unterschieden, war die Seriennummer. Susan hatte Moths Waffe in einen ähnlichen Plastikbeutel mit identischer Fallnummer gesteckt, und kaum drehte ihr die Gerichtsschreiberin den Rücken, nahm Susan blitzschnell die Waffe aus der Schachtel und legte Moth-Revolver hinein. Die andere ließ sie unbemerkt in ihrer Aktentasche verschwinden. Austausch abgeschlossen. Danke, sagte sie zu der Gerichtsschreiberin. Ich habe, was ich brauche. Sie wusste, dass die Tatwaffe das einzige eindeutige Beweisstück war, das Moth mit dem Toten in der Angela Street in Verbindung bringen konnte. Man sollte nie unterschätzen, was die Ballistikexperten im Köcher hatten. Den Magnum aus dem Raubüberfall würde sie etwa ein weiteres halbes Jahr behalten und bei der nächsten passenden Gelegenheit erneut in Umlauf bringen. Danach wäre Moth endgültig aus dem Schneider. Susan schmunzelte. Lass die Knarre verschwinden. Weg mit dem letzten schlüssigen Beweisstück. In einer Apple-Filiale hatte sie längst sämtliche Daten von der Festplatte des Laptops löschen lassen und den Computer anschließend in einem Beutel mit stinkigen Abfällen auf der Bezirksmülldeponie entsorgt. Jetzt konnte Moth allenfalls noch DNA überführen, falls im Haus des Mörders welche gesichert worden war. Und Andy Candy. Wegen der DNA hatte Susan Moth gewarnt. Sieh zu, dass du niemals verhaftet wirst und in einer Datenbank landest. Um Andy Candy machte sie sich keine Sorgen. Die hielt dicht. Wahrscheinlich würde sie Moth am Abend in der Redeemer One treffen, doch von ihren Manipulationen würde er nie erfahren. Sie war clean, mehr brauchte er nicht zu wissen. 183 Tage bis jetzt, rief sich Susan stolz in Erinnerung. Für den Anfang nicht schlecht. Das war John Katzenbach, der Psychiater, aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreuzer, gelesen von Uwe Teschner. Auf Wiederhören bei Audible.